The back in the business und das Erste, was wir natürlich heute machen, wir gucken erstmal in den Item-Shop, Freunde. Was es da Neues gibt und zwar, was gibt es alles hier Neues? Ich bin mal gespannt, Leute. Das Coachella-Paket, Leute, ich finde das echt nice. Also ich muss sagen, die Coachella-Skins gefallen mir optisch eine 10 von 10. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht selten werden. Aber, boah, was ist das für eine Pickaxe, Junge? Wow! Natürlich, wenn ihr mich supporten wollt, Leute, gerne, Creator Coach Daniel, würde ich mich sehr gerne drüber freuen. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen. So, wir gucken weiter, ob wir irgendwas Neues brauchen. Aber ich glaube, so wie ich mich kenne, Freunde, wir werden alles mal wieder aus dem Item-Shop gekauft haben. So, hallo? Oder Item-Shop hier? Nee, ich wollte gerade sagen hier. Okay, das sind eigentlich auch ein paar geile Skins hier, aber ja, die sind zu oft im Item-Shop eigentlich. So, wir gucken weiter. Okay, das haben wir alles. Oh, der Ranked-Skin. Junge, das wird so geil werden, Freunde, wenn wir Unreal sind. Oh, das wird so nice. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Wir sind hier aktuell Elite. Und das ist ja der Ranked-Skin, der euch zeigt, wenn ihr Unreal seid, dann sieht man das auch. Geil, darauf freue ich mich schon am meisten. Das wird auf jeden Fall richtig nice. So, warte mal, das müssen wir hier so machen. Äh, wir gucken weiter rein. Okay, Festival, Lady Gaga. Oha, was? Es gibt noch mehr. Achso, das sind hier diese ganzen Songs mäßig. Aber die haben wir schon alle. Und dann gibt es hier noch ein paar Autosachen. Aber das haben wir natürlich auch. Hä? Ah. Bro, das ist das. Das ist das Dings, Leute. Das war, es ist ja eine neue Season im Rocket Racing. Ey, wie cool sieht dieser Skin aus. Hä? Bro, das sieht ja voll lustig aus. Das sieht voll lustig aus. Ey, das kaufen wir uns auf jeden Fall. Wie kann das sein, dass ich das noch nicht habe? Okay, Freunde, wird eingekauft. 9,99 Euro. Rocket Racing Special Paket. Geil. Attila, danke für 43 Monate Resort, mein bester Kuss. Junge, Kuss, Kuss, Kuss. Paul Bergen, Laura, Kimberly. Natürlich alle wieder da, wie man sie kennt, Leute. Glückwunsch zu meinem Lamborghini-Stadi. Danke, Bro. Also, ich sage euch ehrlich, Lambo ist crazy. Also, beste Entscheidung wieder gewesen, einen zu holen. Real Rap. Real Rap. Ey, aber ich sage Reaktion auf Lambo. Ihr wisst ja, guck mal, überlegt mal. Also, was ich so krass finde. Das ist so heftig. Ich habe mir ja den Rolls-Royce geholt, ne? Und der Rolls-Royce war nochmal 130.000 Euro. Überlegt euch das mal. Das ist auch crazy. Der Rolls-Royce war 130.000 Euro teurer als der Lamborghini Huracan STO. Aber ich sage euch, die Leute drehen bei Lamborghini irgendwie tausendmal mehr ab, ne? Das ist echt. Also, auch wenn ich die Kommentare teilweise bei TikTok sehe, da haben Leute in die Kommentare geschrieben, weil ich hinten einen Fortnite-Sticker drauf habe. Alter, boah, wie kann das sein, dass der einen Fortnite-Sticker auf seinen Lamborghini hat? Den müsste man verbieten, einen Lamborghini zu kaufen. Also, guck mal, die Leute sind auch wirklich ein bisschen dümmlich, muss man einfach sagen, ne? Also, die Leute sind auch wirklich ein bisschen dummimäßig. Also, wollt ihr mir erzählen, Lamborghini hat eine Kooperation mit Fortnite. Das Auto ist im Spiel drin, in Fortnite. Wollt ihr mir also erzählen, weil ich einen Fortnite-Sticker auf einen Lamborghini habe, der in Fortnite drin ist, soll mir Lamborghini verbieten, Lamborghinis zu kaufen? Ei, 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 ei. Also, einige Leute sind echt wieder sehr, sehr lust unterwegs gewesen in den Kommentaren. Aber es ist auch immer lustig zu lesen. Ich sage ehrlich, es ist auch immer lustig zu lesen. Ach, Justin, ja, habe ich doch bekommen. Aber ich habe noch nicht eingelöst. Boah, ich muss noch einlösen. Oh Gott, ich muss noch einlösen. Ich habe doch alles bekommen, Justin. Ich muss das heute unbedingt machen. Ich habe es verplant. Letztes Tag war es so stressig gewesen. So, warte mal. Wir gucken mal, ob Dave Knight schon da ist. Dave Knight sollte jetzt hier auch gleich am Start sein. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz, was hier gerade abgeht. Wir gucken mal kurz. No Build. So, No Build. Ah, hier sehen wir schon, Freunde. Wir sind aktuell Elite. Elite. So, was geht? Elite. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt heute. Boah, guck mal, ich bin ja schon Elite 50% sogar, ne? Geil, Digga, geil. Wo bist du gerade? Ähm, 27% Champ. Ah, nice. Nice, nice, nice. Also ich sage, es ist echt realistisch heute, dass du auf jeden Fall Unreal wirst. Und ich vielleicht so Champion. Mal gucken, Freunde. Also ich glaube, heute könnte echt was drin sein. Das wird geil, glaube ich. Was ist das für ein Skim Bro? Ja, sag ich nicht. Hacker Skin. Ne, der ist gerade bei Rocket Racing drin. Wo ist der Rocket Racing Skim? Ganz unten. Rocket Racing. Bro, man muss mittlerweile so zu rollen hier. Das ist doch dieses Season-Paket hier, Rocket Racing. Ah, dieses Starter-Paket für Rocket Racing, ne? Ja. 9 Euro. Hm. Ja, ja, ist okay. Auto ist auch okay. Gibt sonst irgendwas Neues im Shop? Ne. Ne, Bro, ich habe alles wieder leer. Ich habe auch, Shop gibt es nichts Neues. Alles wieder leer. Ah, ich bin gespannt, wie wir heute performen mit dir. Was sagst du? Neun Coachella Skins sind geil. Ja, die sind geil. Die fand ich auch. Die fand ich auch. Lauten. Also, die sind echt nice. Ich bin gespannt, Freunde. Ich habe jetzt... Achso, morgen machen wir übrigens Amar Cup mit. Aber ich sage euch, Leute, ich muss ehrlich sagen... Also, ich freue mich morgen auch mal Amar Cup, aber ich bin echt nicht zufrieden mit der Team-Zusammenstellung. Ich wollte ja unbedingt mit SU machen morgen. Und, Bro, da wird mir gesagt, ja, ich und SU sind zu gut im Team. Also, ich wollte mit SU spielen beim Amar Cup. Amar Cup und ich und SU sind zu gut im Team. Aber Maxify und Hugo spielen im Team. Ja, Bro, also da... Sorry, aber ich sage euch, also jetzt... Also, ich würde mich so... Maxify ist auf jeden Fall so gleiches Level wie ich, würde ich sagen. Ähnlich. Wir sind so... Wir machen Content-Fortnite-mäßig, zocken regelmäßig. Und ich würde schon sagen, dass wir gleiches Level sind. Aber man kann doch nicht Hugo mit SU vergleichen. Bro, SU hat das letzte Mal vor zehn Jahren Fortnite gespielt. Der ist die letzten Cups zweimal letzter geworden. Und einmal 25. Hä? Also, absolut schlecht. SU ist zu gut. Wir dürfen nicht zusammen im Team spielen. Fand ich so schade, Leute. Weil das wäre echt ein lustiger Stream geworden mit SU. Ich sage dir ehrlich, auch wenn SU in seiner Fortnite-Prime war, Bro, wäre das auch nicht so verstanden. Ja, wollte ich gerade sagen, Bro. Also, SU war jetzt nicht ein Ultra... Also, er war schon gut gewesen, aber er ist ja auch nicht ein Ultra-Krasseste gewesen. Weißt du? Er war halt einfach SU, ne? Ich habe markiert, ne? Ja, bin auch raus. Ja, und SU ist zu gut und jetzt dürfen wir leider nicht zusammenspielen. Aber Kian und Stace dürfen zusammenspielen, Leute. Kian und Stace dürfen zusammenspielen. Also, ich muss leider sagen, ich finde die Konstellation teilweise... Ja, schwierig, aber ist egal. Wir geben natürlich unser Bestes... Oh, ich sage dir ehrlich, wir werden eh wieder carryen. Du, Bro, wirst du mit deinem Aim-Carryen? Ey, Ziel... Ceylan, Ceylan. Ey, Kuss für die 20er hier. Kuss, 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 Alter. Perfekt. Ja, David, was sagst du zum Lambo? Hättest du eine andere Farbe gemacht, wa? Ich hätte ihn in den Pink gemacht tatsächlich, ja. Wirklich? Ja, eigentlich schon, Bro. Was ist das denn hier? Schau mal, Bro, komm mal zu mir. Ich hätte ein Lambo genau so gemacht. Ja, weiß ich nicht. Aber ich sage dir ehrlich, das eigentlich wäre es gut gewesen, weil da hätten auf jeden Fall die Leute drüber geredet. Bro, Pinker Lambo, Bro, du bist das Gesprächsthema Nummer 1. Also, da hätten die Leute auf jeden Fall drüber geredet. Da hätten die Leute drüber geredet. Da hätten die Fortnite-Banner hinten drauf. Boah, ich finde das so geil, Leute, wie dieses Fortnite-Logo. Das war ja auch Absicht gewesen. Also, das war ja auch... Das habe ich auch so ein bisschen vorhergesagt. Die Leute sind so getriggert teilweise dadurch. Ey, ich feiere das so, ne? Die Leute sind wirklich so übergetriggert, weil ich da Creator-Coach Stani habe und ein Fortnite-Logo. Ich feiere das so, Leute. Ich finde das auch geil. Aber ich muss auch sagen, das war auch, wie gesagt, das war ja auch so ein bisschen beabsichtigt, weil es war mir so klar, dass sich wieder so viele Leute deswegen aufregen werden und es hat einfach mal wieder funktioniert. Oh, die Erdbändiger... Oh, die Erdbändiger... Bro, ist eigentlich die Erdbändiger-Fähigkeit in No-Bild krass? Übelst, oder? Ja, aber die Erdbändiger-Fähigkeit ist crazy, weil du eine Wand bauen kannst. Oh, du hast nochmal Luft getestet? Ja, Luft ist crazy, Luft ist crazy. Oh, Luft ist... Oh, in der Endstation. Aber ist das so viel Rotation auch so hier in No-Bild-mäßig krass, ja, ne? Ja, ja, würde ich schon sagen. Aber sie hat eh Erdbändiger-Gefunden. Aber es ist komm mal her, komm her. Ja. Oh, Mann. Hier, Stumpet. Man kann zum Beispiel diese Wände bauen, ne? Auch schon mit Erdbändiger-Fähigkeit. Ja, Bro, äh, Ding, letzte Woche... Nee. Wann haben wir Ranks spielten? Vor drei Wochen? Vor drei Wochen, ja. Ja, es ist auch immer... Wir sind auch echt immer fett. Aber ich spiele ja fett, aber... Ja. Aber jetzt sind wir... Das ist aber lieber am Ende auch richtig krass, ne, dann? Hier, wird noch mehr Erdbändiger. Ne, aber ruhig nicht. Ich brauch's noch einmal. Ich glaube, auch einmal reichen, dann haben wir eine Wand. Feuerbändiger fühle ich jetzt nicht so gut. Das ist doch gar nicht das Schwächste von allen vier, würde ich sagen. Ja, ich hab auch das Gefühl, man trifft einfach manchmal gar nicht mit Feuerbändiger. Aber Bro, die diese Autoshot-Gerze auch Müll gewonnen, ne? Bro, ich sag dir, Real Talk, die beste Pumpkin ist die neue. Boah, ich hab Luftbändiger. Ja, vorbei, vorbei, vorbei. Geil, Mann, geil, geil, geil. Welche ist die beste Pump? Äh, die neue Pumpgun. Ja, ja, safe. Die Todes-Dings da hier, die Todes-Blablabla-Pumpgun. Ich weiß aber auch nicht, wie die heißt. Aber klar, die ist saustark, Mann. Ey, Doreen, vielen, vielen Dank für die Resub hier. 50 Monate Support, Alter. Holy Moly. Und Summle United auch, danke für die Resub hier. Kuss, kuss, kuss. 50 Monate, Alter. Leute, wie viele Jahre sind 50 Monate? Das sind doch vier Jahre oder so, ne? Boah, crazy, Alter. Crazy. 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 Ja, du kannst hier Pumpgun kaufen, epische. Ich hab, ich hab epische. Aber ich hab die gealtert. Das ist so, one pump. Was weiß ich. Wirst du nicht hier neue, Bro, ein episch? Nö, obwohl ich hab eh 5000 Gold, ne? Ja, theoretisch könnten die da auch mal landen und könnten uns immer eine gute Pumpgun holen, ne? Ja, ja, das ist crazy, Bro, das ist crazy. Ich hab echt die ganze Zeit auch schon 5000 Gold. Feuerbesten, ne, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Felix, kuss, mein Bester, kuss, kuss, kuss. Vier Jahre, ja. Oh, ich hab ja den Hammer gefunden, ey, wuhu. Hey, Lobby. Also diese Luftbändiger, da kannst du über Wasser alles, ne? Das ist so krank, Alter. Ich weiß nicht. Also, ich find halt gut, dass wir auch diese Icarus-Schwingen entfernt haben. Weil das wär zu krass gewesen. Überleg mal alles drinne. Icarus-Schwingen. Ja, ja. Hier das Luftbändiger-Fähigkeit. Wobei. Mehr müdliche Items, als wie normale Waffen im Spiel. Ey, warte mal, eigentlich, du kommst ja mit der Luftbändiger-Fähigkeit überall hoch. Aber komm ich das hier hoch? Oh mein Gott, Bro. Man kommt wirklich, guck mal, 100% Steigung. Yo. Das ist wirklich crazy. Guckt euch das an. Das ist wirklich 100% Steigung hier. Das ist so crazy. Junge. Warte mal, komm ich hier hoch? Oh. Was? Da komm ich nicht hoch? Okay, der Stein ist wohl zu steil. Oh, der ist zu steil, Bro. Ich hab einen Stein einfach gefunden. Der zu steil ist für die Luftbändiger-Fähigkeit. Auch krank. Boah, das glaub ich, gibt's gar nicht. Zu steil. Ey, warte mal. Ey, Sailor, vielen Dank nochmal hier für die 5 Euro, mein Bester. Kuss, kuss, kuss. Der Abfang. Äh, wie viele Autos ich insgesamt schon hatte? Boah. Boah. Ich würde jetzt mal, Bro, übelst viele. Ich würde mal 15 oder so. Also ich würde sagen, 15. Safe. For uns, for uns, for uns. Sie schießen auf mich. Ja. Bro, ich treffe nicht, hä? Häää! Bro, von hinten irgendwo. Hä? Hä, wer hat auch... Das war's. Bro, da ging auch nicht... Hä? Äh, King Crymax, Junge. 12 Euro für den Lambo-Tank. Kuss, 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 mein Bester. Kuss. Bro, ist das crazy? Irgendjemand hat mich gesnipet und ich weiß nicht, von wo. Ich wurde auf jeden Fall mit der Sniper gekeilt, Freunde. Oh, na, Farbenkern ist leer. Nein, das 8 HP, Bro. Hä, wird auch Gold, ja. Er wird auch Gold. Wie, wurde der von der Sniper geholt? Ja, Bro, er killt mich, hat mit 8 HP verlebt und wird in derselben Sekunde noch von jemand anderem geholt. Ja, moin. Also ich sag ehrlich, äh, 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 das war's ja immer wieder komplett gewesen. Ey, es ging auch real rap bei mir, ich war drauf gewesen, es ging nicht Einschuss rein. Es ging nicht Einschuss rein, Freunde. Ja, Einsspielrunde, Einsspielrunde. Ja, jetzt, boah, also wenn wir so ein Rank gleich reingehen, dann Katastrophe. Schade. Benjamien, lasst mal an den Like da, Leute, da, bei Benjamien hier. Auf den Zwacken hier, auch nochmal hier. Zack, 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 jetzt kann ich liken, Leute, das kann ich raustappen hier. Zack, kuss, 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 kuss. Custom Games, vielleicht machen wir heute noch Custom Games, aber eigentlich Ziel ist heute, Unreal zu werden, Freunde. Boah, Sophie, auch 46 Monate, Error. Champ drin, ne? Du warst bei 50%, oder? Ich, ja, ja, 50%. Ja, ja, bro, dann safe oder noch Champ. Also ich glaube, auch Champ könnte man wirklich werden. Hast du gesehen, das Backpink kann man jetzt anpassen mit seinem Rang und so, ne? Das sieht voll geil aus. Ja, ja, das sieht überkrass aus. Also ich muss ehrlich sagen, dass, wenn man Unreal ist, Freunde, das Backpink ist schon crazy. Also ich feiere das auch nochmal. Ah, muss ich die Code heute einlösen, Justin? Ah, okay, guter Call, bro. Oh, stimmt, diese Code für die Spitzsacke, glaube ich. Ja, Justin hat mir einen Code organisiert. Boah, ehrenst, Justin. Hier, das direkt hier runter, direkt hier runter. Instant Hot Drop. Bro, wir machen eigentlich regelmäßig Custom, äh, Custom Games machen wir eigentlich schon regelmäßig. Aber, ich bin gerade mit Dave Knight auf Unreal Grind. Äh, das wäre natürlich ganz nice. Wir wollen ja auch gerne Schmalspuren sein. Ja, wollte ich dir gerade sagen. Wir müssen ja mal hier jetzt Unreal werden, die schwerste Season aktuell, Unreal zu werden. Aber das ist doch, Gott küsst ja, okay. Boah, oh, oh, oh. Hä? Du, hä? Hä? Da war ein lila Sturmgewehr drinne und lila Pumpgun. WTF? Ja, ich hab nie gehabt. Sind da jetzt immer... Ich glaube, das sind jetzt immer... Ah, die werden da zwei Waffen reingepackt haben, weil diese Icarus-Fähigkeiten nicht mehr drinne sind. Stimmt. Ja, okay, true. Warte, was ist denn immer? Blitze oder Flügel oder so? Ja. Oder Hadelsketten. Ey, das ist richtig krass dann. Der Grau-Pamp ist jetzt. Naja, Max war ja bei der Abholung dabei, aber... Naja, er fand's halt wichtiger, Paul Berger Limo zu kaufen. Ja, aber... Was soll ich dir sagen, Mann? Verändert. Nice, Mann. Das ist hier ein Bot gewesen. Ein Bot war das. Ein Bot, Junge. Ja, jetzt. Okay, okay. Warte mal, warte mal. Linus sagt, wenn wir jetzt episch raushauen, haut er 50 Euro raus. Boah. Okay, Leute, anpinnen mal die Nachricht hier an, Leute. Wir pinnen die jetzt an. Jetzt epischen dann wieder 50. Okay, warte. Ich pinne die Nachricht an. Wer erhält sein Wort nicht? Ansonsten Bann, Leute. Ansonsten Bann. So, kurz mal win holen. Müsst du kurz Boss holen? Ja, können wir machen. Hey, bro, bleib stehen, Junge. Abwürdig wie ein Weltmeister weg. Ja, ich mach Boss. Was denkt ihr, Leute, dass Linus Müll quatscht, oder? Oh, ja, was für ein Ludwig aus den Kisten jetzt grad ziehen, hier. Aber nur damit haben kann hier. Das gibt ja nichts. Unterleute bei dir, oder was? Nee, nee, ich war der Boss. Ach so, du machst Hades. Ach so, ich dachte, hast du, ja. Ich mach Hades, ja. Ja, bro, mit der Yosha. Aber mit mindestens einem No-Scope. Ja, bro, guck mal, das ist wieder, können wir direkt, die Dings hier, können wir direkt hier. Ja, wir warten, Leute. Wir warten, Leute. Jetzt auf einmal muss ich No-Scope machen. Wir warten, wenn wir jetzt gewinnen. Ansonsten Bann. Ansonsten Bann. Fertig ist. Oder, Leute, was sagt ihr Bann? Ansonsten, oder? Wie sieht's da aus? Bro, ich sag mal, hier ist ein Bot bei mir, bro. Shad kann entscheiden. Bro, hier ist Handkanone bei mir. Dann komm her. Hier ist Handkanone. Ja. Von unter mir, wir brauchen hier eine Ecke, es steckt ein No-Scan fest. Boom. Ich hoffe, wir haben das in den No-Scoped. Ja, das war ein No-Scope, bro. Ja, dann easy. Linus. Oh. Oh, die Leute sagen Bann. Okay, okay, okay. Crazy, ja. Ja, wer, ich sag mal, so eine Versprechung macht, muss ich natürlich auch einen halten. Willst du direkt der Grimm-Git weitergehen? Ja, ja. Safe, safe, safe. Oh, was liegt's hier? Oh, ja. Ja, Feuer findet man am häufigsten, Bro, aber der ist, ich guck mich nicht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, hab ich auch so im Hintern. Die ist eigentlich so, spielen die Leute, der ist halt Eagle, oder ist das eher so? Boah, selten, Bro. Selten, ja. Ja, ich finde schade, dass die Bullet Drop hat. Ich sag ehrlich, das ist echt schade. Hätte ich keinen Bullet Drop, ich glaub, die jeder würde ich spielen. Oh, die Medaille liegt da gerade. Ey, eben das Ding, wo die machen Bullet Drops, machen die die ganzen Waffen aber kaputt. Ja. Das ist die Eagle war so schade. Ey, Selan, danke für fünf verschenktes Subs hier nochmal. Error. Die machen grad den Boss. Boss gleich down. Ja, ich komm grad zu dir. 166. Nice, stark. 75, 1, das ist 1. Nice. Der Katara Skin ist 1. War noch mal 20. Nice. Easy. Easy going. Easy going. Oh. Das hatten wir ja einen Look gehabt. Easy, easy, easy. Es sind hier keine Gegner für uns. Die haben nur für uns gearbeitet, die haben den Boss schon down gemacht. Weißt du noch, wo du morgen landest im Amaturnier? Nee. Aber ich land vielleicht da, wo wir mal rank landen, weißt du? Ah, okay, okay. Der Spot ist, der Spot ist eigentlich echt nice. Also du meinst unten, ne? Ja, ja. Ja, komm mir aber nicht zu nahe. Wieso, bist du da auch, oder was? Na ja, ich glaube, wir haben jetzt mal eher vielleicht Franzi angepinnt. Ah, Franzi sag ich euch ehrlich, ich werde dir auf jeden Fall contested sein. Ja, aber so, weißt du, so, Bro, wir looten da ein bisschen, chillen. Vielleicht können wir ein bisschen auf Early-Tags gehen und dann einfach chillen, weißt du? Ja, obwohl Kills sind ja eigentlich schon mal echt wichtig, ne? Ja, ich kann es nämlich einschätzen, ob es wirklich stack wird oder so, ne? Lieber im Early-Fight direkt einfach einen Kill mitnehmen. Dann auch entspannt looten und dann abbauen. Ja, aber ich finde, contested ist immer anstrengend, wenn, also, ich weiß nicht. Es kommt auch an, wenn ihr halt confident seid, dann ist halt geil, weil dann macht ihr die eh fertig, so, weißt du? Ja. Oh. Ja, deswegen mal schauen, du müsstest auch mal schauen, so, wer halt da landet, so, ne? Bro, wenn du jetzt Bumi 1, Bumi 2 ist dann easy going. Wenn das jetzt ein Sid und ein Rohr hat, ist der gar nicht, bockt es nicht. Ich sag, ehrlich, Leute, mit Rot-Bug-Visier ist die Waffe schon echt geil, eigentlich. Die Desert-Igel, das bockt schon. Also, ich sag, Leute, ich glaube, es wird ein lockerer Win. Es wird ein lockerer Winnie. Ich glaube auch. Easy win. Linus ist schon kurz vorm Bann jetzt gerade. Äh, Steps on mir irgendwo? Unter uns vielleicht. Unter uns vielleicht? Ja, ich glaube, das ist ein ganzes im Haupthaus. Das sind die Linus-Lobbys. Oh. Ich sag, ehrlich, Bro, Wasserbedingungen wurden aber auch um einige Stärker gemacht. Ja, ja, aber schon länger, aber ich war hier. Also, ich finde die aber nicht so krass. Wo das ist einer? Oh, der Bandit-Skin. 85. Ab den. Stark. Was ist denn Bot? Ja, nee, Bro, nee. Die haben auch Kronen und so, Bro. Da unten war, glaube ich, noch einer? War es zwei oder einer? Äh, hier rechts ist irgendwo einer. Ist da mir den gelaufen. Aber das ist der nächste Gegner gewesen. Ah, der hat Pool auch. Ja, okay, Bro. Nee, ich geh jetzt keine 300 Meter weg. Der war schlecht. Bro, die hat noch Bot uns so rekrutiert, ne? Das war ein... Also, das muss echt ein echter Spieler gewesen sein. Linus kann schon mal die Doni vorbereiten. Linus, Junge. Hä? Leute, man kann nur noch vier Softpicks mitnehmen? Häää? Nee, nee, Bro. Ey, dieser Bug. Die hätten diesen Bot gehabt, den Splasher-Bot. Ach so, der fallen lassen. Bro, wenn du die killst und der dann droppt einen Splasher... Die kannst du nicht mitnehmen. Und die kannst du dann nicht mit normalen Splasher stacken. Keine Ahnung, Bro, was... Bro, das hat dann gerade wieder gemacht. Gott, darfst du mal meinem STO mitkommen. Ja. Dickfights da, Dickfights. Aber dann hat dein STO auch, äh... Bro, hast du überhaupt einen Führerschein, so wie du fährst? Allah. Oh, natürlich, hä? Aber dein STO war auch pinke Auspuffstreifen. Oh, Linksspieler, Linksspieler, Linksspieler. Ja. Ja. Ja, war weg. Ey, hier unten ist es doch, Anna. Und, nur das? Ah, ich seh's. Ja, der ist... 73. 100. Ja, ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Abortz, Junge. Sonny. Johnny, der Kid. Ey, vor mir, äh... Ja, ja, Luftspendiger, ich komme. Benjamin, Kuss! G-Klasse. Er ist ein Medaillenträger. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Bro, kennst du den Trick mit Auto und Spitzhacke? Nee. Wenn du, ähm, Spitzhacke, ne? Ach so, im Auto bist du. Ja, ja, ich weiß nicht. Der ist weg. Ey, Bro, ey, das checken die Gegner aber auch nicht. Aber du müsstest ja nicht hin, Bro, dir ein Doppelmedaillier. Ja, ich kenne da, ja. Oh, die haben ja übelst ab, Junge, die haben ja richtig Panik. Oh, ich habe mir ein Ding wie ein Zahn-Skript gegeben und... Ja. Ah, Bro, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Ich glaube, wir sind in der Splash im Tunnel. Komm, 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 komm. Ich mache ihr Ding. Ich habe... Ja, der hat auch Bunker, Bro, der hat auch Bunker. Nein, ich sage, ich sage, war kaputt, genau. Oh mein Gott. Pass auf, Bro, die werden pushen, die werden pushen. wir haben noch ein buch ja noch ein buch der buch der snowbro kommt so ich war auch noch ein buch das ist eine minute 80 eines von einer staunen die hätten wieder alles gehabt nicht beide luft gehabt nicht so einer der luft ja das hat minus geschrieben leute da ist er gerade schon erheulen oder was das wasser leute junge macht die doni ready der ansage ist ansage braun man kann doch keine ansage in die chat reinschreiben und dann rumholen drei minuten später das hat denn den bann zufolge oder nicht was meint ihr also chat entscheidet denkt ihr das ist ein banngrund oder nicht es ist natürlich doof aber auch keiner zwingt in sowas reinzuschreiben das sei ja niemand hat ihn gezwungen reinzuschreiben das war es gewesen die los ja was soll ich sagen würde persönliches pech würde ich mal behaupten pp persönliches pech das war nicht ich das war dein bruder ja dann durfte deinem bruder hat kein zugang zu dem account geben das war also es war jetzt ein bruder gewesen also vielleicht kannst du die dicke entschuldigung einfallen lassen würde ich davon noch mal absehen aber ja die nuss ist schon doof wovon wir sind gegner bei der station hier vielleicht verlieren wir ja noch vielleicht verlieren wir ja noch er sagt er muss schon viel passieren dass wir haben alle medaillen ist halt echt krassen dass man bot wasserfähigkeit ist es ist leider echt übel aus für dich ja ich mache umfrage danach leute ich mache umfragen oder road 20 baum schon linus junge Ähm, bei mir sind es noch zwei Teams, Bro. Komm mal. Das ist ein Bot. Toll. Was? Bro, die, also die Waffe, die verändern die so regelmäßig. Einer ist hier direkt links unten, ne? Ja. Machen wir den Stein kaputt. 50. Äh, 45, ich hab ihn. Äh, 48 auf dem Mate. Ja, komm. Ich komme. Ich sitze hier unter den Elke. Ja, Bro. Denkt auch, dass du unter den Elke wir sitzen kannst. Er denkt auch, er ist unsichtbar. Junge, Junge, Junge. Er hat, glaube ich, hier noch Luft, glaube ich, gehabt. Ja, Luft, Luft. Der Luftbändiger. Jawoll. Ey, Simo, wenn besser. Kuss, kuss, kuss für den Sechser hier. Kuss, kuss, kuss. Dann werde ich halt gebannt. Dann kriegt mein Bruder eine richtige Stelle. Okay, Bro. Ja, aber, also, ich glaube, Linus, dass du Geschichten aus dem Paulaner-Garten erzählst, leider. Boah, ich trinke gerade einen Paulaner-Spitzi, aller. Boah, sollte ich auch mal holen? Den habe ich auch noch hier. Boah, Paulaner-Spitzi ist geil. Ja, ja, Paulaner-Spitzi ist geil. So, ja, noch gut, zwei Duos leben noch. Hier ist einer. Bin on my way. Ja, spot. Junge Sailor, rastet ihr richtig aus. Ey, Sailor, kuss, 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 kuss. Oh Gott. Also, Bro, das sind wirklich Linus-Lobbys hier gerade. Oh, das sieht echt übel aus. Eieieieiei. Wir haben sogar 25 Kills, aller. Bro, ey, Leute, kuss für den ganzen Support heute. Kuss, 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 kuss. Äh, nee, ich habe einen Lamborghini. Ich habe nur den SCO aktuell. Ich habe den SCO. Ich habe doch den Performante damals verkauft gehabt, Freunde. Also, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Du hast nur einen Lambo? Bro. Das läuft auch nicht mehr so wie früher. Miese Zeiten. Da muss man wegrationieren, Leute. Weißt du, früher hattest du noch mehr, aber... Erre, Sophie, erre, erre, erre. 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 Eins in den Chat, erre. Oh. Ja, wo sind die letzten zwei, Bro? Junge, wo kämpfen die? Timo, die wollen High-Den-Zieg spielen. Die wollen High-Den-Zieg spielen. Ich glaube es auch. Hä? Wo sind die? Keine Ahnung, wo die schimmeln. Adler, das ist der zweite Account. Bro, Junge, was... Bro, was haust du hier raus, Junge? Andonation, Alter, geht es dir gut, oder was? Crazy, Bro. Kuss. Was waren das schon? 3.000 Euro hier donated. Ich küsse doch deine Augen, Alter. Vielen Dank. Daneben? Bro, das geht nicht. Das geht nicht. Oh, aber ich habe einen Millimeter gerade daneben geschossen, dass der nicht reinging. Frech. Oh, ist der Solo? Nee, der Mate ist hier. Warte, mir haben wir das auch. Ein voll Shitcrack. Wow, 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 wow. Wie kann der denn eine Krone haben, Bro? Ja, kann man. Also manche... Bro, die haben Krone, sind aber so bummed im West. Oh, ein Solo noch, warte. Let's go, Alter. Let's go. Let's go. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Willst du noch ein Game und an den Rank ran, oder? Bro, wir können ja gleich schon so einen Rank rein, oder? Also so, wir müssen jetzt erstmal warten. Ich muss jetzt erstmal kurz warten. Bro, der Linus hat doch hier groß angekündigt. Ich kann noch mal kurz die Nachricht vorlesen von Linus. Also Linus hat geschrieben, jetzt epischen, dann wieder 50. Die Frage ist, was meint der denn mit 50, Leute? Ausgezeichnetes Teamwork, Leute. Meine eigene Spiele war ausgezeichnetes Teamwork. So, was sagt ihr? Ich mach Umfrage. Ich muss kurz eine Umfrage machen, Bro. Ich muss den Chat fragen. Ja, easy. Chat darf entscheiden. Chat darf entscheiden. Also Linus, du hast jetzt nochmal die Chance, ein Statement reinzuschreiben. Was? Adler donated. Nein. Nein. Bro. Junge, da hat Linus aber hier... Also da hatte er ja... Alter. Der Adler donated 50 Euro. Und Chris haut ja auch nochmal 12er raus. Bro. Sailor haut hier 50er raus. Junge, nee, nee, nee. Bringt ihr für Linus einen, oder was? Bro, er hat einmal wirklich 50 Euro für Linus rausgehauen. Checkst du das? Und wo ist Linus im Chat? Also da muss ich jetzt mal hier... Der hat sich nicht mehr bedankt, glaube ich. Einfach übernimmt die Schulden für Linus. Bro, er hat einfach die Schulden für Linus übernommen. Checkt ihr das? Ja, Mann. Hala. Wo ist der jetzt im Chat? Ich seh ihn gar nicht mehr. Boah, schau mal, Bro. Hast du Kron-Siege? Ey, Bro, ich hab gar keine Kron-Siege somit. Bro, schau mal, Junge. Letztes Nacht ist so gesucht, Digga. Schau mal an, Bro. Junge, der nimmt den Kron mit. Boah. Bro, so am Suchten, Digga, aktuell. Ja, ich würde gerne davon Linus mal ein Statement in den Chat hören, ich sag ehrlich. Da muss eigentlich echt ein Statement jetzt in den Chat reinkommen hier. Der ist einfach offgegangen. Er hat einfach keinen Bock mehr. Linus hat schon kurz Account gelöscht. Ja, der hat einfach Account schon gelöscht, Leute. Ja, alleine, weil er jetzt echt, ja, wirklich, Bro. Adler haut hier gerade 50er raus. Und Linus macht sich aus dem Staub. Crazy. Ich glaube, er hat auch jetzt den verlassen. Scheiße. Ey, Nico, danke dir für die 2,50. Kuss, kuss, kuss für die Doni, Bro. Ja, ich finde auch schade, dass er das Schnitt verlassen hat. Das Schnitt ist halt nicht ein Mann, ein Wort, ne? Das stimmt. Ein Mann, kein Wort. Boah, ich habe Double Banane. Double Banane. Boah. Oh, Bro, ich habe hier so eine Battle Pass-Crest aktiviert. Ja, ich komme zu dir. Wo bist du? Nice. Bro, er ist wirklich abgehauen, Leute. Crazy. Bro, er hat einfach wirklich den Chat fallen. Also, checkst du das? Checkst du das? Bro, er hat aber, der ist einfach durchgezogen. Ey, Bro, ich habe gerade eben so eine Quest aktiviert. Ich habe so eine Voice-Line gerade die ganze Zeit. Ja, Junge, selber schuld, wenn du irgendwelche Quests machst. Bro, wer labert denn da? Du, Alter. Der große Zeus wird bald wieder aufreden. Ne, Leute, das Ding ist, Adler hat, also Sailor hat die Schulden von Linus beglichen. Die Schulden wurden beglichen, Leute. Deswegen können wir ihn nicht bannen. Aber Linus hat sich nicht mal bedankt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt traurig. Das ist schade. Bro, gib mir doch nicht diese Dreckswaffe, Leute. Oh mein Gott! Bro, dieses Visier, Leute. Ich spiele das nicht. Real Rap, ich spiele über die Graue. Ein Wahlvisier, oder was? Ja, der pusht. Er ist vor dem Spiel. Ich pickaxe jetzt. Ich gucke mal hier. Ich pickaxe. Hä? Warte, ich muss neben ihm sitzen, ne? Ich kann nicht, ich pickaxe. Hä, was ist das denn? Ging gar nicht. Hä? Müll, Leute. Müll. Also, ich sag dir leider, dieses Thermalvisier, ich hab so gefeiert, als es rauskam. Ist da einer? Ja, aber es ist einer. Komm, komm, komm. Lass die. Mittlerweile, ich hasse Thermalvisier. Also, es lohnt sich halt nicht mal zu spielen, nicht mal eine legendäre mit Thermal würde sich lohnen, weil die so nichts trifft. Bro, im Trailer, wo die gezeigt worden ist, da ist so, boah, Junge, geil. Da ist so wieder so ein Visier zum Switchen in Thermal. Ja, ja, ich dachte auch, geile Waffe, aber dieser Rückstoß da, der ist ja, als würdest du, keine Ahnung, zehnfachen Rückstoß haben auf einmal. Ja, ja. Thermalvisier leider nicht zu gebrauchen. Ich fühle, ist es, äh, viereckige Visier oder ganz mal Rohpunkte halt am meisten. Sophie, du siehst aus wie meine Lehrerin. Was? Ja, das ist vielleicht auch deine Lehrerin. Bro, we build different, bro. Eure Lehrer sind bei mir Chat-Moderatoren. Geil, Mann. Mir ist langweilig, kannst du, Lius? Hahaha. Bro. Mir ist langweilig. Kannst du mit Lius fahren. Bro, du hast du seine Schulden beglichen. Du hättest halt nicht seine Schulden begleichen dürfen. Hey, Bro, das ist crazy. Bro, im Relief ist der, Leute, im Relief ist der Sound einfach vom Lambo krasser als in Fortnite. Das ist crazy. Ja. So bretter ich auch immer rum. Hinter uns, hier hinten, uns und ginge. Ja, lass mal gehen. Ich glaube, es ist auch nur ein Bot. Nee, ist kein Bock. Kommst du? Davon ist auch noch jemand. Darf man wissen, wie ich heiße? Nee, nee, nee. Das ist geheim. Das darf keiner wissen. Ich heiße Paul. Willi Walter 2006. Willi Mustermann heiß ich. Willi. Oh. Was ist hier, Junge? Oh, Junge, da ist er auf Flamingo. So, let's go. Oh, entspannt. Wie heißt du eigentlich Dave, Bro? Mit richtigen Namen, also Vornamen. Hä? Heißt du Dave oder was? Ja, also nicht auf dem Ausweis, aber eigentlich schon, ja. Also auch in Relief, so nennt mich jeder Dave. Ja, wie heißt du richtig? Also, was steht da, also, anscheinend heißt sie ja da nicht Dave. Ja, auf dem Ausweis steht nicht Dave, leider. Ja, was steht denn da auf dem Ausweis? Was denkst du denn? Voll Idiot. David. Äh, ja, David, David, ja. Bro, du bist einfach ein David? Bro, du siehst einfach aus wie ein Dulli, Junge. David heißt einfach David. Checkt ihr das? Schade. Junge, sorry, Philipp. Und nennt sich Dave. Checkt ihr das? Was ist da los? Dieter. Dieter, Junge. Dieter Knight. Dieter Knight. Ja, ich wünsche dir schon seit der fünften Klasse, der Dave, ne. Warum denn? Wie kommt man denn von David auf Dave? Ja, also wir hatten in unserer Klasse damals drei Davids gehabt. Einer wurde mit David angesprochen, einer mit dem Nachnamen und ich wurde dann zum Dave, ne. Crazy. Ja gut, aber so ist mein Nussard. Findest du das cool? Aber amerikanisch ist das, glaube ich, normaler Spitzenhofbedarf, ne. Und ja, ich fühl mich saucool damit. Wie cool? Boah, schon so ne 10 von 10. Das ist cool. Kevin Scott in Fortnite, weißt du? So, so fühl ich mich mit dem Namen. Und wie fühlst du dich? Ich fühl mich auch gut. Wüsste ich gut, dass ich Dave heiße? Das freut mich. Ey, Ceylan, hör jetzt ruhig auf. Bro, ja, hör auf zu daten. Ich find doch den Linus gar nicht mehr. Ich muss da den Linus. Ich kann dir jetzt nicht einfach bannen, Bro. Du hast extra seine Schulden bezahlt. Ich kann ihn ja nicht bannen. Das wäre ja dann gegen die Regeln. Bro, ich küsse doch deine Augen für die ganzen Donis. Wirklich kuss, Bro. Kuss, kuss, kuss. Das reicht jetzt hier. Reicht jetzt hier. Boah, da hat gerade jemand übelst krassen Witz reingehauen. Du bist der schlechteste YouTuber. Ironie. Oh! Heftig. Er hat einfach Ironie durchgespielt. Junge, das ist Endstation. Endstation. Boah, stark, Leute. Vor uns Medaillenträger. Ja, ich komme. Du bist einfach der heftigste YouTuber. Auch Ironie. Du nicht. Boah. Ich seh die. Junko da. Ich bin ein bisschen hinter dir, Bro. Alles gut. Solange du Wölf bist. Glaubt, du bist so ein richtiger wilde Kerle-Fan. Kann das sein? Boah, ich treffe halt nicht. Nein! Oh mein Gott, ich habe mich einmal getroffen, Bro. Nein! Ja, ja, Bro, er ist down. Nice. Pass auf, der Maid ist hier noch irgendwo. Der pusht dich, der pusht dich. Oh, er ist ein OP. Ich will kill ihn. Ja, Bade. Ich kann es mich hier holen. Ja, ich hatte den Sniper ohne Visier. Es ist halt echt anstrengend zu spielen. Ich habe es gar nicht auf dem Film, wie man nicht spielt. Ich spiele halt so selten ohne Visier, dass ich einfach nicht weiß, wie die Schüsse fliegen. Also, wie man das so anvisieren muss. Das ist voll ungewohnt. Oh. Einmal den Philipp wiederbeleben hier. Das war ich, Stani. Okay. Okay, Michael, da warst du echt schlecht. Aber du hast mich trotzdem besiegt. Dafür gibt es große Props. Boah. Oh, der hat Luft gehabt. Geil. Das ist ein erdwändiger, Leute. Geil, Junge. Boah, ich bin gespannt, ob morgen. Aber ich denke mal, morgen werden eh die Fähigkeiten verboten sein. Boah, ich bin auch gespannt. Schade eigentlich, weil die echt geil sind. Denk auch mal, ja. Boah. Ich wollte mal kurz eine Nacht aus dem Chat hervorheben, die ich gerade lese. Nee. Standard Skill hat kein Aim. Ja, das Ding ist, Omar, weißt du, ich finde es cool, dass du es jetzt auch gecheckt hast, so, ne? Ich habe das schon vor fünf Jahren festgestellt. Ja. Aber, ähm, ja, so, bro, ich, ich carry ihn ja, ist ja. Ich, ich, ich bin ja da, weißt du. Ich bin ja da. Boah, Stani hat halt einfach leider keinen Aim. Ironie. Ironie off. Boah. Bro, überleg mal, du kriegst einfach so einen Brocken auf den Kopf. Du bist jetzt beständiger. Der, der Brocken fliegt einfach und du fliegst, guck mal, du bist da hinten, Leute, du kriegst so ein Ding einfach auf den Kopf. Boom. Das wäre so lustig. Boah, Jürgen, ey, denkst du, das geht, Bro? Hey. Du, die Dinger fliegen ja richtig weit. Ja, überleg mal. Das wäre echt crazy. Oh, schade. Guck mal, da unten ist einer, da unten ist einer. Überleg mal, du triffst jetzt den. Boah. Guck mal, ich war so ein Ziegel. Oh, Bro. Ich habe ihn getroffen, einfach. Bro. Die laufen. No, Bro. Der ist da drinne. Der ist da drinne. Der eine ist one. Dinger. Warte mal. Oh, das dauert ein bisschen lang zum Nachladen, leider. Oh, der ist da so. Der ist einer, der unten auch. Da, Gasper, runterfallen. Oh, jetzt hier wird die Felsbrocken. So, und. Ach, Bro. Ja, Bro, damit zu treffen ist auch echt schwer. Ja, der Schutz ist halt cool. Bleib mal kurz stehen. Ich gucke, ob ich die noch wegboosten kann. Warte mal. Ja. Ja. Boah. Du kannst die Gegner einfach damit wegboosten. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob man einen Fallschaden bekommt. Weil damals, wenn man diese Eiswahn hat, hat man einen Fallschaden bekommen, ne? Oh, da holt gerade jemand 5 Euro raus. Der Sailor anhaut die 5 Euro raus und schreibt, David ist voll schlecht. Da ist meine Ur-Oma besser. Statement, Dave Knight? Oh, ich kenne keinen David. Aber ja, dieser darf entscheidend wohl schlecht zu sein. Aber ich meine, der kann ja gar nicht mich meinen, Bro. Ich habe 9 Kills, Junge. Kann ja gar nicht mich meinen, aber. Ja, aber 9 Kills ist jetzt auch nicht so, dass das wahre. Also danach gehen wir auf jeden Fall in Rank rein, Freunde. Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube, wir sind ready für Unreal, Freunde. Ready für Unreal. Ich bin mal gespannt, was wir für Gegner bekommen. Lead lohnt sich, jawohl. Soll ich den Lamborghini Bearbrick zeigen? Der steht hinter mir. Ganz hinter mir. Am Fernseher. Ich bin mal gespannt, was heute Ranked abgeht, Leute. Denkt ihr, dass wir heute Unreal schaffen? Bro, spielt mal Ranked immer nur Battle Royale. Hä? Irgendwie haben die letzten Streams alle Ranked gespielt. Was laberst du? Das hat mein Lambo auch boost. Josen. Josen, Bro. Kurs, Kurs, Kurs für die 10 Euro. Wir hatten das Thema schon öfters gehabt, wegen Hangar Games. Es ist sehr schwierig, Hangar Games zu streamen für uns, weil es so viele Modder gibt. Also, es ist fast unmöglich, Hangar Games leider zu streamen. Auf Computer zumindest. Also, wir müssten dann auf die Playstation wechseln. Dann würde es vielleicht gehen, aber ja, alles andere. Oh, blau. Schwierig. Also, wir würden gerne mal wieder Hangar Games machen, aber das ging halt, es ging halt nicht, ne? Das ist halt schwierig. Aber es gibt mittlerweile einfach zu viele Modder für GTA, deswegen ist das sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Bobby war Gegner, ne, Dave? Ja, ich glaube, die sind die mit der Medaille, Bro, ne? Pass mal auf. Ja, aber die waren schlecht. Boah, ich hoffe, morgen beim Cup ist Sniper verboten. Ja, ich bin mal gespannt, was alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Was? Was war das denn, Leute? Das sind noch andere? Oder? Ja, rein hier. Nehmen, Bro. 116er eine. Ähm. Bro, er killt mich einfach mit Dings, Bro. Aber die kommen eh nicht runter, die kommen eh nicht runter. Er killt mich einfach mit Dings, Bro. Mit, äh, DMR. Lol? Ja, ich glaube, die haben die Soyz DMR. Hast du, äh, irgendwie noch Teal oder so? Gar nicht, Bro, leider gar nichts. Ey, Ulf, Junge. Ich hab mich, äh, BG und so, Bro. Ulf, auch mal wieder da, crazy. Ich komm hier über rechts, ich geh mit dem Zip-Line runter. Hinter uns, hinter uns, Bro, hinter uns. Ah, ein Bot, ist ein Bot, ist ein Bot. Weiß ich, ob die Close hier kommen. Ja, nice. Wie findest du eigentlich Sniper nach, die sind da, die sind da. Wie findest du eigentlich Sniper nach dem Update, Bro? Richtig Müll, Bro. Ich sag dir ehrlich, was... Einer Headshot, Bro. Einer Headshot, 92, der ist im Busch. Ja. 116. Ich geh, Bro, ich geh rein, geh rein, geh, einer ist down. Der andere hat 100 Dings. Der kannst du killen, kannst du killen, easy. Bo, ich wollt grad sagen, die sind nicht gekillt, Alter. Der eine war... Der war ja Full of Bro wegen Bananen und so. Ja, okay. Der hat Schaden geschluckt, aber war das gut. Ähm, ich sag, ehrlich, Bro, was bei mir hilft, bei Sniper, ist, den Schalter einfach abzumachen, Bro. Ich glaub, dass der Schalter irgendwie auch was verändert, sag ich dir. Ja, ich glaub auch. Die haben extra den raufgemacht, dass die allgemein schlechter ist oder so, kann ich mir auch vorstellen. Weil das war dann für sie immer drauf, ne, wenn du es einfach findest. Ich find auch, der Soundbug gibt mir so auf den Keks. Ja, ja, komplett, Bro, komplett. Äh, doch, doch, wir streamen morgen. Wir streamen morgen den Armag, den Lost Legends Cup. Den streamen wir morgen. Bro, ist jetzt eigentlich so die Meta, also im Nobles Rank, ist das jetzt so die Nobles Meta Erdbändiger, Freunde? Wisst ihr das? Ich glaub, ja, oder? Überleg mal, Erdbändiger ist ja fast unendlicher, äh, Dings. Unendlicher, äh, Bunker. Kann man eigentlich, geht das eigentlich weg dann? Ne, doch, das geht weg. Okay, man kann immer nur eine Mauer plasen. Aber überleg mal, wenn beide Erdbändiger haben, dann kann man, äh, äh, eine Doppelmauer plasen. Hast du die letzte gekillt? Nee, das ist, glaub ich, zur Zone gestorben. Egal, Bro, was die für Lobbys haben, ne? Leute, ich streamen so morgen 16, 17 Uhr. Mal gucken. GG. Zwei Runde Win. Back to Back Win, Allah. Ah, okay, Leute. Ich würd' sagen, Ranked sind wir ready, oder? Ranked. So, ich mach Aufnahme an, Leute. Für Schrottkanal. Warte, ich mach Ding, boah, ich, äh, kauf mal kurz den Skimrow von dir, ja? Okay, mach das. Du musst Dingkombi machen. Ja, ich mach Anmod. Ja, Luis, ich bin Aske am Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar, heute geht's endlich auf Unreal. Also, wir hoffen es zumindest. Wir haben jetzt in den letzten Tagen schon einige Runden gespielt. Beziehungsweise habt ihr auch die Videos gesehen. Wir sind aktuell 48% Elite. Danach kommt Champion. Und dann geht's in Unreal rein. Dave Light ist jetzt schon 30% Champion. Also, es könnte heute wirklich gut möglich sein, dass wenigstens eine Person Unreal wird. Wir werden natürlich unser Bestes probieren. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Runde. Let's go von Noob zu Pro. Easy. Geil. Geil, Leute. Geiles Intro. So, warte, ich mach kurz den ausrüsten. Und dann geht's ab, Junge. Hier. Der Matius. Boah, wir sind einfach Zwillinge. Ihhh. Einfach Philipp und David. Geil. Junge, die Fortnite-Zwillinge. Top Anmoderation. Danke, danke fürs Feedback. War stark wie Kloßbrühe. War gut, war gut, war gut. Gudi, gudi, gudi. Eins setzen. Ey, Banani. Freigesprochen und nicht abgelesen. Leute, checkt ihr das? Das Banani hat ja 100 Euro Amazon-Gutschein gewonnen. Aber 50 Euro Amazon-Gutschein. Ich weiß gar nicht mehr. Und Banani will einfach die Gutschein nicht haben. Checkst du das? Und der ist nicht mal Mitglied hier. Also, Banani macht auch Rich, aber ist nicht mal Mitglied hier. Bro, Banani war Real Talk Erde, Mann. Nee, ist enttäuschend. Ist enttäuschend. Er ist nicht mal Mitglied hier. Das ist enttäuschend. Ja. Ist gut weh, Bro. Ist gut weh. Aber ja, gut. Was soll ich sagen? Ja. Darf ich gehen haben? 18.000. Spielst du Brawl Stars? Sailor, ein Kuss für die 5er Nummer. Äh. Ich spiele ab und zu noch Privat Brawl Stars. Aber ich weiß, vielleicht kommt mal wieder ein Video. Mal gucken. Ich habe mich jetzt verbessert in Brawl Stars. So ein Update-Video. Road to Pro. Müsste eigentlich echt mal kommen. Ich spare auf einen BMW M2. Da muss man sehen, wo man bleibt. Oh. BMW den neuen M2, den G87 oder den alten? Der neue ist so geil. Hol dir auf jeden Fall einen neuen. Wie? Banani fährt Auto? Ja, Adler, sorry. Dann nenn nicht mal um auf YouTube. Mein Bester. Ja, Banani weiß auch nicht. Banani will sich jetzt ein Auto bald holen. Banani einfach Macher hier. Läuft auf einmal. Banani geht auf jeden Fall YouTube-Stile. Deswegen bald M2. Bald Abholung. War ein neues Video, Banani. So. Also, ich muss sagen, Bro. Ja? Ich kann Unreal schon ein bisschen riechen. Um ehrlich zu sein. Ich rieche schon ein bisschen, dass wir gleich an Unreal kommen. Ich habe eine Prediction. Ich habe eine Prediction. Ich habe eine Prediction. Werde? Bro, ich sage dir ehrlich, meine Prediction, wir werden jetzt erste Runde komplett ablosen. Das wird meine Prediction sein. Weil, wir brauchen wieder, um reinzukommen. Wir brauchen, um reinzukommen, um den Vibe der Ranked Lobbys zu feilen. Aber weißt du noch, vor drei Wochen, die erste Runden liefen katastrophal. Ja, dann sind wir reingekommen. Aber wir machen jetzt eine altbewährte Taktik. Altbewährte Taktik. Kann nichts schief gehen. Ich wollte gerade sagen, Dinge, die laufen, sollen wir nicht ändern. Sag mal ein Sprichwort. Wie heißt das Sprichwort? Ich weiß nicht genau, wie das geht. Never change the running system. Never change the running system. Da war ich raus, deswegen konnte ich mir das nicht merken. First round. Ey, aber das Ding, wir warten hier. Guck mal, da kommen direkt wieder Leute mit. Es kommen direkt. Warte mal, wohin. Nee, der ist unter mir. Der schafft es aber nicht. Ah, der landet. Ja, okay, die landen hier mit Mühle. Ja, jetzt komm mal. Der tut ab. Aber Brody, also der fliegt doch echt viel Müllhaufen. Oh, wir haben die outdropped, Junge. Outdropped. Guck mal hier. Der fliegt sogar besser wie Dave Knight. Noob. Noob, 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 noob. Okay, jetzt guten Loot hier, aber wir hatten ja immer eh Gottloot hier. Ja, aber auch Slope Truck und so. Easy going. Ah, stimmt, ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, das gleich zum Slope Truck. Ja, ich sag Gottloot direkt erstmal nur graue Waffen. Ja, du musst dem guten Loot dann auch würdig sein, weißt du, du musst... Ja, okay, Instant Impulse haben so geil, Mann. Oh, und Luftbändiger. Oh, big. Das ist... Das alleine ist schon ultra big loot. Okay, komm, komm, Slope. Ja, wir da. Oh, ich wollte gerade sagen, der ist weg. Nee, nee, nee. Also ich sag, ich hab jetzt schon gut looten, ne? Ja, es erhebt mich auch. Also das ist echt... Also hier wär ich landen im Cup, sag ich ehrlich. Hier wär ich landen im Cup. Nein, ich lande hier im Cup. Nein, nee, ich hab zuerst gesagt, was laberst du? Hier ist dann noch ein blauer Pump, ne? Äh, hab ich auch noch mit. Nee, nee, ich hab hier zuerst gelandet, ich lande hier. Ja, okay. Du hast jetzt gesagt, du willst woanders landen. Ja, okay. Darauf hab ich mich jetzt verlassen. Vermutlich Francie gehen. Aber wehe, auf einmal, Bro, sehe ich, erst nur eine Dayflat wird von Standards gekillt. Nee, Bro. Wenn du Fran... Hier ist noch Dings, wenn du brauchst. Also ich sag ehrlich, wenn du Francie gehst, ich werd dich... Kannst du Bunker mitnehmen? Ich hab Heal dafür. Äh, ja, easy. Bro, ich glaub, kommen Leute hierher, oder? Ja. Vor uns, Leute, Bro. Lass mal aufs Rache raufgehen. Ja, das war Dany, das war Dany und andere Stream-Silver, komm. Ich hab mal 30, 60. Einer ist down, einer ist down. Bro, der Stream-Silver ist ja voll Noob gewesen, Bro. Ja, der ist 90, wir kommen. Ja, der ist die pushen, Bro, warte. Ey, bitte. Warte, Bro, ich... Ich mach den Trick, warte mal. Ey, Bro, bitte... Bro, was sind das für schlechte Stream-Sniper? Hä? Die werden ja wirklich immer schlechter. Bro! Oh mein Gott, hinter mir einer. Nein, da brauchen wir noch einen Stream-Silver, in der Baum ist noch ein Stream-Silver. Ja, äh, ja. Bro, der ist noch schlechter, hä? Bro! Wie schlecht sind die? Fabian, Junge. Wie schlecht! Bro, diese NRG-Fischi. Und, Junge, dass die Leute... Das waren wieder... Der hat ab, der eine hat ab, Bro. Hier ist ein Glider. Hier, über uns, über uns. Kill den bitte, kill den bitte. Bro! Ihr Loser! Bam! Ey, Bro! Oder Leon Melone am Stream-Snipen. Unfassbar. Bitte, bitte löschen. Löschung, Löschung. Löschung beantragen, Bro. Mal wieder wegen schlechten Stream-Sniping. Crazy. Drei Leute. Drei Leute und keiner von denen hatte mehr drauf als... Farnbelag. Es ist mal wieder unglaublich. Du. Es ist mal wirklich wieder unglaublich. Oh, Mann. Das zieht sich... Bro, das zieht sich nicht. Hä? Bro? Ich check's auch nicht. Mit diesem Fortnite-Skill zu spüren. Also wirklich, mit diesem Fortnite-Skill. Da würde ich persönlich erst mal in die Dings gehen, in die Practice reingehen. Bevor man hier gegen die großen Jungs irgendwie was macht, ne? Erst mal in die Practice rein. Erst mal in die Practice rein. Und dann könnt ihr nochmal wiederkommen, ja? Bisschen Training. Bevor man hier mit den großen Jungs spielt, sollte man erst mal einen Lockerinnen machen. So. Easy. Das war ja mal wieder locker. Ich hab's direkt gesehen, dass das Stream-Sniper sind. Und dann pushen die auch noch. Und kassieren. Ja. Das war so heftig. Das war mal wieder, das war mal wieder Erlebnisquert. Das war crazy. Komm, lass direkt hier links lang gehen. Ja, ich komm zu dir. Lass nochmal... Bro, Real Talk, ne? Ich sag dir ehrlich. Der Bot zu rekrutieren ist viel zu überwachen. Ah, der ist weg, der ist weg. Ist schon weg, schade. Hier ist noch feuerbändiger. Oh, hier sind noch Dings hier. Warte mal, soll ich mitnehmen? Schon mal hier Schildblasen mit einmal. Ah, hier wird auch nochmal Schildblasen schon mal? Ist sogar noch ein bisschen Loot. Reicht, damit ich nochmal Schildblasen. 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 Hä? Es ist ein Bunker, Bro, bist du los? Ach, hier sind Schildblasen. Da liegen noch ein Bunker. Bunker, Bunker liegen auch noch. Ich hab vier Schildblasen, so hast du vier Bunker. Oh, du darfst hier mit meinem S-Bunker. Nee, 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 du. Ich hab hier mein Luftauto. Gönnt mir nicht, schade. Junge, wie schnell ich einfach bin, ne? Wie viel schneller ich einfach bin. Marco, Junge, 63 Monate Resub. Checkst du das? Checkst du das, Dave Knight? Was check ich? 63 Monate Resub. Das ist verrückt. So, wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Es ist lieber nur noch 35, Leute. Junge, wenn wir erste Runde gewinnen, das wäre ein Zeichen. Das wäre ein Zeichen. Oh, hinter uns? Hinter uns? Siehst du die Schüsse? Links? Ja, Richtung Südwesten. Westen, Westen. Irgendwie hier unten müsste sie sein. Hä? Du musst viel schneller wegnehmen. Du musst ein bisschen aufpassen. Ey, die haben aus der Richtung aber geschossen, ne? Ey, Junge, wo sind die? Ich glaube, ich flippe hier aus, Leute. Wo haben die sich jetzt wieder versteckt hier? Die sind weg. Sind die da? Hä? Ich muss hier... Hä? Warte, wir haben jetzt aus Friends wieder geschossen. Ja, hier kamen gerade Schüsse. Ach, Bro, das... Ja, das ist Banani... Bro, Bro. Banani, Alter! Der Eklige. Junge, Banani, bleib da in deinen Schuppen drin, sag ich dir. Komm, wir machen jetzt mal Room-Tour bei Banani, okay? Komm, wir gucken uns mal... Seine Butze an. Bro, hast du das gerade gesehen? Nee. Okay, wir machen jetzt Room-Tour bei Banani. So. Okay, Banani, zeig uns mal deine Hood. Oh mein Gott, Junge. Eieiei. Boah, ist das krass hier. Boah, heftiger Gaming-PC. Boah. Junge, was für ein... Küche rein, Küche, Bro. Boah, was für ein heftiges Setup hast du hier. Echt heftiges Setup. Crazy. Geil, Banani. Okay, komm, wir haben ab. Wir haben ab. Das stinkt bei Banani irgendwie. Irgendwie stinkt es bei Banani. 10 von 10 Room-Tour, sag ich. Oh, reboot, 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 reboot. Ist ein Auto oder so, Bro, nichts, ne? Ey, ich muss viel laufen. Aber die werden gerade gepusht auch, die werden gepusht von oben auch gerade. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Ja, ich war nicht voll lange nicht bei dir. Ja, ich warte auf dich. Flowberry, vielleicht klappt es dann. Die fighten, Bro. Ja, wenn du dir. Das rein, das rein, das rein. Hinter uns auch aus. Faint schützt mit Wasser. Nice. Der hat 60. Ja, sie ist so stark. Da kommen noch welche, Bro, hinter uns. Da war der Schirrkatz, Bro. Ich habe 84, Bro. Nochmal, that's one, that's one, that's one. Hinter mir, seiner, hinter mir, seiner. Bro, bro. Ich sage, Bro, ich habe... Du warst doch full, Bro. Hau ab, hau ab, Bro. Hau wieder ab, hau. Oh mein Gott, Bro. Ich mache all dem so, Bro. Ich check's nicht. Bro, ich crawl. Ich muss halb, du leuchst rein. Bro, du warst doch full life. Bro, ich hatte 38 Schilder gehabt. Oh, ey. Bro, ich habe gecallt, Bro. Ich habe gecallt. Ja, Bro, wenn ich so einen Schuss auf den hatte, Bro, er war one gewesen, der eine. Du hattest einfach nur raus und auf den anderen gehen müssen. Easy. Ja, Bro, nicht, wenn wir so einen Peak auf die haben. Wisst ihr, was ich meine? Die kamen ja von außen. Bro, wir hatten three Shots auf die. Da braucht man sich nicht heilen. Wenn die irgendwie noch 30 Meter weg wären, okay, kann ich sehr verstehen. Aber nicht, wenn wir die Free Shots auf die haben. Haben wir bloß gemacht? Ich habe es gar nicht gesehen gehabt. Ach so, ja. Warte mal. Ich gucke mal. Erstes Game. Wow, 1% plus 49%. Wuhu. Geil, Leute. Geil. Hast du, wo wir drei early kills hatten. Ja, war ein Spiel Rank-Runde jetzt, das sage ich. Bro, aber real talk, die Trommelpumpkin macht doch so wenig Damage, Digga. Also, Trommelpump wurde so krass genervt. Ja, spiel die doch nicht. Na, dann wirklich, ich muss echt die neue Pumpkin spielen. Die neue... Trommel ist echt nicht geil, Mann. Crazy. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ist klar, ich hätte noch ein bisschen chillen können, aber das war so... Das waren ja so Free Shots. Ich weiß nicht, Alter. Das war halt 1-1 gewesen. Wusst ihr, was ich meine? Wäre definitiv rausgekommen, hätte man ja einen gekillt. Fertig wäre. Egal, Bro, sorry. Nächste Runde geht's ab, Alter. Pass auf, gleich kommt wieder, äh... Leon Melone und sein Kumpel und Stream-Sniper. Zwei Free Kills. Junge, nein. Ja, Leon Melone, könnt ihr doch mal kommen? Wir brauchen nochmal zwei Free Kills. Nee, die sind jetzt ja mal practicing, sage ich dir ehrlich. Die sind jetzt ja mal practicing. Ja, ja, ja. Die sind jetzt erstmal, Leute, die sind jetzt gerade erstmal in der Practice-Zone drinne. Bisschen, bisschen Training machen, du. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die großen Jungs mitspielen können. Ja, das ist ein bisschen ein 1 gegen 1. Das waren Elitische-Spieler gewesen, das waren keine Diamond-Spieler. Also das Ranks-System in Fortnite-Juell solltest du nochmal ein bisschen lernen, du, ne? Wir sollten mal ein bisschen nochmal, bitte nochmal ein bisschen Training machen, du. Bisschen anschauen hier mal, ne? Bisschen, du, bisschen mit Fortnite auch auseinandersetzen, ne? Nicht immer Müll einfach in den Chat schreiben, ne? Super. Aber crazy, aber for the round, ne? Das haben 18.000 Leute Rank gespielt, jetzt schon 23.000. Boah. Ja, von 20 Minuten 5.000 Leute mehr Rank. Nur wegen uns. Ja, die haben gesehen, Standardskill, Dave Knight spielen, Rank, boah. Da müssen wir auch mit rein. So. Junge, 72 Kronen-Siege mittlerweile schon. Ja, ich hab wirklich aktuell kein Leben, ne? Das ist krank. Ja, schade. Damals hatten wir Kronen-Duell gemacht und so. Jetzt mittlerweile bist du auch da für Rentner. Das wäre auch, glaube ich, zu krass gewesen, wenn wir erste Runde gewonnen hätten. Aber das Ding, ich hab ja Gefühl, weil erste Runde ist ja so Rank geschützt, ne? Was ist die erste Runde? Rank geschützt? Ja, erste Runde ist geschützt. Du kannst die erste Runde keinen Minus machen. Wirklich nicht? Ne, ne. Die erste Runde des Tages kannst du keinen Minus machen. Ah, lol. Krass. Da sollen wir dann so ein Schlossmuskel verschauen. Immer unten rechts. Wenn man jetzt weg, ne? 25. Bro, kuss für die 6 Euro. Kuss. Linus. Linus, Isar. Schenk mal ein Lamborghini. Ja, ein Vorteil kann ich dir gerne ein Lamborghini schenken. Aber ist gerade nicht im Shop, sorry. Ah, okay. Der Maximilian würde 1 gegen 2 im No-Bild gewinnen. Okay, okay. Ja, wenn du gegen Bots spielst, dann kann ich das auch schaffen. Wo Gott sagt. Hab ich gerade lag? Boah, nicht. Ich hab weg. Ja, Justin. Ich denke dran. Hallo, Dave, nein? Achso, der ist commuted, hast du? Ich hab's nicht im Lack drauf. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Nein, boah, was ist das jetzt, Leute? Nein. Bro, ist dein Internet weg? Boah, mein Internetkabel spielst du? Das ist schlimm. Hallo, hallo? Ja, ja, hallo, hallo, hallo. Hallo, hast du mich? Geht, 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 geht. Ja, ja. Bro, bist du kurz über Kabel gestolpert oder was? Ja, ja, ja. Bro. Aber Internetkabel ist weg. Hallo? Hallo? Ja, ich guck mal, ob es jetzt geht. Komm, Franzi. Komm, Franzi. Komm, Franzi. Ja, ja. Banani ist wieder drinne. Banani, welchen Rank bist du überhaupt? Komm, Slurp Truck. Komm, Slurp Truck. Trust me. Komm zu dem Slurp Truck. Jawoll. Hörst du mich ja, ne? Ich hör dich, ja, ja. Ich hör dich, ich hör dich. Okay, easy. Ich hoffe, es läuft jetzt, aber es musste laufen. Wir gehen jetzt Slurp Truck. Geben wir rein. Einfach ankommen, Franzi. Ja, Franzi ist eigentlich auch ein geiler Spot. Deswegen, ich hab, weißt du, ich hab die Hoffnung, dass morgen im Turnier auch die Leute Angst haben vor der großen Stadt, weißt du? Ja, haben die auch, haben die auch, weil die meisten wollen ja so safe spielen und so. Ich glaub, also ich glaube, ersten Tag könnte es echt easy sein. Junge, hä? Die Drum Gun ist doch im Spiel? Die hab ich ja ewig nicht gefunden. Hä? Hä? Die Drum Gun ist doch im Spiel? Ich hab die ab und zu aus diesen Waffenkisten, aus den Waffenbunkern quasi gefunden. Boah, also die ist aber ultra selten auch geworden. Ja, das wird die jetzt ja ewig nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob Bananen hier mitgeflogen ist, ich glaube. Bananen, wie bist du das hier? Ah, wobei, nee, das ist ein anderer, glaube ich. 130? 160? Der ist unter uns. Der ist so ein Katana. So, sind zwei, aber sind zwei, hier ist noch einer. Ja, der ist auch gekommen mit Lost Master Chiefs. Geh rein. Hinterher waren, hinterher. Ich hab' ihn. 80. Oh, ist so one, bro. Nice. Oh, die waren Champion? Da kommt noch mal einer, bro. Ich hab' keine... äh, Pumpka Bullets, bro. Hast du was? Ich hab' null. Komm her, komm her. Geil, danke dir. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja. Eins, zwei, drei. So, Bro, man kann gar nicht hochimpulsen, WTF. Nein, nicht. Wegen der Wand oben. Oben sind aber noch zwei, pass auf, pass auf. Da hinten, da hinten, da hinten sind die. Ich hab' sonst Bunker zur Not. Okay, nice, nice, nice. Ey, haupt aus, bro, haupt aus, haupt aus. Auf Dachzimmern oben. Ja, 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 ja. Pass auf, rechts, rechts, rechts auch, rechts auch, rechts aus. Ja. Einer ist abgehauen. Er steht hier auf dem Dach. Okay, jetzt sind doch hier zwei da Teams gelandet. Ja, ist alles für mich selber, glaub ich. Vor uns, vor uns, Bro. Ich geh' los, ja. Ich push, ich push, ich push. Ja, ich komm mit. Es ist ein Make-up von hinten, Bro. Warte. Lass' den Buschen kommen. Ja, einer, rennt weg. Komm hier, rennt, links, 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 links. Alles, komm. Lass' schlau, spiel, lass' gar nicht da so pushen. Dass die schön high bleiben. Die sind unten, die fighten gerade. Komm, 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 komm. Hier, hier, hier. Alright, ja, lass' da rein. Oh, Bro, ist so one, der eine. Der hat ab, der, oder? Ist down, easy. Aber das ist, war noch einer, glaub ich. Ja, hier war noch einer. Hier, der Tür. Komm, 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 komm. Easy. Bro, die war unreal. Die fancy fighter. Da ist noch einer, noch einer. Noch einer, noch einer, noch einer. Unter dir? Unter uns, unter uns, unter uns. Komm, runter, komm, runter. Hier, bei mir, von vor mir ist das drin. Komm, 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 komm. 80. Einer B. Ja, easy. Bro. Bro, das ist auch süßer, war. Mammut und 120er first. Junge, Leute, Leute, Leute. Bitte ins Training gehen, du. So, Sommer. Kinder ist einer. Habt ihr gerade keine Schule, oder was ist hier los? Dass ihr hier von uns, von den alten Leuten kassiert. Crazy, crazy, crazy. Ja, vier Kills, Starter hier aus Frenzy, geil, Mann. Das nehmen wir mit, Leute. Also, Bro, wenn der eine Gart unreal gewesen ist, dann bin ich super unlimited unreal. Sag ich dir aber. Junge, das waren auch, vor allem, man hat ja gemerkt, dass das wirklich Streamsniper alles waren, weil die alle nachhinein, die kamen ja erst nachträglich rein, weißt du? Ja. Hier ist episch der neue Pumpgun. Dani, Bro, ich muss gleich kippen, Dani. Wir schauen drei Leute unten links zu. Ja, so supporten die, Bro. Ja. Lauf weg, Dani. Lauf weg, Dani, Alter. Ich geh mir jetzt episch der neue Pumpgun am Start. Sehr gut. Ja, lass dir ein Auto nehmen und weiter. Ja, ich hab noch Berries für dich. Schau mal, weil ich... Ich hab auch flow-bill ich selber. Selber Wäsche. Ich gönne mir das, Junge. Wenn wir jetzt gewinnen, dann kriegen wir Dickpunkte, ne? Ja, ja. Dann werden wir jetzt so eine dicken Punkte kriegen. Feierabend. Ich glaub, wir werden sogar, wenn wir jetzt direkt gewinnen, Unreal. Ja, mal schauen. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie viel Prozente man jetzt bekommt auf Champion. Bin ich mal gespannt. Also, ich sag, du wirst direkt Unreal, weil wir so heftig sind. Junge. So heftig beiseite. Alter, ey! Junge! Junge! Ich glaub, es wird einfach... Anzeige ist raus! Stark, Banani hat sich killen lassen von jemand anderem. Super Banani. Er hat sich genauso killen lassen können. Stark, Banani. Danke dir. Ja, war klar. Komm, war nochmal gegen mich. Ja, komm, trau dich. Auf Wiedersehen. Ich dachte, wenn der Bremse keine Dich ist. Ey, hier, Bro. Ich hab's. Ich hab's. Oh, nie. Oh, 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 oh. Oh, nicht so gut. Oh, mein Gott. Ich bekomme den Pack, Bro. Oh, warte, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab, Bro. Ich hab's. Ja. Ich hab's. Oh, starker Bunker. Starker Bunker. Die kommt zu dir. Die pushen nicht. Die ist schlimm auf einen. Stark. Ich komm nicht hoch, Bro. Ich hab high. Ich hab high. Ja, das ist alles. Okay, alles. 25 nochmal. Ich schieß kaputt. Nice. 38 ist die eine nochmal. Oh, mega. Dein 39. Ich glaub, brauchst du dir? Ich mach einen Bunker hier oben. Warte? Ja, mach Bunker. Einer, Craig. Oh, Gott. 6 HP, Bro. 6 HP. Hab ihn. Stark. Oh, er hat mich. Easy. Woohoo. Boah. Das war auch schlecht von uns gespielt, muss man einfach sagen. Also, wir sind da so oft nicht. intensiv reingegangen. Das war halt. Das können wir nicht machen. Ich sag dir echt, wir dürfen nicht mit Auto in die Leute reinfahren. Das ist. Das können wir machen in so normalen Lobbys, aber nicht mit dem Ranked spielen. Ging gerade nochmal gut aus hier. Das ist halt echt, naja, das ist halt so easy für dich, uns einfach da abzusprayen. Aber dann wurden die greedy, wurden greedy gerade. Wo die ein bisschen Damage gefahren haben, die wurden richtig greedy. Erdbändiger sogar. Nice. Aber das haben wir gut runter gespielt. So, sehr gut. Da lassen wir uns doch hier nicht hier veräppeln von denen, ne? Da merkt man gleich, welche Klasse wir haben. Willst du Reckless reingehen? Jaja. Reckless. Leiner. Können wir uns doch noch episches Gewehr kaufen? Ehe wieder 5000 Gold am Start. Jo! Ogusan, Junge! Alter! Haut hier 60 Euro raus! Kuss, mein Besser. Oh Gott, jetzt habe ich Druck. Er meinte, ich hole einen epischen. Jetzt habe ich Druck. Oh mein Gott. Junge, wir müssen doch auf jeden Fall einen epischen holen. Ja, in der 60 Euro. Auf jeden Fall. Was ist mit den Lobby's los? Das ist ja nützlich. Anstieg doch jetzt schon mal an. Wieder nur noch 35 Leute am Leben. Ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ist sehr gut. Auto? Auto, hier, Bro. Hier, hier. Seht's. Komm, zwei. Ich geh' Falkern raus, zu dir. Komm hier. Und die ab, oder ist das? Die gehen auf high, die sind hier auf high, Bro. Ja, warte, ich komm zurück. Tschüss, 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 die sind hier auf high. Ach, müh, müh, müh. Ich geh' rein, Bro. Ich geh' jetzt aus rein. In dem Haus drinne. Ey, 80 auf einen. Ja, Bro, ich geh' hier auf high, ich geh' auf high hier. Ich komm' zu dir. Ich hab' die sind über uns, Bro. Ja, ja. Ich bin bei denen, auf deren Posi. Ich bin auf deren Posi. Ich hab' nichts zum Impulse oder so. Einer ist cracked, einer ist cracked. Die pushen nicht, die pushen mich, Bro. Du musst zu mir, du musst zu mir, du musst zu mir. Ja. Komm. Deiner haut die nach hinten ab. Die gehen mit Luft weg, glaub ich's. Beide oder einer? Ja, beide, beide. Ich push, push. Die haben beide Luft. Ja, einer ist noch hier, Bro. Die sind weg, die sind weg, die sind weg. Juh, die haben beide Luft, okay. Irgendwann hast du auch immer powered. Bro, ich sit' hier. Einer ist cracked, einer ist cracked, einer ist cracked. Und noch hinten ab. Guck mal, 20 auf den. Äh, ich kann den out holen, Bro. Warte, ich hol' den out, warte. Komm, wir eh nicht hinterher, sag ich ehrlich, das ist so lächerlich. Guck mal, wo die sind. Junge, die sind schon am Ende der Welt wieder. Ja, ja, Bro. Geh, geh. Das ist so heftig. Oh, hier kommen noch welche. Kommst du dir, Bro, mit Auto? Ach, du bist das, okay. Ich will, ich will Auto, ja. Also, du kannst noch mal heim, Bro, dann lass die Zonne fahren. Äh. Also, kommst du echt nicht hinterher, wenn die zwei Luftwändige haben, das ist sauber. Dann ist das Ding leider over, Mann. Aber, ich sag' ehrlich, ich bin zufrieden mit der Round. Wir haben gut Damage gemacht. Damage zählt ja auch immer viel. Dürfen wir auch nicht vergessen. Willst du mal ne Waffenbunker nach vorne? Ja, ja, safe, safe, safe. Äh, warte, hau. Äh, die kommen gleich noch. Ja, ja, ja. Geh links, 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 links. Hier, schau mal. Ja, ja. Lol. Was ist denn mit dem Auto? Er ist crack, down, down, down. Zack. Bro, er ist hier, er ist hier. Hit nochmal, gute Hits, gute Hits, gute Hits. Oh, du musst ihn killen, du musst ihn killen. Let's go. Oh, hä, Bro, Junge. Die waren auch schlecht, äh? Also, jetzt re-rap. Ja. Die waren nicht gut. Ich bin auf jeden Fall wasserbändiger. Ja, dann wieder. Luftbändiger. Hier ist auch nochmal Luftbändiger, ne? Ja, ich hab... Lass zum Bunker ballern. Jawoll. Ah, Insel wäre auch hier, ne, Bro? Ja, ist aber erst mal Bunker, das ist ja mal Bunker. Aber da sind welche drüber, da sind welche drüber, glaube ich. Ja, okay, dann lass doch auf die Insel warten, oder? Weil wenn ihr unten kämpft, dann haben die... Ja, ja, ja. Insel kannst du auch umrüsten, die Waffen und so. Oh, die waren wirklich nicht gut gewesen, Bro. Wie greedy, for no reason. Ja, ja, ich schickte auch nicht die Ränder rein und... Also, zuerst hauen die Abbräu... Wie Bum, 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 wie Bum. Sind auch welche? Ne, 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 ne. Aber die Medaille kommt jetzt langsam in unsere Richtung. Ich bin immer ein, die du hoch, die du hoch, die du. Ja, ich würde jetzt einmal umrüsten. Auch einmal Visier drauf. Und Sturmgewehr. Da hinten sind welche. So. Also, ich finde die Lobbys echt, also bisher entspannter als sogar letztens, wo wir gezockt haben. Aber man muss auch sagen, wir sind jetzt schon so Mitte der Season. Es sind halt auch schon viele Unreal, ne? Das ist halt... Guck mal hier ohne ab, hier ohne ab. Oh, Bro! Guck's da ab, Bro, und eine Pumpgun. Gottloot. Gottloot. Komplett, Mann. So. Äh, hier, Bro, hier, schau mal. Ja, lass... In den Busch. In den Busch. Ja, 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 ja. Lass mal hier bei mir landen, vielleicht. Hier blau Marker, hier ist einer bei mir. Oh, ja, ich komme nicht. Und die Feindlichkeit. Hau ab, hau, 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 hau. Ja, oder ab? Ja, ich... Bro, schau mal. Hier unten ist jemand am Bergrand. Ja, lass hin, lass hin. Ich seh's. Hier rechts. 80, 9... 1 AP. Den hab ich ihn. Rechtsrum, rechtsrum. Der kommt runter. Oh, ja. Ich mach Bunker. Es wonen, es wonen, es wonen, es wonen, es wonen. Oh, mein Gott. Was hab ich mit dir gemacht, Leute? Junge, nein, du checkst nicht, was ich mit dir gemacht habe. Ich hab ihn grad wirklich gelöscht. Ich hab ihn wirklich gelöscht gerade. Er macht Tito raus, pass mal auf. Das war crazy gerade. Komm, links hoch, komm links hoch. Guck mal, hier rechts, 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 rechts. Hier, Bro, Bro, Bro. Ja, ich komme. Weiß ich noch mal. 1 AP, Bro. Oh, mein Gott, der ist won. Nein, wie... Hinterher mit Luftbändiger. Hinterher, hinterher. Ja. Der ist unten, wahrscheinlich bei einem Dings rein. Bei einem Zug Dings. Hier, 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 hier. Wo der Busch schleicht? Guck, Busch, ja, Busch, 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 Busch. Nee, Busch ist free. Nee. Hä, wo ist der hin? Der muss ja oben drin sein. Nee, nee, nee. Der ist schon nicht runter, Bro. Sicher? Ey, hier, zwei bei mir. Oh mein Gott. Ja, Bro, ich komme nicht. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, Bro. Kannst du abhauen? Ja, nicht wirklich. Ich bin da, ich bin da. Hinter dir. Komm raus, komm raus. Komm her, komm her. Einer ist dead, Bro. Einer ist dead, Bro. Einer, 84, 84, Bro. 80, nochmal 80. Er ist cracked, er ist cracked. Warte, ich gebe mich erst mal kurz. Bro, sind die scheiße. Die kämen wir zu zweit unten, Bro. Ich kriege mich nicht daun. Ich kriege mich nicht daun, ja, ja. Brauchst du, ich habe, ich habe Spaces, komm her. Ja, warte, ich habe mal kurz, Bandos noch. Da oben ist halt, der ist da oben, der ist da oben. Lass mit Luftbändiger hier raufkommen, Bro. Nice, danke dir. Ey, Luftbändiger, guck mal, wie du da moven kannst. Überall lang. Allerdings benutzt du das Doppelmedaille, Bro. Lass, du bist da aufpassen, erst mal. Ja, heal dich, wir heal dich noch irgendwann rein. Ja, easy. Also noch Minis, geil. Geil, boah, geil, Junge, geil. Okay, komm, komm, komm. Okay, Bro, ich will gerade, ist es dauernd zu zweit oder erst mal zur Zone zu gehen? Bei zur Zone ist es auch Fahre, ne? Ja, okay, lass, ich sage ehrlich, lass zur Zone gehen, weil wir machen safe Punkte einfach. Ich fahre hinterher. Die sind da oben, die sind da oben. Geh rechts, geh rechts, geh rechts, geh rechts. Ja, die haben Doppelwort rekrutiert, Bro. Ja, geh hier rechts, geh rechts. Das ist so eine Gamebranche, Bunker und so. Ja, ich habe auch vier Bunker, ich habe auch, das müssen wir gewinnen. Also, wir haben sechs Bunker oder so. Lass ganz auf High gehen. Auch vorn sind auch welche. Die gehen gerade auch, rötigen gerade auch. Rechts ist da, äh, Bot? Ja, nee, nee, nee. Das war ja rechts, das war ja rechts, 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 rechts. Komm hier, komm hier, komm hier, schön rechts. Schön hier links hoch gleich. Schön, wir können eh hoch, wir können eh hoch. Wir gehen komplett auf den Berg, auf, äh, Mount Olympus. Ja, easy. Oh, wir haben Gott-Posi. Oh, Gott, wir haben wirklich Gott-Posi hier. Junge, wir kommen da. Einfach aufentspannt drauf. Das ist so crazy. Okay. Ja, ich Bunker hier direkt hier vorne. Junge, ist so geil. Hier, Bro, hier rechts. Äh, die hat rechts. Nein, ich hab, ich hab eine mit Thermal-Visier. Oh, Gott, er hat gut, hilf, gut hilf. Oh, von mir auch noch mal. Der andere auch noch mal ein bisschen, jetzt. Wir können bis dahin nach vorne gehen, Bro. Nochmal 38er Headshot. 39er Headshot nochmal, aber er hält mich auch zweimal. Ich mach ein Bunker, Feiger. 39er Headshot nochmal. Ich schieße den Bunker kaputt, schieße den Bunker kaputt. Leicht. Ich geh nach rechts raus, du gleich. Crake auf einen. Crake auf einen. Ich würde auch noch ein paar Stück gekrönt. Ich hab die Sonne kaputt, ich hab die Sonne kaputt. Ja, ist sehr gut. Ist nochmal 25. 24 erst cracked. Ja, oder ab. Ja, oder ab. Ja, oder ab. Jetzt weiter aber nicht. Ich komm kurz. Wir müssen eben. Wir müssen eben. Der ist unten. Lass pushen, Bro. Ich schmeiß Bunker hier. Da ist auch stark. Einer haut ab. Einer ist hier rechts unten bei mir. Ich komm zu dir. Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Jetzt runter, jetzt runter, jetzt runter. Okay. Lass noch hinten. Hitt, 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 hitt. Crack, er ist cracked. Wenn man von oben sniped. Er ist im Bunker, ist im Bunker. Ich geh hier auf die Sache rauf und ich geh rüber. Nein, Bro. Du musst direkt holen, du musst direkt holen. Bro, ich mach hier von den Bunkern. Hab ich das überhaupt? Ja, schau es. Nee, schau es. Schau es. Oh mein Gott, ich hab's. Oh mein Gott, 5 WP. Komm her, ich hab'n Bunker, ich hab'n Bunker, komm' in Zone, komm' in Zone. Ich Bunker hier oben, ich Bunker hier oben. Äh, easy. Mein Gott, Bro, wie leben wir noch? Die sind da oben, das ist das Team. Hast du noch hier, hast du hier? Äh, hier, ich leg' weniger. Nimm du. Ich hab' hier noch Bandagen, ich hab' Bandagen hier. Nicht Blumenkull, Bro, hier ist gerade 10 Blumenkull. Warte, ich hol' das alles. Ey, die kommen ja in Zone vor uns, pass auf, ne? Die sind da oben, siehst du die da oben? Das ist noch das, hart, das da oben ist das anstrengend. Die haben wir dann full life haben. Nimm mir Gott, Zone, Bro. Hier, Bro. Ja, chill, 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 chill. Ich guck' hinten noch, wegen hier. Geil, Junge, geil. Junge, wir haben Go-Zone, Allah. Gibt's da noch irgendwo Schild? Nee, ne, vermutlich nicht. Nee. Wir dürfen die auf jeden Fall nicht kommen lassen, wir dürfen die nicht kommen lassen da. Ich geh' gleich in die Zone und dann bunkere ich direkt, ja, wenn die Zone move. Ja, okay, geil. Schießt ihm bis... Oh Gott, der hat mich getroffen. Ich hab' noch ein Minikit für dich, ne? Nice, nice, nice. Die Jumpen? Die Jumpen? Die Jumpen? Ich hab' gar nichts mit Jumpen. Die sind auf Haus. Er geht weiter. Ja, hier, Minikit, Bro. Schau mal, hier können die. Pass auf, oben ist, glaub' ich, noch einer. Über uns. Hinter uns auch Luft. Wir müssen hier nach links, Bro. Ich hab' noch zwei Impulse, wir können reinimpulsen, ne? Hau' mir, Bro. Hinter dir, hinter dir. Ich hab' noch eine Bus-Fähig. Ja, es ist 130. Ist down, ist down, ist down. Der hat 27 nochmal, der hat 27, eine links. Er hat nichts. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir haben noch mal einen. Mach' Points einfach, mach' Points, mach' Points, mach' Points. Bleibt da drin, move, 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 move. Nimm die Impulse, Bro. Nimm die Impulse, da. Ja. Ist egal, Bro, ist egal, lass' die. Mach' einfach, äh, Place'n' Points. Geh hoch, Geh hoch, Geh hoch. Der, Bro, der Bot identifisch zu krass. Oh, 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 mein. Der beste Bot EU-West, Bro. Der, guck mal, wie die spielen. Der beste Bot EU-West. Er lasert dich einfach weg. Ja, Bro, du hast reing, komm' mit mir, Bro. Bots sind ja wirklich OP geworden. Okay, ich bin gespannt, ob die Plus gemacht haben. Du hast elf Prozent plus. Ja, elf Prozent. Aber ich sag' dir, elf, Bro, ist für Champion okay eigentlich. Ja, es ist echt okay. Ich sag' dir, ich hab' 16 Prozent plus. Easy, Bro, easy. Also, gute, gute Round, muss ich ehrlich sagen. War wirklich eine gute Round. Bro, dicker, das am Ende. Ey, der Bot-Junge, der läuft auch so rum, Bro. Ich denk' die ganze Zeit, dass die Gegner ist. Weißt du, Bro? Ja, ja, ja. Ja, und du, Bro. Warn' die auch, die haben immer wiederbelebt. Ich hab' dir aber nicht gecheckt, wo die sind. Also. Ja, Bro, war lost. Aber egal, weil ich Top 30 war, zwei Duos noch im Leben. Ja, ich sag', größter Fehler, den wir gemacht haben, Freunde, wir waren zu greedy auf den einen Kill. Und der hat mich dann geholt, weil ich mal wieder meine Pumpka nicht nachgeladen hatte. Leider echt zu greedy. Aber trotzdem war ein geiler Round, Bro. Elf Prozent ist für Champion ehrlich nicht schlecht. Ich find' auch elf Prozent, Junge. Das heißt, du musst theoretisch, wenn du ja Champion bist, nur zehn so eine Runde machen, sag' ich mal, relativ, weißt du? So nicht mal gewinnen, einfach Endgame kommen, Top drei Situation, Top fünf Situation easy. Geil, Junge. Wie viel hast du gemacht? Wie viel Prozent? 16 Prozent hab' ich gemacht. 16? Boah, war eigentlich auch stark. Das ist auch gut, ja. Ich bin jetzt bei 38. Jetzt doch ein Game, so ein Gefühl bei 50 Prozent schon. 50 Prozent bist du schon? Ne, jetzt bei 38. Aber wenn wir jetzt doch so ein Game haben, dann bei 50 eigentlich. Wir wurden gar dritt da. Ich glaub mit, weißt du, acht Kills oder so hatten wir, glaub ich, beide vier. Ja, gute Runde, gute Runde. Bisschen zu greedy zum Schluss, aber... Ja, Bro, der eine, Bro, der ist abgehauen, das die ganze Zeit. Geil, Justin. Immer durch Unreal, Bro, wir haben jetzt drei Wochen nicht gespielt. Wollte ich grad sagen. Wir haben jetzt drei Wochen Rentnerpause gehabt. Also, wir hätten schon längst Unreal. Ja, ja, safe. Wir hätten jetzt drei Wochen Rentnerpause. Ja. 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 kannst du mitspielen ja ein bisschen schwierig wie heißt das rent back bling leute was denn los haben wir das in den letzten 30 tagen bekommen das rent back bling erst mal ein bier leute paulana spezi jawohl was kann auch eingetrunken wo trinkst du mal aus dose oder aus flasche 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 beste ja ich weiß aber sie ist nicht ganz so geil ich weiß ja aber geht trotzdem geht trotzdem klar meiner meinung nach ist okay das sieht echt so aus als würde mal ein bier trinken ewiger rangzeiger wo ist das jedes season neu oder ist das wenn du es einmal freigeschaltet hast wird mir das angezeigt das back bling guck mal wie an will aussieht leute ewiger rang anzeige ist das boah an wie sieht richtig cool aus aber ich war doch schon mal andere leute ist das jedes season neu oder wie cool aus und dann auch mit denen leute das wird cool eigentlich oder wenn wir anwesen das wird geil jedes season neu oder was aber ich gebe mein bestes jungen bisher schon wach hier ja ich kenne es mich doch was machst du jetzt auch mir jetzt was ja ich werde jetzt gleich paul berger aufnehmen nach haupt wie immer braun weißt du sie ja wann der renkt ich glaube nicht mehr in diesem leben silber oder gold soll sie schon werden das ja also mag sie sich auf diamant aber ich habe so dann keinen fordheit mehr so richtig gespielt kann ich mal gerade auslaufen also ich sag was deine wenn max ein bisschen grindet ich würde hier auf diamant sehen weil ich diamant oder liebe obwohl die lied ist schon schwierig weil da an will habe ich auch sind aber er ist ja alles eine frage ich finde es jetzt mein back bling das habe ich jetzt verdient durch meine elite rank ach dann extra bei groß kommen über die süße selber mit lassen dass man abdrehen so friends wieder gehen hier kann man abdrehen hier leon melone oder ja wir werden die süße über die ganze zeit die verlieren die armen brauchst du so schlecht die armen junge ich hoffe dass ich morgen beim dings habe ich gekonntestet werde die guten drohnen und war auch schon mal besser gewesen ich sag ehrlich ja mann zwei haben wir das gefunden roby am vorteil oder wenig gleichzeitig im du das abschließt dann ist ja voll crazy gelb bitte es gibt so gammel gelb farben in korte ist voll der müll hat sie auch schon mal mehr gelohnt also das ist immer so super der ziel erzieht mir möglich dass wir mir was neues herausgefunden die artige brauche klappe beleidigt auch wieder auch erst mal dass du champion kommst ja junge das redest du ich mache jetzt champion ja ich hausse ich werde jetzt die runde champion leute die rund ich würde ich würde meinen du wenn ich suche meiner der meckert immer so viel braun der ist auch nicht so gut also da kann ich dir leider nicht weiterhelfen junge wenn du max spielst du kannst auch direkt im stein zusammen spielen das würde die gegner ganz schön ärgern warte ich komm raus zu dir junge der sto aller auf jeden fall wer war das gewesen mason zero bild braun du bist der größte loser braun die sind halt auch scheiße die kämpfer hinterm wirklich hinterm bush braun sind schlecht digger ja deswegen ist schwierig on stream rank zu spielen leider ja wir haben nicht nur die warten dagegen können wir leider nicht zu uns das ist mein weg von der holen wir die trotzdem so kassiert ja wieder nichts getroffen er nennt sich zero bild und ist doch shit der ist für meine oma besser wäre unlucky schade er musste es noch zwei mal holen dann wird er gebannt easy deswegen immer reporten bro ja ja safe ja schade bro ja ja Things Roll auf Roll 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 Will So Immer dieses Stream-Sniper. Eieiei. Psych Renegade. Okay. Boah. Was er sagt. Schade. Renegade Raider. Komm, ich spiel mal Renegade runter. Ja, bro, ich würde auch gerade sagen, ich würde was gehen ändern. Mach mal den OG Skycruper rein. Na, bro, okay, willst du gleich, dass die Eldance und so oder was? Ja, mach, komm. Na, mach, mach doch mal OG Squad, voll geil. Na, bro. Mach jetzt. Schreibe ich nicht, ich nehme jetzt Ikonic Skin. Na, hä? Ich bin jetzt ein Wannabe. Junge, du hast den gar nicht mehr, was? Äh. Du hast den gar nicht mehr. OG Skycruper. Mach doch mal jetzt an. Bro, ist das voll geil. Bro, wie der, bro, jetzt rach dich doch. Du hast, bro, gewinnen. Bro, der Skin ist breiter, bro, wie Charlie. Nein, was da machst du? Bro, Skulltub ist richtig breit. Nein. Doch. Spiel jetzt geil, OG, komm. Bro, alt ist OG Squad wieder hier. Bro, auf OG angedehnt. Ja, okay, Finskey ist gut. Okay. Is it a good a skin, bro? OG Squad, OG Squad. Mach doch mal jetzt OG Skull. Wie sauer er ist, ne? Es ist so schade von Dave, vielleicht. Bro, mach ein anderes Skin. Bro, Ding, lass mal Rank Skin spielen. Nein, mach doch mal jetzt OG Skin. Mach doch mal jetzt OG Skin. Oh mein Gott, Leute. Der hat ihn gar nicht mehr. Ich glaube, David hat seinen Account verkauft. Zeig als Beweis, dass du den noch hast. Bro, ich muss dir gar nichts beweisen, bro, hä? Bro, hast du seinen Account verkauft, sei ehrlich? Digga, Bro, was laberst du? Ja, zeig ihn noch mal. Bro. Das sieht aus, sagen, zeig mir deinen Oberkörper oder so, bro. Zeig auf meinen OG Sky. Bro. Oh mein Gott, Dave, der hat nicht mal den OG Sky tut. Oh mein Gott. Krass. Zeig jetzt. Bro, Digga, was willst du denn von mir? Bro, du hast ihn nicht mehr, ne? Bro, ey, der Skin ist uns spielbar. Vertrau. Bro, willst du mir privat schreiben? Willst du mir privat schreiben oder soll ich leaken? Privat schreiben. Schreib privat oder leak. Was willst du denn leaken, hä? Bro, das ist kein Lieber. Bro, das ist der Skin viel zu breit. Ist du nicht lieber ein schmalen Skin-Spiel? Du hast ihn nicht mehr, ne? Dave, dann musst du seinen Fortnite-Account verkaufen wie ein Geld-Problem. Oh mein Gott. Ich wollte mir auch einen Lambo STO kaufen, bro. Ey, da packt er wirklich nicht den OG aus. Du bist so peinlich, Dave, ne? Bro, der Skin ist unspielbar. Was laberst du? Oh, der Skin ist breiter wie Brutus. Wann hast du überhaupt das letzte Mal OG Skytrooper gespielt? Boah, ich hab vor ein paar Tagen Skingo das Video aufgenommen gehabt. Du hast ihn gar nicht mehr, ne? Bro, ich hab das... Digga, Bro, nur weil du nicht aktiv meine Videos anstatt, das kann ich auch nichts dafür, bro. Du hast ihn nicht mehr, ne? Oh, ich hab mein Skingo das Video an. Ja, boah. Krass. Du weißt, dass Account verkauft nicht erlaubt ist, ne? Oh, Digga. Das wär ich wahrscheinlich Epic Games melden müssen. Puh, babbelst du mich hier voll. Zeig mal deine Kronensiege, Bro. Junge, du hast 70 Kronensiege und bist trotzdem scheiße. So, wir gehen jetzt. Wirst du noch mal Frenzy gehen? Ja. Bro, das hier. Trust, trust, trust. Das ist unser alter Godspot. Unser alter Godspot. Checkst du das? Junge, reckless Railway. Ja, das Stimmung wäre Bock, Digga. Ja, aber das Ding ist, der Idiot verkauft auch manchmal einfach, äh, äh, Dings hier mit Thermalwiese. Das nervt ein bisschen, aber ansonsten ist geil. Oh mein Gott, die viele kommen hier mit. Bro, ich hab ein richtig Shit-Drop, ne? Ich hab God-Drop, ich hab God-Drop. Ich hab wirklich God-Drop. Äh, Bro, zu dem Hauptaus gehen 5 Leute mit oder so, ne? Ja, ist egal, das rein, das rein. Einen ist jemand? Komm runter. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich komm, ich komm, komm. Das ist Craig. Bro, der veräppelt sich, kann das sein? Komm her, wir sprechen. Nice. Das direkt zu den Idioten. Da, rechts ist einer. Hier, rechts, hier, rechts. Hat 24, 24. Nice. Komm her, ihr gebt die Biggie hier. Die ist wegs mit Action los zum Anfang. So. Nimm Splasher direkt mit. Und dann rekrutieren wir ihn. So, let's go, Alter. Komm mal, hier rechts. Hier rechts, oh mein Gott, Digga. Chill, 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 chill. Wo ist du? Mein Gott, äh, ich bin einer, einer weh. Der steht ja oben auf dem Dach. Easy, easy. Ich hab ich kurz vor. Mein Gott, Junge. Gute hits, hatte selber Gutes, äh, Gutes, äh, Gutes. Ah, ich bin, komm, mein Craig. Warte, chill, chill, komm her. Ich hab noch einen Splasher. Warte, ich kann mir kurz Minis, danach kann man splashen. Ich hab eh nur einen. Aber nimm mal einmal. Komm mal hier, komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück. Hier, hier, hier. Ja, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Hinter uns, die sind über uns. Über uns ist einer. Glaub ich. Lass mal hier auf High gehen, Bro. Lass mal hier wirklich mal über sich. Ja. Hier, Bro, close einer. Ja, ja, ja. Close 2, einer hat 150, Bro. Ja, Bro, es sind 2 Downs. Null Deckung hier. Ich versuch die zu holen. Du kannst die Bot decodieren, dass er mich wiederbeleben soll, theoretisch. Ja, ich muss ja aber erstmal weg, sonst... Da waren aber noch so viele, ey. Einmal von beiden Seiten. Wir waren wirklich in der Mitte. Hinter mir haben welche geschossen, vor mir haben welche geschossen. Das waren einfach zu viele, Freunde. Ja, Bro, ich sag echt, wir sind wieder Friends, die da landen. Ja, ja. Mach mal OG Sky Tour jetzt. Geh, geh. Patrick. Patrick schreibt schlecht rein. Sorry, Patrick, dass wir nicht jede Runde gegen Unreal-Spieler epische Sieg holen können. Tut mir leid. Mach doch, du musst OG Sky reinmachen. Boah, Leute, wir machen jetzt voll das OG-Set. Warte mal. Guck mal. Wie hießen das nochmal, das Ding hier? Wie hießen nochmal die Pickaxe vom Renegade Raider, Leute? Ähm... Ähm... Ja, das ist mal anders. Alleine, dass ich die Pickaxe auch habe, ist auch crazy. So, wir machen jetzt voll das OG-Set. Hast du den, äh, den Reflex-Skin, Bro? Ja, klar. Geltens das Shop-Skin. Ja, klar. War auch schon einige Tage nicht mehr im Shop, der Skin. Warte mal. Wie viele Tage war der Reflex-Skin nicht mehr im Shop? 1.868 Tage. Junge, mach doch mal jetzt OG. Junge, du willst den spielen, aber nicht OG Skull Trooper. Krank. Krank. Er hat ihn nicht mehr, Leute. Er hat ihn nicht mehr. Er hat ihn nicht mehr. Great. Was machen wir denn? 1.869 Tage. 1.869 Tage. Zeig mir mal nur einmal, dass du den OG Skull Trooper noch hast. Bro! Was... Was ist das Nächste, Bro? Willst du das Nächste jetzt meinen Fuß sehen? Zeig nur einmal kurz den Fuß. Nee, zeig mal jetzt. Zeig mal jetzt. Ich glaube, du hast den nämlich nicht mehr. Zeig mal einmal kurz seine Füße. Nee, nee. Ich glaube, du hast die nämlich nicht mehr. Oh mein Gott, Leute! Hä? Leute, checkt ihr denn? Warum will Dave mir nicht den OG Skull Trooper zeigen? Welchen Grund hat das, Leute? Hm? Bro, mich nervt diese Sortierung beim Sprint komplett. Warte, wir müssen jetzt nach Alphabet sortieren, Digga. Warte mal. Hm. Ey, die müssen unbedingt diese Zählichkeitsstufen einführen, Bro. Ich check. Ich blicke nicht mehr über, Bro. Äh, spinnt. Du bist ein Noob. Du bist ein Noob, Junge. Hast du Travis Scott? Äh, nee. Hast du Rüskin? Boah, weiß ich gar nicht genau. Heißt du auch Rü auf Deutsch? Eher Ü, Ü. Nee, nee, hab ich auch nicht. Hast du Schwarzer Ritter? Black Knight? Black Knight ist das Mindeste, was man haben sollte. Ja, mach mal Schwarzer Ritter rein. Oh! Was? Was kommt als nächstes? Brutus? Charlie Skin? Bro, ey. Wirklich. Er sagt nur, Bro. Immer männliche, breite Skins. Schau, Bro. Der Skin ist nicht geil, das Spiel, Bro. Das ist ein männlicher Law Skin. Die sind nice. Die kann man gut zocken. Das sieht ein bisschen aus wie ich, muss ich sagen. Von den Haaren so her. Ja, schade, dass du nicht Renegade Raider hast. Ich mach jetzt mal den toxischen Renegade Raider, Leute. Spiel doch den John Wickskin. Den Sensenmann. Der ist auch geil. Das ist auch ein geiler Dance, oder Leute? So OG-Dance. Der Roboter. Roboter, ne? Der Roboter. Wo ist denn der Roboter? R. Ich hab die damals übelst gefeiert. Ey, ich bin nicht mal Roboter-Tanz. David hat seine Ehre verkauft. Was? Oh, Bro. Das hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Aber, Bro, ich sag dir ehrlich, ne? Also, die kommen sich natürlich krass, aber auch mit den Backflings, Bro. Hä, was ist das hier? Hä? Siehst du das? Oha, Junge, die ist vollverpackt, ja? Hä? Ja, Sansa, Bro. Junge, ist das denn wie ne verpackte Pickaxe? Junge, der Elfknight Flex-Team mit seinen Kronen ist das cringe. Ist das cringe? Bro, sagt der, der den Renegade spielt. Und wenn ich anfange, ich sollte irgendeinen fetten OG Skulltrooper spielen, der einfach viel zu breit ist. Junge, du bist ein Hater, Alter. Checkst du das nicht? Du bist ein Non-Grinder. Du bist ein Hater, Alter. Du bist ein Hater. Du bist ein Non-Grinder. Du bist ein Hater. Du bist ein Non-Grinder. Ah, Dave Knight Prime ist vorbei, sag ich ehrlich. Dave Knight Prime war mal. Bro. Ist egal. Finde ich schade, wie du über mich sprichst. Finde ich sehr, sehr schade. Ich finde, Renegade haben allgemein echt viele Leute, ne? Also in den Spielen auf jeden Fall. Wer hat den in der deutschen Community? Fix hat den? Wer hat den noch? Das war's, glaub ich, eigentlich, ne? Ich kenn eigentlich auch nur euch zwei fix und dich. Bro, hey, Stan hat gar keinen OG-Skin, ne? Ja, aber hier kommen wieder übelst viele mit. Aber ich hab eigentlich getrocknet, Bro. Yo, yo, ich hab auch getrocknet. Hier kommen wieder überviele mit, Freunde. Ganz zufällig an unseren Main-Spot. Aber ganz zufällig. Aber hey, Bro, wir shitten die. Ja, ist safe. 3, 60. Oh, 90 in der Luft. Nein. Bro, lass direkt zum Truck hinten. Direkt zum Truck hinten. Die sind da, Bro. Die sind da. Ja, die beiden da war. Ich hab noch keine Pumpgun. Ich hoffe, dass es anlootet, ne? Ich hab keine Pumpgun und so. Ja, komm hier zum Truck. Ich hab ja alles. Nein, nein, nein. Er schießt auf mich. Von oben, oder wo? Ja, ja. Warte, ich wusste, warum, Bro. Ist Craig, ist Craig? Ist Craig? Ist Craig? Ist Craig? Ist Craig? Ich muss runter, komm runter, komm runter, komm runter. Die sind unter uns, oder sind auch zwei? Ja. Alle kommen per oben, Bro. Loop down. Loop down. Nein! Let's go, Junge! Der Beste, Bro. Hä?! Aber ich checks nicht, Bro! Oh, hier, Double-L-Dance! Zombie-L-Dance! Loser! Ole, komm, kommt dir den nächsten, Bro. Hier ist mein Biggi, Bro. Wo isté? Komm bitte hier zum! das sind zum jump hat haben wir da oben da ist er darum über das ist auch der dach gerade die push die push die pushen ja recht lang recht lang oder auch macht es noch jemand ja das recht lang ist recht der herrne ja ich muss die braun die werden mich selbst bekommen gleich ich bin das ja das gut ja der solche nervigen die gar hat auch übel zu impuls woher kann ich mal impulsen jungen auch wieder so ich gebe ihnen leute er 200 leben brau er kassiert wirklich 150 damit schon ich hatte 30 hp 30 hp crazy ja hätten wir also hätten wir besseren looten war die locker geklappt ja auch alle geht das clubstark weg haben brauche ich habe gar nicht warum ist die luten das ding ist halt in die lute haben und fuhr sind jetzt nicht was machen können das machen brauche schutz und dann lass reingehen unlucky leute ggs wir spielen auch gegen die besten der besten sonde muss man auch dazu sagen natürlich habe ich blau mütze captain blau mütze blau mütze du machen ja mach blau mütze rein ja komm ich mach auch blau mütze rein captain blau brille blau brille ist auch so ein so ein mpcs team blau mütze auch ewig nicht mehr gefühlt wann gab es denn den überhaupt die gab es playstation plus gab es den damals aber war das schon ich glaube season 2, season 2 gab es den ne leute playstation plus okay was ein seltener skin aber die haben damals auch so viele gespielt das war auch krank das war eigentlich damals der no skin gefühlt gewesen blau mütze und jetzt mittlerweile einer der seltensten skins gefühlt ja die können ja so lange in der luft bleiben aber dann haben die schon loot wisst du aber wenn die dann zu uns kommen dann easy die sind ja nicht gut Leute das ist ja nicht so dass die jetzt besser sind mhm ja so ein war captain blau mütze du ich finde eigentlich auch geil captain ist halt auch voll der sweater skin geworden eigentlich schon ne ja ja safe also ich finde auch so der wiedererkennungswert halt ist bei dem skin übelst hoch weil das der einzige skin mit einer so richtig krass blauen mütze oder ja einfach so eine winter mit so auf ah schon die liebe schaukeln sind wir da schon hau Chapter 2 im Map oder wieder Chapter 1 Map, ne? Haben die nicht Chapter 2 oder so gesagt? Ich glaube, die haben gesagt... Also, die wollen auf jeden Fall mit OG neu zurückkommen. Aber ich denke mal, die werden ja Chapter 2 machen wahrscheinlich. Ja, ich denke mal auch. So. Okay, let's go. Macht Cam groß. Jetzt können sie kommen. Jetzt können sie kommen. Freekills. Fetz, Junge. Let's fetz, Leute. Schau mal, wir haben Cam groß, Bro. Keiner kommt mit. Ganz entspannt. Crazy. Ganz komisch. Das sieht man, Leute, sind dann würdeln, leider, sonst stimmt's selber. Ich hab so einen Splasher für uns hier. Auf dem her, falls du die willst. Ich hab noch ein Mini. Ich hab noch eine Mini. Ich hab auch ein Mini. Komm her, ich nimm den Mini. Ja, danke dir. Das Splasher mal einmal früh. Aber wir können Fässer nehmen. Wo sind die Fässer? Sind die oben? Weiß ich nicht, du hast gesagt, wo die sind, hier, oder? Hier, 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 hier. Ich wollte ganz sagen, ich hab die irgendwo gesehen gehabt. Warte, ich kann mir nur kurz die Mini. Komm mal deine Splasher. Komm mal deine Splasher. Ich hab's oben im Tower noch welche gibt. Feuerbändiger. Feuerbändiger ist Müll. Oh, Impulse ist auch sau wichtig. Gibt's hier nicht noch irgendwie so eingedinkste Kisten? So einge... Die eingedinkt sind? Bro, eben der Sniper. Oh! Oh! Unluftbändiger. Oh! Jetzt, jetzt, Scott loot, jetzt, Scott loot hier. So, wir können jetzt zu dem Haus hingehen, wenn du willst, Bro. Ja, warte, ich will mir noch den Loot da oben mit, von der Kiste. Ja, easy, easy. Hier ist die Anlooter. Ah, Bro, hier können wir uns wieder epische Pumpgun kaufen, ne? Ey, Bro, wir müssen ja öfters landen, ich sag' ehrlich. Wo? Ah, da oben. Epische neue Pumpgun, Bro. Ist gut. Mit guten Magazinen, das ist geil. Mit Big Mag... Was? Laba. Ich weiß nicht, ob's immer ist, aber, ne? Aber... Ne, ich glaub, das ist Zufall. Also, das wär zu krass. Wenn da immer das größte Magazin wäre... Boah. Das wär krass, also, Re-Rap. Auch ohne Visier und so die Pumpgun, geil, Mann. Genauso, wie ich sie will. Aber ich glaub, das ist random, weil der eine Bot hat das ja auch, dass da Thermalmacht schon drauf ist und so, weißt du? Ja, safe, deswegen. Also, das wär jetzt Jackie-Pod. Wollen wir jetzt ja noch Splashies? Also, cool. Wo ist denn der Bot? Äh, außen. Außen. Oh, ey, der packt da ne Banane aus. Okay, Torwächter. Mit Loot gucken. Tempo-Magazin. Ja, okay, ist random. Aber ist auch guter, guter Dings. Habe ich auch gute. Gute, gute Sachen. Und wir haben hier sogar Auto. Also, Loot zieht crazy. Oh, der Drumgun, schau mal an. Junge, Drumgun, so selten geworden. Was los? Ja, ey, warte, ich komm. So, let's go, Junge. Wollen wir... Naja, wir gucken, was du bist hier unterwegs. Ist das hier ein Bot, den wir... Ne, das ist kein Bot. Hätten wir die eigentlich rekrutieren können? Ne, ne? Ne, ne, dem Bot nicht. Dass wir unten noch den Loot mitnehmen. Und danach fancy in Fields oder so. Mal gucken. Ey, Bro, ich hab... Warte, ich hier close gegen den Berg. Aber der hat uns nicht gesehen. Der sah ein bisschen lost aus. Sicher? Ah, hier, 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 Auto. 28. Kommt die zu dir? Ne, 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 der hat eine von weg hier. Boah, ich kann den pushen. Warte, ich push den, ich push den. Ich bin direkt nah dran. Warte, die sind die vorne rechts weg. Achso, die sind nur im Auto, ne? Die pushen dich, Bro, die pushen dich. Hinter Baum da. 20, 20, 20, crack, er ist crack. Ich push ihn, Bro. Äh, 60 mehr auf den. 4-3-Bau ist ja made. Und der 20er Snipe. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein, stark. S, S1. Me, der ist bei mir, aber der war auch schon low. Und wieder ab. Ja, Bro, er hat so viel Impulse ist auch, ne? Kriegst du es hin, oder brauchst du Hilfe? Ja, er hat ab, Bro. Brau dir, du, Hilfe. Ab den, ne? Er war nicht schlecht, Bro. Er war nicht schlecht, aber war besser. Wow, wow. Dave, das sind diebe Talks, die du hier auspackst. Ja, muss auch mal sein, hier. Ja, ich sag dir, real rap, Bro. Neue Pumpkin ist halt echt ordentlich. Luftwenniger, Bro, für dich. Gönn dir. Oh! Doppelluft hier für uns. Geil, Junge. Ich hab so heftigen hier, Lau. Brauchst du full life? Hast du... Ähm, ja. Ich hab hier noch... Warte, ich hab hier noch Splasher hier. Ja, ich hab auch sechs Splasher, deswegen... Ich hab auch noch hier Dings. Komm mal her, hier. Hier nimm du hier Dings. Ich hab hier Flauberry. Warte, ist eh noch fester, Bro. Ja, komm, wir ziehen Apé, komm. Ah, boah, ich hab Kokonats. Kokosnuss. Wo ist die Kokosnuss? Ich will noch mehr Splasher, weil du sie so nimmst. Ja, lass erst mal hier Richtung Dings gehen. Hier, hinterher, hier. Zack. Junge, beide Luftbändiger. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ne Ansage. Das ist wirklich eigentlich so fast so Jackpot-Round. Wenn du Luftbändiger hast... Ja. Jetzt nochmal Bunker und easy going. Ja. Ja, wohl Bunker brauchen wir auch erst nur im Endgame eigentlich, das so. Hier ist Anlooter, glaube ich, ne? Ja, aber ich hab komplett guten Loot, also ich brauche jetzt nix mehr. Vielleicht ein besseres Stummgewehr. Ich hab graues Stummgewehr nur. Ja, guck mal, ich gucke mal hier unten. Also besser dann auch mit Visier, wäre egal. Ah, hier ist blaues Gewehr. Mit Drohpunkt-Visier. Ey, Bro, wirklich, ne? Wie hier unten kommt das? Ja, das ist das Junge, der eine hat grad zwei mit Ding... Oder eigentlich mit Wasser... Feuerbändiger. Hab's auch gerade gesehen. Links, 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 Bro. Links, links, links. Ja, mit Auto. Die fighten grad gegen andere. Oh ja. Chill, 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 chill. Geh runter. Du musst aufpassen, Bro, sie sind ja sau offen, ne? Oh mein Gott, Bro. Weg, 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 weg. Oh mein Gott, Bro. War das da? Hier sind noch welche, hier sind noch welche. Hier sind noch welche, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ich geh full weg. Ich brauch full weg. Junge, hä? Junge, der hat mich grad so gelasert mit der Wasserbändiger-Fähigkeit. Alter, ich war one. Weißt du, Bro, ob es hier noch Splashes gibt bei mir? Warte mal, ich glaube. Ja, hier sind noch vier Splashes, was da auch um mich. Er hat bändiger Fähigkeit, ich nimm mich auch mal mit. Ganz gut eigentlich. Also hier waren auf jeden Fall auch noch... Ja, hier ist eigentlich der Real-Jug, Wasserfähigkeit wurde verstärkt, Bro. Ja, wurde er auch, wurde er. Schon wieder? Ich glaube am Freitag auch nochmal, Bro. Nochmal? Wo die anderen reingekommen sind. Nein. Wie viel macht ihr mit einem Schuss? Also quasi, du machst ja mit einem Schuss... Ich glaube, die fighten dann vor uns. ...machst ja so einen Triple-Eyes-Effekt, ne? Ja, aber das haben die... Ich glaube, es sind 110 Schaden insgesamt, wenn du alle drei triffst. Komm her zu mir, Bro. Hier sind Spashy. Oder brauchst du nicht? Bro, hier sind Leute. Hier sind... Die fighten hier bei mir. Wo bist du? Kannst du kommen? Ja, ich komm zu dir, Bro. Komm mal hier aufs Dach. Komm mal hier aufs Dach. Hier, 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 hier. Unter uns, Auto. Hier unter uns. Unter mir Leute noch. Unter mir Leute noch. Ja, Biggie für dich, Bro. Hier. Du fightest. Ne, ne, Spot, Spot, Spot. Also. Da kommen wir welche mit Luftwändiger auch noch. Ah, die... Die sind hier, Bro. Wo, wo, wo? Der andere läuft ein bisschen da, glaube ich, oder? Läuft denn mit der Herr? Ne, ne, die sind hier unter mir. Also, da war ein Board und da war auch ein Gegner. Haben wir kurz den Biegel reingepfeffert. Ich weiß nicht, ob wir Zone gehen sollten. Ich sag's dir ehrlich. Ja, lass move, lass move. Komm, lass move. Weil ich hab jetzt auch nicht so gut leben. Lass move. Ja. Lass einmal, dass ich full life bin. Und dann können wir gleich nochmal reingehen. Aber da waren jetzt auch drei... Da waren jetzt zwei, drei Teams gewesen. Das macht keinen Sinn da. Komm mal hier rechts lang. Weil rechts... Links sind... ...Medaillenträger. Vielleicht auch zum Bunker einmal rein. Wollen wir zum Bunker einmal? Weil ich... Dann würde ich nochmal aufstecken. Aber komplett gut. Ja, hier. So. Ja, Franzi war gerade immer full action. Ist immer so ein Ort, da rotieren alle hin, weil die genau wissen, das ist action. Ja, also ich werde jetzt auch noch... Aber das macht keinen Sinn, so Dings, Leute. Wir wollen ja Punkte machen. Wir wollen ja abranken. Deswegen macht es jetzt nicht so viel Sinn da jetzt action mitzumachen. Ich fahre auch ein Auto irgendwo. Äh, die fahren unten im Tunnel. Also ob wir Richtung Bunker daraus auch gehen. Bro, hier bei mir sind auch welche. Ich schau ab, ich schau ab. Bro, ich bin schon im Bunker drin. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber Bunker für uns geclaimed. Boah, episches Gebär. Nochmal Luftbändiger. Aber im Bunker ist eigentlich eine Falle, wenn du da drin bist. Oh, Bro, hier kommen bei mir, hier kommen bei mir zwei. Bei mir, hinter mir zwei. Äh, äh, kommen wir runter, Bro. Ja, chill, chill, chill. Hier ist noch ein Biggie für dich. Bro, die Pusche, einer Pusche, einer Pusche. Du kannst kommen, du kannst kommen. Der ist cracked. Hab ihn. Der andere ist da hinten, Bro. Oh, mein Gott. Warte, ich bin low, Bro, okay? Chill, Gott. Wir haben Zeit, Bro, wir haben Zeit. Er ist cracked, er ist cracked, er ist cracked. Wir können pushen, wir können pushen. Ich push, ich push. Er hat ab, er hat ab. Ist er vor dir, oder was? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, stark, Bro. Bye, bye. Wichtig. Aber die haben auch voll Lost gespielt, also die waren echt schlecht. Ey, wie geht denn mit dem Feuerbändiger rein, der eine? Die hatten beide Feuerbändige. Die dachten auf einmal Main-Skill-Feuerbändige. Gibt es da noch irgendwie Heal, ein 50er oder so? Äh, lass mal kurz schauen. Warte mal, Minis. Ne, leider gar nichts, Bro. Junge, was ist das hier? Die nehmen wir mit. Was gibt es hier noch so? Luftbändiger. Naja, okay. Ich komme das weiter. Deswegen ist ja ein bisschen angstvoll, weil, schau mal, eine Medaille kommt eigentlich close zu uns, ne? Naja, komm raus. Gucken, wo die sind. Guck mal, die könnten auch hier unten sein. Die könnten auch Low-Ground sein. Ja, nee, doch nicht. Naja, doch, doch, doch. Die könnten hier vor uns sein. Hier, warte, warte. Hier, Bro. Hinter dir, es ist. Oh, wir müssen close an. Oh, wir müssen close an. Oh, wir müssen close an. Oh, 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 oh. Ja, geht nicht. Ist egal, ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab. Ah, Bro, hey, Junge, wieso sind die zu split? Ja, das ist gut, ich hol dich gleich. Ich steh bei dem Stein, Camper. Junge, der eine verfolgt mich. Das ist seine Mission. Ja, Bro, ist kill greedy, der Typ. Guck mal, das Ding ist, Bro, man kann die so chillen mit der Fähigkeit. Auch über Wasser, Bro. Es gibt kein Inneres. Du bist einfach Gott, Junge, du läufst über Wasser. Warte, ich will dich jetzt. Geh jetzt noch hoch, weil die feiern jetzt gegen anderen. Der kann halt in die Zone rein. Dave, nein, ich komme. Geil, Junge, du bist ein Macher. Ja, es hat keinen Sinn gemacht, wäre ich da noch mit reingegangen. Nee, nee, nee. Das Ding ist so, ich hab den links gesehen, der war am looten, Bro. Das hat mir so echt gefeiert, Bro, da steht da, wann wir mit dem Stein sein, Duomate. Ja, aber hier ist noch ein Team. Zwei Medaillen, oder was? Du kannst eh einfach drüber fahren, denke ich mal, oder? Geil. Ich glaube, ich hole dich da hinten direkt nochmal. Ich glaube, das ist am besten. Bro, es sind Einser-Ticks, ne? Ja, aber hier ist es, Bro, es darfst du. Easy. Das darfst du ganz easy. Locker, Dave Knight ist wieder back. Junge, ich bin im Rucksack hier, aber es ist gemütlich, Bro. Bro, schau mal, hier ist eh dein Rucksack, ne? Dein blau-rüm, blau-mützer Rucksack. Ja, ja, da bist du drinnen. Ich gehe direkt rechts weiter, weil, äh, links, ich weiß nicht, links. Guck mal vielleicht, ob du den Loot kriegst, aber das ist ein Medaillenträger. Ja, echt. Bro, wäre jetzt schon geil, wenn ich zumindest die Luftfähigkeit bekomme, ne? Ja. Ich versuche mal ein bisschen hinzugehen in die Richtung. Äh, ich spiele ein bisschen defensiver. Leute, ist hier noch irgendwo Loot? Oh, hier sind zwei Kisten. Wichtig. Müll. Müll, Müll, Müll. Die Medaillen sind vor mir im Bunker, glaube ich. Ich glaube, ich sollte das schaffen. Ja, du kannst ja schnell die Fähigkeit nehmen und abhauen. Äh, nur Müll, Leute. Das ist die geilste Fähigkeit, dass man einfach so eine Wand hochfahren kann. Hier sind zwei Waffen drin. Auch Müll. Richtig. So, ich habe ein bisschen Equipment. Dann lass einfach, äh, über rechts so eine Farm, Bro. Ja, ja, würde ich auch sagen. Lass einfach jetzt wirklich schlau spielen. Ja. Hast du Stromgewehr und so? Ja, ich habe, äh, mein Loot wiederbekommen. Guck mal, ich habe hier direkt God-Posi auf High. Und ich habe auch die, äh, boah, hier sind auch so viele Kisten. Jungen, eigentlich muss man auch hier landen, ne? Hier sind so viel Lootzeug. Und hier sind auch Dings hier, ne? Guck mal, hier sind Splashies. Äh, nice, ja. Ich bin, ich fahre gerade oder ich... Ey, wie viele Kisten hier sind, ne? Ich komme gerade zu dir, so. Jo! Nemesis episch. Boah! Bro, die kommen hier rechts, wenn ich hoch. Komm zu dir. Kommt noch einer hoch. Ist das ein Bot? Da kommen noch zwei hoch, Bro. Nummer 19, 38. Bro, hey! Nummer 19, nochmal 38. Der ist Crack, Bro. Der ist Crack, der Linke. Ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, was mit der Wasserbändiger-Fähigkeit los ist, aber ich... Ist der in der Stein? Ja. Bro! Seid mal ehrlich, ist diese Wasserbändiger-Fähigkeit OP geworden? Ey, Crack! Der ist Crack! Ey, oh mein Gott, ich treffe nicht. Da haben wir noch einer. 19, white. 19, hab ihn... Hab ihn da. Ab ihn da. Ab ihn da. Achtung, ey, wir werden gesagt haben, wir werden gesagt haben, wir werden gesagt haben. Da oben um rechts. Es ist gut, jetzt. Oh ey, lass, 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 lass. Oh, komm hier, komm hier, komm hier, ich mach hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier zu mir, guck mal, wo ich bin hier. Achso, du bist du schon los, oder was? Ja, warte, ich... Wir können eh gleich jump-patten, Bro. Ja, safe. Sind das schon welche? Hast du, hast du einen Bunker? Ich hab keinen Bunker, nee. Lass ihn da, komm, 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 komm. Nee, da ging grad, oh nee, da ging grad welche, alles gut, da ging grad welche, ist egal, wollen wir trotzdem hin? Ja, warte mal, hier links. Oh, du bist du, Bro. Richtig, Frank, hier, das schweigt nicht. Nein, 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 komm mal hier, komm mal hier, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Warte, ich hab auch jetzt die Banane von ihm. Die sind da halt am Schein, Bro, die haben Gott, Posi, wir müssen aufpassen. Komm hier zu mir, komm hier zu mir. Die werden jetzt eh gepusht, die werden jetzt eh gepusht. Guck mal, die werden gepusht, gleich. Schieß, schieß auf die. 50, der eine. So, rein, da, rein, da, rein, da, rein. Ja, komm. Ja, und ab, die, und ab. Hier ist einer drinne. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Weißt du, wir müssen noch neuer, hab ihn. Komm mal, ich sag, Flowberry, Flowberry. Ja, ich komm zu dir. Nice, Bro. Hatten ja alles gehabt. Schildblasen. Ist das eine Bunker hier? Nee, ne mit, ne mit. Ja, was? Da, hier kommen welche, Bro. Da, 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 da. Da, da, da. Lass den holen gleich. Warte, Bro. Lass chillen, Bro. Hier, Klaus, pushen möchte. Hier, Klaus. Ich mach immer ein High-Bunkern, okay? Der Big Damage, der eine. 28. 20. Yes, crack, crack, crack. Oh, er ist one, er ist one, er ist one. Wollt ihr weit? Er geht ab, so ne, hä? Er ist wirklich, nein, Bro. Hab ihn, hab ihn. Schau, schau, schau. Der Big, glaub ich, ist hier bei der Steinwand, oder? Ich glaub, ja, ja, ja. Ich geh mal kurz auf den Finish. Bro, lass rotieren, lass rotieren, lass rotieren. Komm, 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 komm. Okay, ich komm zu dem. Hast du Bunker? Ja, 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 ich hab noch einen Bunker. Bro, place direkt, place direkt, place direkt. Ich bin ein bisschen hinter dir. Nehmen uns, aber fahr weiter, fahr weiter, fahr. Oh Gott, da sind schon welche. Ich geh rechts, geh rechts. Hier, hier, hier. Warte, können wir ober auf den... Ah, gut, ne, der Berg ist nicht in der Zone. Bro, du musst hier Bunker placeen. Über uns sind welche, über uns sind welche. Oh Gott. Du bist zu mir gekommen? Mach Tür auf, mach Tür auf, mach Tür auf. Ja. Ist egal, wir müssen nur links oben aufpassen, sind welche. Links oben sind welche. Lass einfach hier im Bunker kurz chillen. Genau, lass nur im Bunker chillen. Oh, es halten die, Bro. Schau mal, hier, hier, schau mal. Na gut, die haben diese Dash-Medalle. Wir können chillen, Bro. Wenn die steigen oder so machen, ich hab noch Schildplassen für uns. Geil, Bro, easy. Ja, das ist chill. Das sind die fast das letzte Duo. Das sind sau viele Solos am Leben. Geil, wenn wir wieder hochkommen würden, aber ich... Aber ist egal, wir chillen hier, wir chillen hier, wir chillen hier. Ja. Ich hab jetzt auch zwei Schildplassen. War da um einer oder... Ich glaub, da waren zwei gewesen. Ja, da waren zwei, das war auch ein Duo. Das war auch ein Duo. Wenn die jetzt gepusht von der Luftfähigkeit da... Wenn die gepusht werden, müssen wir direkt hoch eigentlich mit Luftfähigkeit. Ja, safe. Oh, da oben ist ein God-Bunker, Bro. Ja. Hit! Ich hab gar nichts getroffen, leider. Ey, Bro, Zone ist eh entspannt, Bro. Lass mit dem Windrad einfach gehen. Dann gleich über das Wasser. Der Schwer ist mit Dingsfähigkeit. Hier, oh, ich crack, Bro. Eigentlich müssen wir pushen, ich sag ehrlich. Warte, ich will... Ah, die... Warte, die von oben pushen auch? Warte, warte noch, warte noch, warte noch. Auf die Wasser, Bro, auf die Wasser. Das Dings, Bro, wenn wir jetzt rotieren, Bro, die oben lasen an uns. Ja, ja, das warten, das warten. Ich zeig nicht, wenn die am besten rotieren. Am besten zeig gleich. Okay, äh, lass auch rotieren. Hast du noch Runga, hast du noch Runga? Ja, aber Schildplassen, Bro, Schildplassen. Ich mach hier Schildplassen auf blauem Marker, okay? Ja, ja. Mach direkt, mach direkt. Stark. Oh, nice, stark, Bro. Hier links im Bunker sind zwei und rechts sind zwei. Bro, wir gehen gleich noch ein bisschen nach oben. Wir gehen gleich noch ein bisschen nach oben. Ja. Und jetzt, komm, 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 komm. Hier oben ist ein Busch eigentlich. Hier oben ist ein Busch. Nehmen uns, Bro, nehmen uns. Komm her, komm her, komm her. Crackt, einer unten. Ja, der piegt da oben. Komm, komm her, ich komm, wir gehen mit links rein. Mit Flowberry. Okay. Drei, zwei, los. Ist das Crackt? Oh, der ist, oh, ich hab full out of zone geboostert, oh nein, oh Gott. Hier, Bro, close. Close bei mir. Einer ist das. Ned. Nice. Hast du nur, kann ich, kann ich... Nee, nee, ich hab nix mehr, hab nix mehr. Warte, ich mach hier. Geil, Bro, sehr wichtig. Bro, wir haben zone, das ist geil. Links, links war noch einer, aber der eine hat auch Crack gemacht. Chill dir einfach, chill dir erst mal. Ja. Hast du noch Heal oder so? Ich hab Minis für dich, hier, schau. Drop, drop, drop. Die werden eh von oben kommen, die werden eh von oben kommen. Du musst deine Steine vielleicht gleich wieder machen, okay? Laser die noch, laser die noch, Bro. Ja. Hab ihn. Nein, stark. Ich hab Biggie's mit. Einer ist in der Zone, Bro, einer ist in der Zone. Crack hier, nur in Schwein. Nur in Schwein in den Bauch. Stark. In die Zone, in die Zone, in die Zone. Lass von, lass von. Lass von noch, lass von noch. Ja. Der ist hier, Bro. Achtung. Der ist hier oben. Hier, hier, Bro. Schau mal, Healing. Ja, komm hier zum Busch, komm, zum Busch, komm, zum Busch. Okay, ich nehm Heilung wieder mit. Biggie, Bro, für dich, hier, schau mal. Wir haben einen Gott, Bosi. Biggie, nice, nice, nice. Wer kommt hier? Sniped. Hit. Er ist one, er ist one, er ist one, er ist one. Easy! Let's go! Easy, let's go! So clean runtergespielt. Holy moly. Geil, Alter. Ich hab mich mal in den Chat sehen, Leute, hier. Ja, jetzt will ich aber hier mal Chat-Aktivität sehen, Leute. Geil. Das war wirklich sehr, sehr stark. Junge, Bro, so geil gespielt, Digga. Ja, clean runter, ja, geil, Leute. 18 Prozent ist jetzt eigentlich gar nicht so krass. Ist okay. Geil, Mann. Ja, solche Rounds brauchen wir. Ja, 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 ja. Das war gut. Das war guti. Guti, 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 guti. Oh, wieder Cam groß machen, Bro. Jo, jo, mach mal was. Damit wir nicht jetzt wieder Stream-Sype oder so haben. Leute, easy. Easy. Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, Andreas. Nicht gut. Unsere Gegner haben auch Nasenbluten in Fortnite. Die sehen Stanni und mich und... Aber man sieht es auch wieder, ne? Also, ich will nichts sagen, aber erste Runde keine Streamsniper. Ja? Äh, äh, dann zwei Runden Streamsniper. Dann wieder jetzt keine Streamsniper direkt gewonnen. Direkt. Ja. Direkt blind. Auf Easy-Nuss. Warte mal, ich hab kein Kuss. Äh, kein Kuss, Leute. Ja, Bro, schau mal an, Digga. Die vor der... Bro. Ey, die sind dieselben schon wieder, ne? Schau mal an. Bro, das sind immer dieselben. Das sind immer dieselben. Bro, das sind dann wieder dieselben grauen Super-Land-Skills. Aber, äh, das bringt auch nur... Die dürfen nur nicht wissen, wo wir landen, weil... Mh. In die gleiche Lobby kommen ist kein Ding, weißt du? Ja, ja, safe. Das stimmt. Aber die sind halt 90% scheiße, dass wir die eh klappen. Nee, was geht das? Bro, die sollen nicht zu uns kommen, so, Bro. Ey, wir haben Blut, Digga. Easy going. Ja, ja. Safe. So, Leute. Jetzt zweite Runde hier Back-to-Back-Win, hoffentlich. Das wär... Das wär crazy. Aber wie viel Prozent hast du jetzt insgesamt? 70%. 70% schon? Boah, okay, that's crazy. Ja, das ist jetzt theoretisch eine Runde, jetzt zwei Runden winnen. Wer ist auf jeden Fall, äh, Champion. Ja, äh, ja. Vielleicht sogar jetzt, wenn noch eine krasse Runde kommt, mit höheren Ranks drinne. Sogar vielleicht nur noch eine Runde. So, ab geht's. Bro, das ist, äh, Loot-Truck, Loot-Truck direkt. Loot-Truck. Mmh, easy. Ich würde euch schießen direkt auf mich. Guck mal, davon da hinten, ihr Loser, Bro. Ihr Loser, Junge. Ihr Loser. Boah, ich hab direkt Erdbändiger. Wichtig. Ey, war letztens eine Sau stark, Bro. Weil wir keine Bunker hatten, Erdbändiger, easy going. Ich sag, ich find Erdbändiger sogar einen Tick besser. Also, Bunker sind natürlich krasser, aber wenn du nur einen Bunker hast, dann nehm ich lieber Erdbändiger mit und hab dann so fast unendlich Bunker, weißt du? Ja, safe. Vor allem diese Steinbrocken, ne, die, ähm, die du schmeißen kannst. Ja. Die machen saufig Schaden auf Bunker. Ja. Also, quasi, wenn du den Gegner Bunker machst, oder so. Ach so, auf den Bunker macht das Sinn, oder? Ja, quasi, wenn du damit auf gegnerische Bunker schießt, Bro, machen die richtig gut Damage. Ah, okay, krass. Ich glaub, zwei Bunker, Bro, und die waren das weg. Guter Call, leider. Also, das ist ja wirklich strong, dann auch. Ich muss nur kurz aufpassen, ne, dass die von vorne nicht kommen, die wir uns schon angeschützt hatten. Ich kann Bananen stacken, Bro. Und Bunker stacken. Ich hatte jetzt nur die Dings gehabt. Äh, Schutzblase. Easy. Oh, blaue Nemesis, Bro. Mit, äh, Visier. Perfekt. Oh, das ist gut. Ich bin echt Nemesis-Fang geworden, ne? Ja, Nemesis-Skyler. Schon strong. Oh, Sniper, aber ohne Visier, ne? Nee, ne, ich sag ehrlich, das Bluff zweifach ohne Visier ist echt Bluff. Also, es ist zumindest mit diesem viereckigen Ex-Visier. Also, ich kann so ne Visier, aber... Ob Sniper brauch ich eigentlich das mal Vier-Visier. Ich hab auch ne Sniper. Hm, 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 hm. Welches Visier hattest du gehabt? Die ist rot vor? Ja, dieses viereckige. Ja, ja, genau. Ja, ich nehm die Mitte, weil ich hab keine Pumpkin gerade. Ist so graue Pumpkin. Hier unten drin irgendwo. Ich hab Pumpkin, aber mal graue halt. Ich hab jetzt den grünen... Bro, wir können wieder zum einen Haus hinfahren, oder? Da können wir wieder epische neue kaufen. Ja, ja, das machen wir. So, ein bisschen weiter weg ist das Haus, aber... Das wäre sogar in der Zone hier. Hier ist eine Banane. Nice, komm ich mit. Dann mach ich rein. Mach Tür auf. Ah, okay. Geht wieder nur eine, Bro. Wo war denn das Haus? Ja, ich hab markiert blauer Marker. Hier links. Ich hab ein bisschen weg, aber egal. Na gut, hier ist Feuer-Tempel, aber lohnt's ja nicht. Feuer ist... Ja, feuer ist Müll. Feuer lohnt's nicht. Feuer ist Müll. Aber ne, wieder keine Streams-Erweiter mehr dabei sind am Anfang. Wenn wir Campen groß haben. Ja. Einmal Campen klein, fangen wir 20 Leute, kommt mit. Mach hier mal nochmal? Achso, achso, ich weiß, wo alles gut ist. Ja, hä? Da muss der Marker weg, hier. Du hast den Feuerbändiger markiert. Ah, stimmt, der hat schon. Der Feuerbändiger. Oh, da ist der Lama. Ja, vielleicht ein Biggie dabei. Ah ja, nice. Biggie, noch ne Banane für mich. Oh, ich hab drei Biggies jetzt auch. Geil, Digga. Guter Loot, Leute. Guter Loot. Nur noch besser war, wir haben halt zwei graue Waffen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber... Ja, Bro, gleich hast du eh... Also das Ding ist halt, durch graue Waffen sind auch so unwirklich richtig schlecht, Leute. Die machen so halt im Unterschied gegen legendär 20 weniger Damage und so. Gute, ne gute, ne gute, ne gute. Oh, ich hab sogar mit Big Magazin direkt. Geil. Die werden noch Splashes, aber eigentlich haben wir keinen Platz dafür. Ich kann noch zwei Bunker stacken, wenn du die, wenn du welche findest. Hier waren auf jeden Fall welche. Ey, ist der Steps noch close. Oh mein Gott. Gute Hilfs, der eine. Der eine hat auch 45, Bro. Bei dir ist einer, bei dir ist einer. Easy, Bro, du kannst den TikTok-Kader löschen, du Loser. Da kommen noch welche, Bro. Es ist am neues Team noch. Geh weg, geh weg, geh weg. Äh, äh, geh weg, geh weg. Wie das Schicksalber, wie das Schicksalber? Oh, die grauen Super-Hand-Skins. Da eben noch eine Läubi vor uns getanzt. Bro, und wieder haben wir sie kassiert, Bro. Wieder haben die kassiert. Es ist wirklich crazy, die. Bitte geht mal auf dein TikTok und sagt mal, der kann einpacken gehen, Leute. Solche Bots-Stream-Sniper, ne, Bro. Zum zweiten Mal in Folge, Bro. Komm mal hier, komm mal hier, Bro. Komm mal hier rauf, komm mal hier rauf. Schnell, schnell, schnell. Geh da rauf, dann holen wir die. Dann holen wir die. Ich kann nicht boosten. Schack, schack, schack. Super, super, super. Höp, Klaus-Klaus-Fanzi, hier der Bau. Crack! Boah! TikTok holt, Junge! Boop, 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 boop. Loser, loser, loser. Digga, libt mal lieber bei eure TikTok-Videos. Aber da sind noch welche, müssen da sein, ne? Ich weiß gar nicht genau, ob die nicht gefeiert haben hier. So, das war's Third-Party eigentlich. Da kam nämlich einer mit, äh, Dings, oder mit Jump. Der hat den Reboot, glaub ich, da hinten. Warte, ich geb mir erstmal ganz kurz den Chip, Bro, den Link, Biggie und so. Bro, solche Bots, ne? Bro! Zum 3. Mal in Folge, Bro, streamst du halt hier. Solche Lusies, Junge. Highlight, Bro, Highlight. Zum 2. Mal, Alter. Also da sah ich wirklich, Leute, das, also. Ja, die, die schauen mir auch noch zu, Bro, die schauen mir auch noch zu, oder? Junge, das ist ja so. Und dann haben die auch noch TikTok im Namencheck. Soll ich meinen, nicht mal anonym? Also. Ach, Bro. Ja, Bro, die wollen TikToks, glaub ich, machen, die offiziell, die einfach hops genommen werden, Bro. Die wollen TikToks machen, wie schlecht die sind. Yo, we are the, the baddest player in Fortnite. We are Noobs. Geil, komm, das hier wird die Gegner so fahren. Also, Bro, die Gegner machen, äh, äh, Road to, Road to Noob, wir machen Road to Bro. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Links, 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 links. Links, 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 links. Ich fahr hier auf Highground, wir fahren auf Highground. Ich hab eh, äh, bändiger Fähigkeit. Guck mal, siehst du die? Ey, fahr da jetzt auch nochmal ein Auto, Bro, sind zwei Autos. Ich glaub, das ist wieder Sandwich, ne? Ich sag echt, Bro, ich glaub, ich ist Sandwich. Ja, da kommt einer geflogen, Bro. 26. Nehmen wir uns, nehmen wir uns, Bro, nehmen wir uns. Ja, die und ab, die und ab, die und ab, die und ab, die und ab. Ja, easy. Oder eine fliegt hier? Ja, 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 Bro, schau ihn dir an. Kill him, Bro, kill him einfach. Bro, jetzt ergibt er sich, jetzt ergibt er sich. Wuhu. Bro, ich, wo, komm, weg ein bisschen. Hier, 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 komm her, komm her. Ja, es sind andere, oder? Ja. Der snipet halt. Bro, die pushen, die pushen mal. Chill, 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 chill. Oh, ja, stimmt, ey. Ich hab auch noch Impuls. Bro, wir könnten vielleicht sogar beide auch raufimpulsen. Ja, wir müssen Angst, dass die auf High-Ground gehen, von oben dann snipen, oder so. Ja, lass hier runter, lass hier runter, lass hier runter. Wir gehen rüber, wir gehen rüber. Nimm hier das grüne mit, dann rüber. Bessere Prosi. Ey, vor uns ist auch ne Medaille, Bro. Ja, lass hier links hoch, lass hier links hoch. Junge, die Midas-Yacht ist einfach weg. Midas hat sie aus Staub gemacht. Aber abgezogen, Junge. Die sind hinter uns noch? Ja, jetzt... Ich weiß auch nicht, was die vorhaben. Komm mal, zu, Bro, hier sind ja noch Splashies. Bro, die gucken uns immer noch zu. Ja, ey, ich hab eh, Bro. Loser, Loser. Wir müssen doch eh einen Filter-Clip-Ready machen. Junge, Junge. Wir wurden von Standard-Skill und Dave-Side-Hopps genommen. Junge, ist das green. Das war hier auf High, das war hier auf High. Ey, ich wollte noch so eine Medaille, warte mal. Wir sind ein bisschen Sandwich hier, Bro. Ja, auf High, auf High, Bro. Auf High hier unbedingt gehen. Ich hab eh Dings-Fähigkeit. Oh, ich komm nicht drauf, ich hab keinen Dash mehr frei. Pass auf, ne, Bro, die sind ein Time-Media-Jos, Bro. Oh, die haben die Gott-Prosi, wir haben die wirklich Gott-Prosi. Wenn du hochkommst, wir haben die Gott-Prosi hier. Ja, ich bin da. Boah. Ey, irgendwie auch wie undercover, Bro, diese Bergwände hier sind. Warte mal, Bro, schwimmen die? Ich glaub, die sind hier unten bei dem Boot oder so, kann das sein? Boah, keine Ahnung. Man, die Medaille, Bro, die ist ja irgendwo... Bro, die sind hinter uns. Komm, 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 komm. Die können wir holen, Bro, das sind auch's. Die sind hier, hier, Wanni. Lass mal nach vorne gehen, 1-2, Bro, 1-2, 1-2. Die sind direkt vor uns. Close und Downs. 30, 60. Nummer 30, Nummer 60. Ich muss, ich muss, ich muss. Einer's down, einer's down, wieder! Der zweite Mal, diesen Smeer! Bro, ihr seid zack! Scheiße! Das zweite Mal! Bitte clipt das, Leute! Der zweite Mal diesen Bot geholt! Bitte clipt das! So wen ist vor mir? 90? Ich komm, ich komm, ich komm. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich hol ihn. Bro, bitte hol die. Ist egal, nimm. Use alles, Bro. Use alles. Ja, Bro, der ist crack. Er tanzt, der hat tanzt. Yo, Bro! Bro, weg, Junge! Geh weg, geh weg, ich wurde gesliped. Ich wurde gesliped. Hopp, hopp, hopp. Ich wurde gesliped. Bro, das zweite Mal die Loser geholt! Ich kann das nicht, Bro! Und da kamen auch andere, ey. Das gibt's nicht. Schade. Ah, schade, Bro. Aber, Bro, Hauptsatz, Bro, wieder vier Streamsliper-Teams oder so. Ey, Bro, das ist zu. Wir haben diesen Mammut 120 FPS jetzt das zweite Mal, Bro. Er probiert uns das zum zweiten Mal zu Stream snipen und er kassiert wieder. Checkt ihr das? Wie scheiße musst du sein? Ey, das... Bro, nur Goofy sollte auf dem Start die Stream sein. Ich bin wirklich schockiert, Leute. Ich bin schockiert. Das zweite Mal holen wir die auf nebenbei. Ich hab sogar ein Prozent gemacht. Ja, ich hab auch ein bisschen Lust. Leute, wie heißt der? Schreibt mal seinen Namen in den Chat rein. Diga. Irgendwie Mammut on 120 FPS. Mammut on 120 FPS, Bro. Ich sag dir, kauf dir ein neues Setup. Lass das, lass das mit Fortnite sein. Geh erstmal... Roblox, E-Sport, kannst du mal versuchen, Bro. Genau, vielleicht in Roblox irgendwie da ein bisschen Fuß fassen, aber Fortnite würde ich persönlich dir empfehlen, das sein zu lassen, Bro. Das würde ich sein zu lassen. Fortnite, das Ding ist vorbei, Bro. Es ist wirklich vorbei. Ihr habt jetzt zwei Runden probiert uns zu Stream snipen und zweimal habt ihr wirklich kassiert. Also das Ding ist jetzt wirklich over. Ich sag ehrlich, das Ding ist wirklich over. Das ist ja krass. Ja, wirklich geisteskrank, Bro. Ja. Ich sag ehrlich, entweder Roblox, Lambo putzen, so ein Ding ist das für euch. Aber das ist wirklich dolle Geschichte. Aber weißt du, ich mein, die spielen ja auch Rank in der Hoffnung, dass sie Plus machen, Bro. Ja, ja. Die Jungen, die werden gleich auf Bronze wieder sein. Die sind gleich wieder auf Bronze. Eben, Bro. Bald können wir uns gar nicht mehr streamen, Bro, weil die wieder downranked sind. Also. Ist das wild, Bro. Die downranked gleich, Leute. Die downranked gleich. Bro, die waren eh nur noch Diamond 2, ne? Und die sind auch wieder bla. Ich glaub, die waren sogar bla. Die sind nur noch Diamond, Leute. Wir deranken die einfach. Jungen, das ist doch gut, Bro. Bro, hinter dir. Nein, Bro. Raus, Bro. Raus, die an, Bro. Wenn der das wieder ist. Mach keinen, Bro. Mach keinen, Bro. Wenn die das wieder sind, dann breche ich ab, Leute. Wenn die jetzt noch mal kassieren, dann ist es over. Dann ist es vorbei. Dann würde ich denen wirklich empfehlen, irgendwie, äh, äh. Lass da, lass da, lass da. Trust, trust, trust. Oder nee, nee, nee. TikTok-Kurs. Die sind wieder drin, ne? Bro. Ja, nee, nee, nee. Es ist over, Bro. Es ist over. Es ist nicht geil, Bro. Bro, die TikTok-Bots hier. Nee. Ich kann das nicht. Junge. Aber die kassieren eigentlich jede round. Ey, das will, das will. Die kassieren wirklich jede round. Junge, TikTok-Kurs und Mammut 120 FPS, Digga. Ey. Bro, bro, bro. Äh. Nee, nee, nee. Lass hier. Das ist okay. Die gehen auch da. Ja, komm. Lass es gerade aus hier. Ein Vincent-Pump kaufen, Bro. Ach, Bro. Ist das gerlich, Bro. Das ist wirklich herrlich, Alter. Das ist, also... Ich hab ein bisschen aus Sprudelfass für uns. Geil, geil, geil. Wir waren nicht krass, hab ihr vertreten. Ja, guck mal, Bro. Es zypt uns direkt einer da oben, Bro. Da oben, pass auf, pass auf. Oh nein, oh, ich hab auf Camp gedrückt. Nein, die pushen, Bro. Die pushen direkt. Ja, scheiße. Steht auf dem Dach, Bro, hier oben. Ja, die pushen alle gleich. Ja, gut. So, mehr kommen wir uns auch, Bro. So, mehr kommen wir uns auch. Oh nein. Hey, das sind auch Stream-Sniper? Die haben wir vorhin auch geholt, Bro. Die haben wir vorhin auch geholt. Echt? Ja. Ist das wild, Bro. Ist das wild, Leute. Also, Bro, wir können gefühlt kein Rank-On-Stream zocken. Das ist geistesgleich. Nein, aber das Schlimme ist, wir haben die wirklich alle vorhin schon geholt. Diesen Mellow-Cubes haben wir auch geholt. Und jetzt haben uns gerade zwei, drei Teams gestreamstript, Leute. Aber, ja, guck mal, ich glaube, wir können keinen Loot haben. Ist das geil, Bro. Ey. Schade. Ist das geil, Bro. Also, ich glaube, ich muss leider sagen, also, meine Community ist wirklich leider so, Stream-Sniper-Technos, die schlechteste. Also, okay, die gehören ja nicht zu meiner Community, aber die Leute, die mich streamstript, sind halt eigentlich echt Doc-Shit eigentlich 24-7, ne? Ja, ja. Oh, Mann, oh, Mann. Ey. Ist das wild. Ey, Bro, diese TikTok-Leute und so, ne? Die haben wir auch zweimal geholt. Den einen holen wir zweimal. Die können nix machen, ey. Die sitzen da zu Hause und heulen gerade. Die heulen gerade, wirklich. Bro, ich hab Beweis, Bro. Ich bin auf Twitch auch mit live, ne? Ja. Ich geh Viewerlist, Bro. Wen find ich in der Viewerliste? Mammut, 1, 2, 0, FPS. Ah, Bro. Oh, mein Gott. Also, heute, ich sag ehrlich, heute wurde der offiziell, ich denk mal, für den ist heute offiziell der Tag gelöscht. Also, das Ding ist ja, Leute, überlegt mal, da sitzt jemand zu Hause, ne? Der nimmt sich gerade die Zeit und er will uns unbedingt killen, Bro. Er hat so ein Ziel, er will uns unbedingt killen. Guckt Stream nebenbei. Bro, er guckt sich unsere Tactics an, was wir machen. Er sieht, was wir für Loot haben. Alles drum und dran. Mann, er hat wirklich mit seinem Kollegen, er redet gerade so, ey, Bro, wir müssen Stani und Dave Knight killen. Die sind scheiße, die sind scheiße. Dann kommen die und kassieren zweimal. Was muss das für ein Gefühl in denen auslösen? Was muss das... Da kracht es richtig. Da kracht es richtig, Leute. Das wäre so ein Moment für mich, wo ich einfach Fortnite deinstallieren würde und einfach feststellen würde, ey, Bro, Fortnite ist nix mehr für mich. Ja. Fortnite ist nix mehr für mich. Das ist nicht geil. Das ist sogar... Geil, ja, ne. Äh, geil. Ich leide das. Aber wenn du hier einen Vorteil hast, wenn du den selben Namen auf Twitch hat, wie auf... Wie ein Vorteil, ne? Die, die aus dem Chat-Cover gebannt. Bro, dann merkst du auch schon sein IQ so. IQ 5 so, weißt du? Ja, ja. IQ 5. Das ist crazy, Mann. Ey. Ist das geil, Alter. Ich leide das auch irgendwie, Leute. Ich leide das auch irgendwie, Leute. Sonst... Ey, Routy, wirklich. Ich sag echt, Routy, ich werde, ich werde, ich werde noch drüber lachen über die. Es ist halt, es ist halt unglaublich eigentlich, ja. Es ist halt wirklich unglaublich. Äh, ich lieb's. Aber ich sag nicht ehrlich, wasserbändiger Fähigkeit ist schon krank, ne? Ja, ja. Also, ich glaube, ich spiele vielleicht auch mal, Freunde, wenn ich sie finden werde. Okay, mach Cam groß. Warte, ich zeig dir, wo wir landen. Hast du Cam groß? Äh, äh, jetzt hab ich Cam groß, ja. Lass... Okay. Aber mach erst kurz, bevor wir gelandet sind, runter. Ja, ja. Ey, Bro, äh, der, der, der ist crazy. Der Spot, Vertrau. Da gibt's was, ich will nicht sagen, was. Weiß was. Vielleicht checken die. Ey. Ja, Bro, die streamen selber, ne? Nicht nur lost, sondern auch noch dumm, also. Ey, Bro, ich versteh nicht, was das für ein Feeling sein muss. Tick, doch, Kuss! Nein! Ey, ey, Bro, die quitten sogar extra ihre Runde, Bro, da vorne, ey, damit die da drin sind, ne? Ey, Bro, aber... Bro, das... Aber guck mal, ich sag dir ehrlich, ich find's eigentlich gut, dass die drin sind, weil das sind halt echt Spreepoints, ne? Ja, Bro, Bro, save. Also, Bro, wirklich, ich mach mir gerne die Mühe, Bro, heute Abend, äh, heute Nachmittag. Ist ein Bild auf WhatsApp, Bro, easy. Ja, äh, ja, ja. Ein Bild, Wot, äh, KP-Kontakte und, äh, Free. Geil. Free Bundling. Das ist heftig. Ja, ich bin aktuell voll raus aus... Also, allgemein, ich stream ja auch nicht mehr so viel. Und wenn ich mal stream, würde ich eigentlich Fortnite streamen. Weil Fortnite bockt, find ich. Ich find die Season echt ganz nice, eigentlich. So. Kann man keinen kleinen machen? Ja, warte noch, warte noch, warte noch. Ja, okay. Ja, okay. Oh. Junge, der Typ, ne? Bro, vor allem, der, äh, ja, das ist alles. Bro, hier sind aber einige, Bro, hier sind aber einige. Ja, ich lande hier vorne, Bro, auf der Waffe. Ah, oh Gott, der hat Gottloot hier oben. Direkt die Waffe. Komm runter, ich komm auch runter. Komm hoch, ich geh hoch, ich geh hoch. Hinter mir hinter mir, roll. Hey, das ist der, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Das ist's, ist krank. Er ist da, er ist da, er ist da, er ist da. Loser down! Der war sogar Champion, der Loser. Hier ist auch einer, hier ist auch einer. Die Rob mich nicht für dich, schau mal. Nice, nice, nice. das ist ja ich war das auch wieder gespielt haben würde er ist auf dach hier ist irgendwo hoch er ist noch eins über uns glaube ich ja das ist ja kaputt lang oder ist abgehauen der kämpft hier noch warte ich mal kopf geholt ja der kennt hier noch sonst bro ich hol den scanner bot wenn du willst ja lass ich das scanner bot holen ich komme vorne zwei leute zwei leute die haben wir aus dem bosch der roten super ins kind haben wir auch schon geholt da gab es gab 0 2 4 er kraut schon wieder raus ist halt alles full mit rauf ist kein spaß ja es ist halt auch nicht es ist halt auch nicht schwer zu spielen das ist das problem das ist das hauptproblem ist halt echt nicht schwer zu spielen wir haben wirklich jede runde 10 leute das sind die streams halten ihr seht es ja auch ne so die waren beide hat auch wieder full live gehabt leider der eine war direkt getrackt aber verdammt ja weißt du die haben wieder hinter der mauer gecampt die wussten ganz genau wir kommen doch gleich raus ne wir haben da aber den first peak dann auf uns ja ich glaube aber das waren keine süße aber ich sag dir ehrlich ich glaube also oh doch dieser dunklen ich glaube nicht dass zahlen wir so einen dunklen ne der name den kannte ich nicht ja gefühlt wir müssen halt camp groß machen ton ausmachen damit wir nicht hören wenn wir ready machen ja 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 ne ne lobbies kommen die immer bro weil lobbies sind nur es wird ja nur nur ein lobby aufgemacht fast weißt du ja ja aber ich meine wir wollen halt auch nicht jede runde bro erst mal 20 min einstellen dass wir keine streams erwerben ich meine streams verboten bro wenn ihr streams erwerben ey dann lassen wir die bannen für uns ein mausklick bro und mal kennengrof mach mal kennengrof mach kennengrof mach kennengrof 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 äh hab kennengrof guck mal hier was und mach sound aus mach sound aus aber die sind eh in der gleichen glaube ich dass das ding mach das was ich gemacht hab bro äh äh ja ja wir müssen uns halt einmal equippen leute wenn wir einmal equippen sind ist eigentlich easy aber man sieht auf tiktok bei dave night schreiben die ne bro ich hab kennengrof tiktok ist verzögert ein bisschen ja es ist halt es ist halt schade dass du wenig rank zocken ne noble das ist halt echt so es zocken halt nur eine handvoll rank so lass mal hier hin warte ich sag hier ja oder wo hier eigentlich auch wäre auch krass ja bros auch ich sag jetzt war das besser war das war das besser du bist jetzt auch dabei du bist jetzt auch dabei ja ich hoffe dass wir uns einfach mal pool equippen können leute das wäre geil einmal full life wir hätt's aber auch nicht gesehen die jungs jetzt hat sich keiner bedankt die wo ich jetzt kannte ich sag mal guck mal die also ich hab ja nicht mal wirklich so stress dass die also in stream snipen das ist mir eigentlich relativ egal aber die müssen halt wenigstens full looten also full stacked sein weißt du wenn wir full stacked sind das ist eigentlich viel kills sag ich ehrlich wenn wir mit wenn wir mit looten haben so brotern ist kanon ja das ist ferne aber dann ist das einigermaßen noch gewinnbar ja ja man sieht bei tik tok ich extra so gemacht wie viele genehmigt hier die letzte sekunden also eigentlich ich müsste wie mehr andere landen in dem bereich weil wir können hier auch immer abbauen mit dem wegen dem dinge haben, weißt du? mit dem dash ist es auch oh wir sind direkt Leute so mit dem dash ist hier vorne wäre noch splash ist glaube ich in dem aus hier unten wir können auch hier direkt zum drohnen ding sagen wir, weißt du? ja er ist echt wenn du kurz Minis und dann lass es gleich bis dahin ziehen mach Bohnen kaputt geht hier gar nicht lass dich zu dir drohen so jetzt werden wir mal hier uns guten Loot holen jawollo guter Loot, oh guter Loot der tut gut Leute ich guck mal kurz die drohnen runter hier ja guck mal hier ist alles full Freunde hier stack der Loot geil man ähm ich stack mal Biggies, kannst du drei Mad Kids mitnehmen? ähm ja schmeiß dich erstmal hin ich habe hier Bunker äh ohja kann ich stacken, aber ich habe schon zwei sehr gut Bunker sind wichtig und wichtig mal 50er ah ne noch mal Biggies, geil oh endlich gute Waffe Leute zwar kein Visier, aber egal und noch mehr Bunker hier ich habe schon vier Stück ja nehm erstmal vier mit ey wenn du ich könnte Dings gebrauchen äh fei äh ich nehme die Dings mit die Mad Kids alles gut oh Biggies könnte ich jetzt auch mitnehmen mit den Biggies mit so ich ich habe drei Biggies dabei ne achso ok ja warte lass mal rechts lang gehen lass mal rechts hier lang gehen ja warte ich höre mal ein Auto hier die sind ja alle in äh Plaza Pleasant Plaza sind auf jeden Fall zwei Teams ja Tick zack Nobi er ist doch wieder mit drin ne ne der ist ein anderer ne das war der Bank glaube ich oder nicht ne 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 einer auf Sach und einer unten drinnen pass auf ne äh hier drinnen sind die ja 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 die fight der Road die fight der Road ja lass rein lass rein einer einer weh bei mir hab ihn da ist hier einer die haben uns beide gekillt beide gekillt hinter dir äh rechts 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 hier weg hier weg hier weg ab ihn stark 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 ey das war wieder so funktioniert aber ey der Typ hat ein besseres er hat sogar ersten Schuss getroffen aber ich hab ihn einfach outplayed so nirg war das gewesen guck mal hier Loot Drop Ich hab bisschen Angst, wenn wir lange hierbleiben, dass die Streams dabei kommen. Ist egal, sondern die kommen, Junge, wir haben guten Loot. Guter Loot tut gut, Junge. Jawoll. Hat der noch was gehabt hier hinten? Minis, ja. Hier ist auch Medica, Bro. Ich hab, ah ok, ich hab direkt. Lass mal Loot drop gehen. Jawoll. Hier ist noch ein Lambo. Na, ich bin ganz schön am Laufen. Aber ich sag ehrlich, Loot drops lohnt sich ja auch nicht mehr. Ich find den, die... Ja, Loot drops, Bro, wahnsinn. Eigentlich so schade, weil die findet man ja so selten auch nur noch, diese Geräte. Da muss man anfordern, dann sieht's auch jeder. Und dann ist da so ein Loser-Loot drin. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber geil, Bro. Schon mal drei Kills am Start. Ja. Guter Starter. Und sogar andere, weißt du. Ja, eben. War andere, weißt du. Äh, Blau kann ich nicht spielen, Leute. Das ist, guck mal. Da kriegst du so eine Waffe mit Thermal-Visier raus. Was willst du da machen? Das kannst du doch komplett vergessen. Wollen wir mal Sturm vorher sein, getauben? Ja, ja, können wir mal machen. Ja, ja, können wir mal machen. Ja, ja. Da hinterher kommt sogar welche Karte. Stimmt, ja. Aber wir können, lass ich uns killen hier. Für Endgame ist auf jeden Fall gut, glaube ich, die haben. Da ist schon kurz Karte mit. Hier ist es auch ein bisschen drin, ne. Oder ist drei Stück wieder. Sehr gut. Sehr gut. Boah, auch nochmal ein Ding. kann ich das noch fans gehen um rein in die karre lasst franzi gehen ranzi viel dass sie auf das dach gehen ja ich denke mir wenn die welche sein wie kann denn sowas hier an gut sein wenn wir nicht landen das junge franzi viel sonst dann hier 20.000 leute jetzt feuerbändiger junge fabrik dahinter noch dahinter noch er ist zu weit weg wirklich wirklich hier sogar bunker war das kopfgeld ich komme mit auto rüber die kommt mit auto rüber die sind drin die sind drin einer nur 22 22 bei der schild krägt Ab ein. Easy. Geil, Junge. Bananen, ich will dich zu dir, Vincent. Easy. Da kommen welche. Bünderat kommt, ja. Sie sind über uns. Warte, brauche ich den Inputs weg, ja. Einer ist down. Nice. Über mir, hier hinter mir. Das ist der Bot, ist der Bot. Oh, der ist unten bei mir. Komm her, komm her, komm her. Können wir uns kurz heim, Bro? Ja, haut ab, haut ab. Ich habe Zahn, ich habe Zahn, ich habe Zahn, ich habe Zahn. Bro, das war wieder, das war auch Streamsliper. Und die waren ja wieder so dogshit. Alter. Warte, ich halte mich kurz. Ja, halt dich kurz, easy. Ey, komm her, ich habe Zahn. Ich sehe den, ich sehe den, er zahlt. Er hat mich gesniped. Der ist immer noch da unten, Bro. Wir können ihn pushen, wir können ihn pushen. Komm, ich habe Zahn. Ja, ja, ist alles gut, ich bin cool. Ich bin cool. Ah, okay. Kannst du pushen, kannst du pushen? Ja, haut ab, ja, haut ab. Du kannst nur ein Dagen, Bro, aus den Solo, ne? Ja, lass ihn dahergehen, lass ihn dahergehen. Komm, komm, komm. Er hat mich geheadshotzeit. Er hat 48er, Bro, er hat 48er, kill ihn, kill ihn, kill ihn. 1 auf E. Stark! Spinning, Jugi. Da kannst du mal den Twitch-Kanal direkt löschen, Alter. Da kannst du den Twitch-Kanal reinhauen, sag ich dir. Wir sind in den nächsten. Bei so ne. Wir sind in den nächsten, warte mal. Ich fahre weiter, doch. Ich fahre weg. Oh mein Gott, war keine Streamsliper. Aus und Weise mal nicht. Komm her, komm her. Ja. Ah, die, die wollen da oben, die, die gehen in den Waffenbunker rein. Wo sind sie, die sind? Her, wobei, Bro. Ach, ach, die pieken immer noch auf uns, Bro. Die pieken immer noch auf uns. Die gehen rein, die gehen rein. Das ist Luft, wenn die ihr schuld ist, einmal. Ja. Lass weg hier, lass weg hier, lass weg hier, lass weg hier. Ich hab zwar keine Luftbändige, aber ich hau es mal ab, ja. Ich komm zu dir. Stark, Bro. Sieben Kills, nice. Sehr gut. Aber das waren auch hundertprozentig Streamsniper, weil den, äh, Dingskin kannte ich, diesen Golffahrerskin. Und die haben wieder reingechockt. Guck mal, hier ist Luftbändiger noch. Oh mein Gott. Oh, geil. Geil, geil, geil. Wichtig. Die haben wieder reingechockt, Leute. Checkt ihr das? Was ist hier? Epische Trommelpump? Ja, ich hab selber epische. Rechtschall und Schüsse, Bro. Lass direkt hin. Das sind die Medaille, Bro. Komm, hier hoch, komm, hoch, komm, hoch. Die sind da unten. Ich hab drei, vier Mad Kids, Bro. Alles easy. Weiß dich. 60 auf den einen. Ja, ich hol die von oben, ich hol die von oben. Ich bin, ja, ich bin perfekt hinter denen. Die sind beide unten, Bro. Die sind beide unten. Ja, ja. Er hat 46er nochmal. Oh Gott, der eine hat dickhits, Bro. Der eine ist crack. Ja. Beide 50er jetzt. Oh Gott, die sind, kannst du pushen? Ja, ich, ich, ich geh von der Seite rein, ja. Die haben ab, Bro. Nein, aber die gehen beide. Ja, die haben ab, beide. Ist egal. Willst du da ein bisschen dab, Bro? Weil die waren eigentlich low, ne? Ja, aber ich bin, hab auch nicht full life. Willst du hier bei dem Haus, Bro? Ja, ich komm. Hinter mir sind welche, hinter mir sind welche. Lass weg, lass weg, lass weg. Lass rechts lang, lass rechts lang. Ja. Hab die ein bisschen angedamaged. Wir sind bei dem Haus, weil die gehen ab. Ja, ich hab aber kein Dings weg. Ich brauch unbedingt hier. Oh, ich hab Erdbändiger. Nice, 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 nice. Oh, hier ist ein Schliff, ist schon mal hier, hier. Nice. Ich brauch unbedingt, hast du Blue life noch? Ich hab da Schildfisch immer gebraucht. Ja, aber hast du noch Blue life fürs Endgame? Jetzt gar nichts mehr, ne. Ich hab Bunga, Impulse und Luftfähigkeit. Da sind noch welche. Lass mal direkt hier rechts lang. Lass mal bitte hier, wirklich direkt rechts lang. Ja, ja, lass ganz, ganz außerhalb rumgehen. Ganz außerhalb. Da pusht uns, glaub ich, auch einer. Wenn du hinter uns die Medaille pusht uns grad. Ja, dann lass mal ganz außerhalb. Ja, aber, genau, ganz schön. Ich schwärme hinterher mit Wasser. Er wird das Ding. So, hier ist ein Splasher. Los, los, los. Ja, Medi-Kids. Ich hab mal einen Biggie. Bro, soll ich Stinks liegen lassen? Mad-Kids? Ja, ich muss, ich muss, Bro. Ja, ja. Das ist hier noch. Komm mal hier lang. Du hast vier Bunker, ne? Ich hab, ja, drei Bunker noch. Ja. Boah, Junge, wie weit du mich geboostet hast. Oh mein Gott, wo bist du denn? Boah, Junge. Bro, der eine ist hier alleine bei mir? Bei mir ist auch immer, Bro. Oh nein. Der hau ab, der hau ab, Bro. 90, 100, 103. Hab ihn. Oh mein Gott. Das ist so schlecht. Ist das nicht, Bro? Ist das nicht auch noch bei mir? Ja, ich komm, ich komm. Ach, der da. Ich kann's schon, Bro. Ich kann's schon, Bro. Er ist hier oben, Bro. Ich hol ihn. Er geht wieder runter. Er geht wieder runter mit Seilbahn. 18 nochmal. Schwimmt hier vor mir. Er ist im Busch. Er haut wieder ab. 46er nochmal. Ja, stark. Der ist links lang. Ist der geriftet? Nee, noch nicht, ne. So ne Nervensäge, Bro. Hier vorne, warte. Der ist hier vorne? Ja, ich geh mal hier kurz links lang. Ah, es ist von der Insel, das haben wir auch noch. Ja, der haut kommt ab, der ist hier hinten. Ja, ist egal. Aber wir können eigentlich verfolgen. Oh Gott, hier bei mir sind auch noch welche. Oh, oh. Aber diese Check, diese Check, die Check, ja. Ich kann weg, ich kann weg. Aber Bro, ich muss noch einer mit Sniper. Versuchst du dir zu kommen? Ich hau, nee, hau, hier sind auch zwei, hier sind auch zwei. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Oh mein Gott, Bro, ja. Okay, warte, Luft anmachen, lass mal ganz hinten abhauen. Ja, wir müssen weg, wir müssen weg hier. Ja. Hier, hier, hier ist gut, hier ist gut, hier ist gut. So. Bro, die haben ja auch hinterm Stein gekämmt, die Lose. Egal, Bro, wir leben, sehr wichtig. So. Vielleicht brauchen wir halt unbedingt auch vielleicht Heal, ne? Wir haben nix mehr. Ich hab nix mehr. Ja, wir brauchen stillen, ganz dringend. Warte mal, hier ist hier oben. Irgendwo was. Ah. Guck mal, hier vorne vielleicht noch Kiste oder so. Aber hier sind auch Splashfässer, glaube ich, über dem Strand. Wir müssen wie eh Richtung Zone hingehen. Ja, komm herz mir, Bro, hier sind full Splashfässer. Wie sie? Oh, hier ist alles, Bro, Banane. Oh, egal, egal, egal. Hier ist Big Glut, Bro. Big Glut am Start. Bro, hier im Wasser sind welche? Hier im Wasser hinter mir, hinter mir. Lass die holen, lass die holen, lass die holen, Bro. Weiß ich auf den? 60? Haut ab, ja, haut ab. Steig, komm. Er hat mich, äh, bodysniped. Okay, komm, 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 komm. Lass weiter nach hinten gehen, lass weiter nach hinten gehen. Lass die das Beste irgendwie mit dem Kurzwindest. Ja, 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 ich komme, ich komme, komm. Mach kaputt. Hier, Bro, hier noch zwei. Okay, komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Lass ihn abbauen. Lass die Luft gehen. Komm, die, komm, die, komm, die? Ja, die kommen hinter uns. Lass die Zone gehen. Oh, ich sehe die, ich kann die hier gut hitten. Aber ich würde gerne, warte. Ja, okay, warte, ich komme. Hab den Board von denen. Nice. Ja, der eine ist da rechts oben, wir müssen Zone, wir müssen Zone, wir müssen Zone. Rechts, rechts, komm, rechts lang. Komm, rechts lang. Das sind, glaube ich, auch Streams, aber sogar. Komm, rechts lang. Ja, Zone. Hier ist sogar Bunker noch vor uns. Wir können in die Bunker gehen vor uns. Ja. Warte. Ähm, mein Luft braucht drei Sekunden noch. Ja, alles easy, alles easy. Ich gucke, ob die Bunker clear sind. Hier ist nochmal Luftbändiger. Sniper nochmal. Ich nehme mal mit kurz. Oh Gott, rechts oben auch noch welche. Oh ja, ich muss über uns. Ja, im Bunker war ein Safe schon welcher, aber guck mal, ob da noch Loot ist. Hey, wieso hast du Angst, dass die hier unten kämmt? Nein, sagst du ja, wie es ist. Oh, da liegt halt Loot, ne? Da musst du eigentlich echt rein. Ja, komm. Ja, lass rein, lass rein, lass rein. Oh ja, wichtig, wichtig, wichtig. Wir haben ja kurz einen Biggie hier. Dann können wir eigentlich kurz ein bisschen chillen, wenn du willst. Ich nehme den Mini mit. Scheiß auf Sniper. Warte, ich kann auch mitnehmen. Ich habe das Lop frei. Ja, dann nimm mit hier. Dann nimm mit. Achso, dann lass mich, ja, dann lass mich. Weil dann nimm du mit, dann nimm ich Sniper mit. Nimm ich Sniper mit. Okay, okay. Ich glaube, jetzt haben wir mal eine Pumpgun aufrüsten. Bro, die kommen alle hinter uns jetzt, ne? Lass mal Zone rotieren, lass mal wirklich Zone rotieren. Ja, komm. Wir haben noch Bunker, wir haben noch Bunker. Lass hier geradeaus, direkt geradeaus. Ja, viel Bunker, ja. Weil es leben noch echt viele. Bro, er snipe mich im Dings Luftrad. WTF, Alter. Ja, krass, Geister. Längst, wir kommen hier auf den Marken an. Ja, oh mein Gott, wenn wir da hochkommen, ist es win. Wenn wir da hochkommen, ist es win. Bunker direkt da oben, Bunker direkt da oben. Ja. Okay, die gehen auch hoch. Bro, die haben gute Hits, komm. 190, hab ein. Hab ein, hab ein, hab ein. Nein, let's go, bro. Let's go, let's go. Bro, wollten die uns contesten, Digga, ihr Loser. Bro, ich hab sechs Dings, hast du noch Minis? Ja, du musst mir ein Mini droppen. Ja, warte. Warte, ich mach hier noch einen Bunker, Bro. Die Seifen von, back gegenüber von uns. Ah, das Ding ist, der Loot ist runtergerutscht, Bro. Das ist der. Bro, hä? Oh mein Gott, Bro, hä? Bro, mich haben die gerade selber, äh, mich, ja. Bro, mich hat das gerade gekillt. Keine Ahnung, was das war. Hast du noch Green Life? Nee, ne? Äh, nee. Draw mal Mini noch. Das Ding ist, ich hab jemand gekillt, der Loot liegt hier neben uns. Ich hab auch, ich hab eh auch. Guck mal, wir können eigentlich Zone rotieren auch. Das liegt nur noch an Loot. Splasher noch, Bro, Omi. Okay, splash direkt, splash direkt, splash direkt. Splasher direkt. Splasher, Bro, nix Splasher. Splasher, splash durch. Zone, Bro, komm mit Zone, komm mit Zone, komm mit Zone, komm mit Zone. Ja, mach Rat. Links ist noch einer alleine, aber komm hier auf Sach, komm hier auf Sach. Ich kann im Polen, Bro, ich im Polen, ich im Polen, ich im Polen. Ich hab gute Polen hier. Wir sind im Auto unter uns, aber ist nur einer, ist nur einer. Warte, ich mach Bunkern, okay? Ich hab hier, äh, Schildwand, Schildwand. Ja, warte, warte, warte. Bunker ist top, Bunker ist top, super, super, super. Zone ist auch bei uns. Ja, 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 ich hab, deswegen hab ich gesagt, wir müssen uns aufpassen. Schau mal, Bro, hier ist ein Loch im Dach, okay? Ja, unter uns ist noch einer, unter uns ist noch einer, safe. Aber da chillt'n du bei dem Loch. Geil, Bro, nice, man. Full-Life. Ja. Ja, unter uns ist'n du, Bro. Wie viel, wie viel Dings hast du noch, äh, wie viel Impulse, äh, Bunker? Äh, Bunker hat's gar keiner, Bro. Okay, alles gut, ich hab' Erdfähigkeit. Brauchst du Impulse oder so irgendwas, oder Munition? Ich hab' 5 Impulse, wie hast du? Ich hab' auch 5. Lass' auf jeden Fall Impulse, lass' auf jeden Fall Impulse und ich mach' dann direkt Erdfähigkeit. Geil, Mann. Okay. Ey, Bro, wir können einfach Zone, ich gehe gleich auf. Ja, da, 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 da. Lass' ihn läsern. 30. Hattung, zur Mate Zeit, Bro. Äh, 70 aufs der Mate. Ähm, ich würd' sagen, Bro, wir gehen gleich Zone, in paar Sekunden. Ey, wir Impulsen, Bro, wir Impulse. Chill, 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 chill. Wir Impulsen. Oh, der, ja, Bro, äh. Ja, wir gehen oben auf den Berg, wir gehen oben auf den Berg, Bro. Wir gehen oben auf den Berg. Bro, hier ist, hier ist einer, Bro. Der Mate ist hier. 90. Jetzt im Pool, der Pool, der Pool, der Pool, der Pool. Der Pool, der Pool, der Pool. Ja, die haben wir beide, Bro. Bro, du könntest mich holen hier unten. Ich bin hier. Hab einen? Der andere war eigentlich auch, glaub ich, Lone, ne? Schack, Bro, du könntest mich holen, die kannst mich holen. Ah, easy. Da kommt noch welche, ich push noch rein, push noch rein, zwei pushen. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ich bin hier safe, ich bin hier safe, hau ab, hau ab. Die sehen mich nicht, die sehen mich nicht. Die rechts ist noch einer, komm nicht, komm nicht, komm nicht, komm nicht. Ich bin safe, ich bin safe. Die rechts ist noch einer, das ist das Ding. Aber er ist alleine, er ist alleine, er ist alleine. Ich hab aber noch einen Puls, könntest du die holen, ne? Ja, warte, ich versuch mal. Oh mein Gott, der geilste. Nee, nee, komm nicht, rechts ist der, hau ab, hau ab, hau ab. Kannst du mir kurz Impuls nicht geben, Bro? Ja, komm, ja, komm. Dropped, es liegt, liegt, liegt. Bei der Atemschule, reine Pulszone, sorry, sorry, sorry. Ist egal, ist egal. Hab ihn? Stark, 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 stark. Bro, nicht, ist top, Bro, gehen nach dem Baum, gehen nach dem Baum, rechts, genau. Strong, 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 strong. Den Punkt nimmst du noch mit. Der ist wohl. Die andere Kommtzone von links oben, links oben kommt Zone, da. Bro, geh rechts lang. Der ist noch... Oh mein Gott! Ja, Bro! GG, Alter. Geil, Bro. Geil, geil, geil. Junge, wieder Runde, keines Spiels, einfach, instant win. Ich hab falsch rein im Puls, Bro, ich glaub, du bist zu weit weggeflogen, deswegen bist du gestorben. Alles gut, alles gut. Aber das war strong. Oh, Hauptsache win, Digga, Hauptsache win. Ach, geil, Junge, geil. Wir gucken, wo wir jetzt sind. Das dauert etwas länger, wird wahrscheinlich wieder euch angezeigt. Ja, wird, glaub ich, nicht schladen. Aber da merkt man, Bro, siehste, egal, ob Streamside oder Dings, eine Runde, wir haben Full Loot, easy. Ja, ja. Immer Top 5, Endgame mindestens. Die neue Pumpkan, Junge, die ist auch wirklich die beste, Bro. Hast du den Dennis gesehen? Geist ist das. 82 Prozent, 82 Prozent hab ich. Geil, Mann. Und das heißt, mach Kelln wieder groß, jetzt die Runde und wir haben direkt den Uprank. Ja, äh, let's go, Leute. Geil. Oh, oh, oh. Irgendeine Streams einfach sind richtig sauer, glaub ich. Das war echt gut gespielt, das war strong. Das war strong. Das war strong. So, morgen im AMA-Turnier, Bro, und geil, Mann. Däh. Junge, Junge. Aber kennst du das mal schon mal, ne? Am Ende jetzt, so, ne? Wo ich den einen so gebeamt hatte, den oben und so, ne? Bro, ich wusste so irgendwie so, Bro, ich hole jetzt den epischen. So, ich hab's im Garten, so, weißt du? Man hat's im Gefühl. Das ist vielleicht so ein Team, aber du hast ja gut Damage gemacht, beide waren, glaube ich, also der eine dachte, auch wenn der noch full wär, ist du, glaube ich, trotzdem. Du hast nochmal nachgeladen gehabt, das war schon strong, das war schon echt geil. Ja, Bro, die neue Pump gemacht hat, crazy hartlich, hat fünf Schüsse drinnen gehabt, also mit großem Magazin. Da. Ja, wir sind jetzt bei 50 Prozent, Leute, Champ. Boah, strong, strong, strong. Crazy, 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 Leute. Äh, ich mach mit Sebo beim Turnier, Amar Turnier mit. Ich kenn ihn leider nicht, ich wurde, also nochmal für die Leute, ich durfte nicht mit Sue spielen, also Maxify darf mit Let's Hugo spielen, aber ich darf nicht mit Sue spielen, weil Sue seit zwei Jahren kein Fortnite gespielt hat und zu gut ist. Und die letzten drei Turniere, er ist nicht geschafft, er zweimal letzten Platz gemacht hat und einmal 25. Platz gemacht hat. Also, Sue ist wirklich so eine, Sue muss irgendwie so einen krassen Knacks bei den Leuten ausgelöst haben, dass er echt zu heftig ist. Ich weiß auch nicht, Sue hat wirklich alle jetzt so geredet, so er ist selber zu heftig, er durfte nicht mit mir spielen. Oh, Mann, oh, Mann. Ich kann's nicht verstehen, damals waren wir halt echt gut gewesen, aber Sue ist halt wirklich lost, also er ist ja wirklich schlecht. Okay, Bro, äh, da marken, wo wir landen. Ja, 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 ja. Jemand schaut rein, ihr seid so alt, spielt aber trotzdem noch so gut. Ja, Bro, auch im Alter kann man noch gut spielen, ich sag's dir. Boah, was soll das denn heißen? Also, war ein Front, aber auch ein Kompliment, weil er meinte, wir spielen immer noch sehr gut. Ja, Bro, ich weiß, Pharao, dass die beide übertrieben gut sind. Ich markiere gleich... Ja, gar nicht. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum ich nicht mit Escu spielen darf, weißt du, was ich meine? Weil die sind halt ultra-crazy, Bro. Hugo ist gut, Maxify ist übelst gut. Das muss ich leider sagen, team-bildungstechnisch ist das leider immer sehr, sehr unfair, Bro. Sehr, sehr unfair. Auch Sidney mit Roat und so, weiß ich nicht, Bro, weiß ich nicht. Ja, Sid ist auch so stark, Bro. Mein Roat weiß ich gar nicht genau. Also, Roat ist auch kein No-End auf jeden Fall, weißt du? Also, er spielt schon ab und zu Fortnite. Eben, weißt du? Und ihr habt auch alle aimt durch Valorant und COD. Ja, und Bro, die streamen auch jeden Tag. Überleg mal, S.U. S.U. macht ja nur noch Videos. Er streamt ja nicht mal. Er zockt ja gar keine Shooter-Games, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also, wir kommen auf jeden Fall welche mit. Oh, die sind auch spät ausgestiegen. Aber die sind höher wie wir. Ja, Bro, ich hab Gott drauf, ich hab Gott drauf. Ich lande hier links in dem Gebäude. Oh, ich komme ein bisschen schlecht hier. Ich gehe hier vorne direkt rein. Komm mal so hinten zum Truck, wäre gut. Oh Gott, hier kommt wieder so viel weg. Oh, wir sind zwei Instant. Komm zum Truck, komm zum Truck. Ja, ich versuche gerade aufzuhauen. Er hat 40 schon. Oh Gott. Renn, rein, rein. Er macht 40. Er ist erst, er ist erst, ich vermute, ich vermute. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Ich bin nicht da. Ja, ja, gut jetzt passiert. Mach, mach, mach. Komm, jump, 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 jump. Komm, hier nach, äh, komm mit, komm mit. Wir gehen hier lang. Und ich komm, komm, die, die Feindler kommt, kommen, kommen, da. Ja, komm, ja, auch, da. Ja, komm, ja, auch, da. ich bin aber solo ja alles gut bei mir nur 20 ap hier im dachbau, hier sind die nächsten hab einen er trägt ihn rein, er trägt ihn rein ja das ist halt der stream sniper der ist halt auch solo, nimm meine karte und hau ab oh nein, dachte er wiederbleben, schade dachte er sein wiederbleben das war unser godspot, da waren wieder tausend Leute ja, unlucky ja, bist du minus gemacht, 4% ja, unlucky ey, wir sterben entweder early oder gar nicht aber ehrlich, schau mal, wir sind letzte Runde, wo wir gewonnen haben ich glaube, wir sind in der Mitte und nirgendwo gelandet irgendwo in so einem mini-Tempel und so ich glaube, sowas ist auch immer power Hauptsache, wenn wir unsere Loot haben, wir gewinnen die spielt every round brauchen einfach unseren Loot hier und wir sind in der Mitte und so Ok, warte, ich mach besseren Call, ich mach besseren Call, ich markier gleich, ich mach eine gute Idee wohin. Ich hab eine gute Idee. Stani, das mit Wackeln sieht fast aus. Ich war gerade am Handy. Du warst am Handy? Ich war am Handy. Wem hast du geschrieben, Bro? Deine Mutter. Deine Mutter, Junge. Deine Mutter, Junge. Deine Mutter, Junge. Fischkuder, du. Fischkuder. Du altes Haus, du. Ne, Bro, ich lass die Lampe mal draußen stehen. Ich lass die mal draußen stehen. Ist besser. Ja, ich auch, Bro. Ich auch. Immer vor der Tür, Digga. Immer vor der Tür, Bro. Ist egal. Geil, ja, Bro. Geil. Aber, Bro, weißt du, Schlüssel lass ich auch immer liegen, so, Bro. Klaut eh keiner. Das ist leider so eine Frage, die halt echt... Ne, ne, ich markier, Bro. Ich markier, ich markier. Ist halt leider echt so eine Frage, Bro, die ist eigentlich echt selbst beantworten, ne? Für den Flex vor der Tür. Ne, Bro, ne. Ja, boah, recht hat das schon recht, ne? Wir den Flex eigentlich vor der Tür stehen lassen, den Lambo. Also wirklich das Lambo-Video von dir gestern, Bro, eins der besten Videos, die ich je gesehen habe. Sag ich, wie es ist. Wow. Nein, Bro, muss ich aber Komplimente geben. Der Anfang war geil, ne? Bro, auch das Ende, Bro, dieses Sematic-Trailer am Ende nochmal, Bro, geisteskrank, wirklich. Danke, danke, danke. Wir haben extra nochmal einen extra Drehtag eingelegt. Für, ich hab Splashies, äh, äh, hier, Dings, Saft hier, Flowbring. Hier kommen mal welche mit, komm mal her. Ja, ich hab ein Wort rekrutiert, ich weiß nicht, was der kann. Ja, rekrutiert. Ja, droppt schon, Bro. Ja, droppt schon, Bro. Ja, droppt schon, Bro. Ja, droppt schon, Bro. Ja, droppt schon, wie das sonst. Ja, danke dir. Aber wir sind Full, Bro, wir können die eigentlich pushen. Ja, und die haben Luftwendiger Fähigkeit, wie TF. Im Insel Luft. Aber wir sind auch noch einer, glaube ich, ne? Ich sehe noch einen. Da oben ist auch einer. Die sind beide oben, beide oben auf dem Dings. Ja, die gehen aber weg, die gehen aber weg. Ja, sonst ist das Lasti, Bro, sind Lasti. Ich war erst mal kurz, äh, wirklich geile Quippen. Guck mal, hier sind auch noch Dings, hier, ne? Waffenfische. Boah, der Lootspot ist eigentlich auch crazy, ne? Ich sag dir ehrlich, so mit denen, hier, guck mal hier, sind auch hier so, äh, erst noch Munitionskisten sind hier, dann sind hier noch diese Waffenkisten, äh, Waffendinger und so. Ja, ich mach mal die Feinde aber, ne? Stimmt. Haben wir hier Auto? Boah, ich glaube, es ist keins gespawnt gerade. Ja, lass mal trotzdem auf High gehen, ne? Guck mal her. Ja. Was hast du noch bekommen, ja? So. Ne, ich hab nicht bekommen, aber ja. Lass doch hier rauflaufen. Hier oben, wir eh jumpen zur Not. Ey, Lofty, bist du mal auf den Ort mit dabei, oder was? 50 Monate schon. Bro, 50 Monate trifft sich ja gut, weil er wird morgen den 50. Platz erreicht. Boah. Bro. Die können eigentlich hier oben hin? Ja, denkst du, die sind da? Ne. Okay. Guck mal, hier noch zwei Kisten, hier, oder? Doch, 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 doch. Kleiner auf dem Dach oben. Ich mach, äh. Der einer hat gute Hits, der einer, der abhaut, der links, der erste, der hier grad so, ah, die rune ab, die rune ab. Nochmal 8, 30, nochmal 26. Ja, die sind weg, die haben Angst, die haben Angst. Form ist noch einer? Ach, ne, das warst du. Das bin ich, das bin ich. Der Zweiten hier aber da unten, glaub ich, oder? Oder warum schießen die da? Ja, kann so sein. Ey, der Bot rockt mir seit 10 Minuten nur Ding. Oh, Luft, Luftfähigkeit, Bro, Luft. Geil, Mann. Hier ist sogar ein Automat. Mit, äh, Biggies, hiermit. Nice. Oh, grüne neue Pumpgun. Ey, ich sag dir ehrlich, das Spot hin, ich muss dir echt mal überlegen, ob die vielleicht auch viel hat. Guck mal, hier ist sogar ein Tresor. Hä? Ist das schon gelootet? Ne, ich hab grad gelootet. Okay, nice. Ja, bist du ja morgen dabei, äh, Loftür, oder was? Ja, ich sag dir das. Aber, alter, der Spot ist ja auch brutal. Vielleicht lag ich auch oben hier mal gucken. Äh, brauchst du noch eine grüne, grüne Trommelpump, ne, 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 ich hab wirklich, ich hab gesteckt. Ich hab gesteckt. Okay. Dann lass mal, äh, jump in. Guck mal, hier ist sogar hier, hier, hier. Sogar Motorrad, komm. Nice. Äh, ich kann nicht aufsteigen. Hallo? Jetzt. Ja, bist du ja morgen dabei, äh, Loftür, oder was? Ja. Hm, echt an du Details, ne? komm direkt hier lang jetzt der crazy double luft für die top anfordern aber dieser kopfgeld ja bin ich mit dem ist dabei der ist alleine bei dir der ist alleine oder sie hat auch ein gott posi oben wo sind ich sehe ich bin mir ist einer noch der ist 32 so er ist krank der ist krank wo ich musste nicht stehen ich gehe mit wie kann so wie kann so eine knall für die andere sein wo ich habe auch den grad gepusht auch mal dominanz zeigen das ding schau mal brauche ich hier einen genockt somit ist abgehauen somit ist hier nach oben abgehauen ja das guck ich grüß da den loot holen gleich hier war die karte unten vielleicht lootet der hier warte mal können wir den bot hier noch rekrutieren ich habe schon einen rekrutiert hier gibt es doch einen pulsgranaten wenn du brauchst hier wo gibt es zu kaufen hier bei dem da ja wenn du splash ist findet da sind auch noch mal impuls wenn du erdbändiger fähigkeit ich nehme erdbändiger fähigkeit ich finde die echt geil auto hier höre ich bei mir sind die ausgestiegen bei mir ja die sind süße einfach von mir einer ist krank push 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 der nächste kommt das wird der solo sein das war der mal wieder das war premium schlechtes das war wieder also das war ja wirklich premium komm her jetzt hab ich alles also das war's crazy 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 alter guck mal die gucken mir sogar zu bro yeah yeah uhuhu loser einfach verrückt wie auffällig man streamstipen kann ja aber wie also wieder mal wie schlecht guck mal hier bro hier jungs du 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 Das war eigentlich halt, wenn wir stacked sind, dann sollten die doch kommen, Bro. Sollen die alle kommen. Sollen die alle kommen. Schau mal, hier ist der Solo ausgestiegen. Hat er hier rebooted? Über dem Haus? Ja, ist einfach hier weiter. Warte, ich glaube, der ist hier im Haus, oder? Warte, schau, 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 ich bin nicht da. Ja, es könnte sein, dass die im Haus sind. Ach, Bro, das ist hier, dieser Comic-Bot da. Ach so, ja. Ist egal. Das ist weiter. Ja, das ist gerade abgebaut. Los, weide. Jawoll. Guck mal, wie die uns sogar zugucken. Bro, da machen wir doch noch mal direkt den Loser-Dance. Also heute ist... Bro, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wir müssen zusammen Loser-Dance machen. Junge, die war wieder mal Premium schlecht gewesen, Leute. Da müssen wir doch zusammen einmal den Loser-Dance auspacken. Loser. Hehehe. Also wirklich crazy. Das ist aber wirklich crazy. Und die trauen sich halt immer wieder zu streamen-slipen, ne? Immer und immer wieder. Die checken sich nicht, dass sie auf die Schnauze bekommen. Mal hinten ist Bunker, da könnten wir kurz Abstecher noch machen. Ja. Da sind auch Schüsse am Bunker. Oh ja, okay, okay. Lass sie in die Richtung hingehen. So, wir fetzen die Junge. Ey, hier Bro, hier. Schau mal. Ja, ich seh's. Oh Gott, einer's cracked, einer's cracked, einer's cracked. Oh, der ist so warm im Spiel. Lass den näher, Bro. Lass den holen. Ist ein Bot, Bro. Ist ein Bot, ist ein Bot, ist ein Bot, ist ein Bot. Achso. Ist down erstmal der Nu. Der ist hier bei mir, Bro. Chill, 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 ich komm mit dem. Reiß du mal? Ist ein Solo, Bro. Ist ein Solo hier. Einer ist im Bunker, einer ist im Bunker. Ist ein Solo im Bunker, ist ein Solo im Bunker. Er ist cracked, er ist cracked. Hinterher, hinterher, ja. Hinterher, ja, hinterher. Ist hier, hinter dem Stein. Ja, und wieder ab. Wo sind? Geradeaus, geradeaus, impuls. Hinteraus, ne, ne, hä? Der ist ausgetrickst, Bro. Der ist hinter uns, bei der Tankstelle. Okay, strong. Bro, wie ernst denn ausgetrickst? Aber sein Mate war im Bunker. Pass auf, sein Mate war im Bunker drinnen. Nee, er ist down. Ja, hier sind zwei neue, warte. Okay, chill, 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 ich komm zu dir. Links ist einer, links ist einer. Pass auf, links ist einer. Ich muss nachladen, Bro. Hier, chill, 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 Bro. Schau mal. Ich bin hier. Ist cracked, ist cracked, cracked. Down, 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 down. Es werden noch, glaube ich, andere kommen. Ich weiß nicht, ob der im Bunker war, äh, der eine. Ich glaube, einer war im Bunker. Safe, safe, safe. Nee, er links ist immer noch welche. Ah, danke, pass auf, pass auf. Die Bunker ist leer. Die kommen, die pushen. Gute Hits, Bro. Einer ist weg, die sind weg. Für mich ist ein Solo, glaube ich. 70, 150 hat er, 150. Er ist so low. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Links kam einer, das sind noch zwei, die uns gepusht haben, aber ich konnte ihnen Angst machen. Hier, Klaus. Warte, ich komm, ich komm, komm. Ich komm, ich komm. Lass mal kurz in den Bunker reingehen, hier bei uns. Schau mal. Hier ist der Bot. Greif ihn an, greif ihn an, greif ihn an. 30, 60. 90. Das ist so low, glaube ich. Ich schieße auch den Bot kaputt. Nee, er ist hier, glaube ich, irgendwo. Irgendwo bei mir hat er gesagt, der hat er closed. Hier, hier, hier. Chill, 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 chill. Ich bin nicht da, ne? Ich bin nicht da. 60, 60. Da kommt noch welche. Da kommt noch welche. Da ist halt noch einer hinter dem Baum. Zwei andere, zwei andere, Bro. Hinterm Stein, hinterm Stein, hinterm Stein. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Halt nochmal alles, Dings. Ah, er ist mit dem Bot, Bro. Er ist mit dem Bot. Hinterm Stein ist er. Okay, okay. Er kann aber nicht weg. Lass warten, bis er kommt. Er ist in der Zone, Bro. Er tankt die Zone, er tankt die Zone. Er ist immer noch in der Zone, hä? Er snipet, er snipet. Lass dich nicht snipen. Alles gut, ich chill. Kann ich kurz Bunkern? Ich muss unbedingt meine Waffe auflösen. Ja, hau ab. Ich geh ihn da her, ich geh ihn da her. Warte, ich komm sofort. So, ich komm. Er ist hier mit Dings weg, mit äh... Luftbrenniger Fähigkeit. Ah, okay. Ich glaube, er ist hier bei seinem Teammate. Bro, wie viele Bots haben die... Nun, die haben... Ja, ja, ja. Alles gut, Bro. Ich hab jetzt grad nichts. Ich bin kurz aus Luftbrenniger raus. Alles gut, alles gut. Ich schau kurz, wo die sind. Junge, so nervig. WTF. Ich war jetzt noch mal zu sprinten bei Luftbrenniger. Ja, das ist wichtig. Es ist auch nicht so ein krasser Unterschied, Leute. Ob ich sprint oder ohne. Die sind hier vor mir. Ja, das ist der Bot, das ist der Bot. Lass, hier, hier, hier. Komm, hier, komm. Die sind hier im Haus. Hier, hier, hier. Vor mir, vor mir ist er. Ja? Ich bin aus Luftbrenniger raus, Bro. Ja, schieß auf den. Ja, der wurde auf den. Das Ding, der Maid, war hinter uns. Noch. Da oben ist er. Der ist der eine. Nein, der ist der andere, oder? Sicher? Wir können hingehen, Bro. Erst mal gucken, erst mal gucken, erst mal gucken. Hier, rechts hoch, rechts hoch. Ich glaub, der war alleine. Ja, die haben auch Wasserfälligkeit, Bro. Oh Gott. Hau ab, hau ab, hau! Oh mein Gott! Was? Ja, Bro, ich bin nervös. Bro, warum gehst du denn rein? Ich sag, hau ab, du gehst rein. Bro, ich hatte, Bro, Luft war so, ich war hinter dir, ich hab abgebrochen schon. Ey, ich check nicht, wie die mich gekillt haben, ne? Ich check wirklich nicht, ich war, Bro, ich war dead. Also, Wasserfähigkeit ist ja anders krank geworden. Äh, äh. Junge, wie war ich denn dead? Wir haben trotzdem Prozente gemacht. Also, 8% trotzdem proz. Junge, hau ab und nachgeladen. Ich bin rein in die. Ich war wirklich instant dead. Ich war wirklich instant dead. Ja, ich glaub, Wasser ist echt ein Meter. Wenn das einer mitnimmt oder so, du kannst doch unendlich sprayen. Das hat unendliche Munition dafür, ne? Alter! Das ist schon sau stark, eigentlich. Das war, das war krank. Ne, das war ein anderer, das war ein anderer. Das war kein Stream Stepper. Schade, schade. Ich glaub, zwei Sekunden, dann wär der Öl über die Luft nachgeladen, hätt ich abbauen können. Puh. Ja, ich mach gleich Kerberos, alles gut. Ja, ich mach gleich Kerberos, alles gut. Klar, das war eigentlich echt gut runter, aber... Ja, das ist halt... Noble, das ist halt wirklich so ein Fehler, Bro, wird direkt bestraft mit Vibe. Direkt. Ja, vom Gegner sind auch alle gut, ne? Ich dachte halt, es war nur einer, weil ich hab nur einen gesehen gehabt und dachte, ey komm, das ist ja Solo, weil der auf uns schießen will da irgendwie. Dann waren es halt zwei und der hat mich irgendwie mit dieser Wasserfähigkeit so weggelasert. Boah. Passiert. Passiert. Spielen wir mit dem Ranked Skin. Ja, ich find, der sieht auf Elite jetzt noch nicht so geil aus. So, haben wir noch eine gute Zeit hier, bisschen nutzen, um V-Bugs auszugeben. Bisschen zu shoppen hier. V-Bugs. V-Bugs. Hey Leute, es gibt ja der Gleiter, ähm... Der legendäre Gleiter heißt ja auch Cerberus mit dem dreiköpfigen Hund. Cerberus. Ja. Äh, Cerberus, ja. Er war damals schon vor Monaten oder Jahren geleakt worden, dass Cerberus reinkommen wird irgendwann. Mach keinem Gruß, ne? Ja, dann, äh, denk... Wie viel bist du jetzt hoch? Unreal? Äh, 50% bin ich. Ah, ok, krass. Ja, die letzten paar Unreal-Dinger sind echt nervig. Ja, Bro, die letzten sind, äh, echt schwer. Aber trotzdem, Bro, gut machbar. Ich sag ehrlich, also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, ey, ist unmöglich, ne? Wir machen gut los. Ja, ich bin die letzten Tage ein bisschen Lambo gefahren, der hat jetzt, äh, hat jetzt 1.100 Kilometer runter. 1.100 hat er jetzt runter. Ich bin jetzt 700 Kilometer zurückgefahren. 100, also 97 hat er drauf gehabt, wo ich ihn gekauft hab. Äh, 700 bin ich zurückgefahren. Äh, ja. Bro. Bro, ist da nicht, schau mal. Ja, aber Bro, das kann jeder sein. Ach, ist keinem groß, ne? Ja, ich hab keinem groß. Bro, wenn die jetzt wieder Streamsnipe, ne, dann... Ja, aber die waren ja nicht mal gut. Äh, STO hat 640 PS. 640 PS. Oh, hier noch mal kurz zu Ende, Digga, das war letztendlich richtig gut gewesen. Ja, ok. Aber wir würden gut gehabt. Da hatten wir Win Gold. Ne, also sorry, aber, also ich sag's, Real Rap. Also ich find den STO um Längen besser als die Performante. Um Längen. Längen. Ja, aber es kommt ja nicht nur auf PS an. Es kommt ja auch drauf an, wie viel... Wie schwer das Auto ist. Und alles drum und dran. Ne, es kommt nur auf die PS drauf an. Hey, Bro. Um es mehr PS, dass du da bist. Hä, ist das hier... Das ist doppelt Wasserfläche. Sogar Wasserfläche, ich nimm die jetzt mal. Ich sag's dir ehrlich. Ja, ich kenn's auch mal mit. Und wir dringend hier Steg im Bro, äh, Ding. Flashfläche und so. Ja, das hier. Hier sind auch Spacer. Ja, ich komm zu dir. Ja, ich komm zu dir. Lass direkt Flashfläche dann gehen. Ich hab noch keine Pumpgun, lass das Ding. Warte mal, ich würd eigentlich schon gern... Oh, ich würd auch gerne Pumpgun. Bro, wir haben eh diese Wasserbändiger-Fähigkeit. In der Mitte ist er. Lass auf... Ja, 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 ja. Unter uns? Sind die? Vor uns? Ah ne, jetzt bist du, Leute. Irgendwo nicht. Ich seh die gar nicht. Ja, die sind... Die sind... Die... 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 Brouchen. Äh, Bro. Von hier unten kommt... Ganz zufällig, da kommt ein Auto angefahren. Ich komm hier nicht ra... Bro, was ist das, Leute? Bro, das ist voll die Trap, Alter. Wo ist denn das Auto? Ja, das Auto ist weggefahren. Hier sind die drüben drinnen. Boah, ich hab da gar keinen geilen Looten, ne? Ich hab nur graue Pumpgun und... Ja, lass abfahren, lass abfahren. Komm, lass da hinten zum Auto gehen. Dahinten ist ein Auto meist hier. Ja, hier ist ein Auto. Ja, hier ist ein Auto. Lass links fahren, äh, Drohnen. Drohnen City. Jo. Drohnen City. Wenn die da jetzt auch halbe Stunde im Campen, hab ich auch keinen Bock auf die. Es dauert diesen Bug voll oft, dass oben auf der Mini-Karte, äh, der Team nicht angezeigt wird. Äh... Jetzt gerade wirst du angezeigt, aber muss man schon aufpassen, im Laufe des Matches. Bro, das interessiert mich doch nicht, wo du bist, alle! Ja, Bro, ich denk den ganzen Tag, weil ich im Solo bin. Hä, warte mal, hä? Wo bist du denn auf einmal? Oder wo bin ich hin? Good Drop. Ja, nice. Kenn dir. Okay. Banane, wenn du brauchst, hier? Äh, ich glaub, ich nehm eher Splasher mit. Zwei Bananen sind hier? Oh. Müssen wir eigentlich schon mitnehmen, sag ich ehrlich. Oh ja. Ich hab, ich hab eh Flow Ready dabei. Ja, okay, gepasst. Wenn du nur zwei Flasher hast, nimm die auch Bananen mit. Warte mal, eine Banane. Wo war denn die zweite gewesen? Äh, oben. Aufm Dach? Ne, ne. Hier, komm mit. Die hab ich. Achso, ne? Die hab ich hier. Hier vorne, glaube ich. Hier vorne. Ich hab da Dropbox aufgemacht, ne? Stimmt, ja. Bro, die ist grad markiert. Hier unter, hier unter, hier unter, hier. Ah, okay, nice. Ja, unser Dropbox aufgemacht. Ja, die Feinden da vorne. Bro, wir könnten hin da. Ich komm. Guck, guck, guck. Warte, warte. Ach so. Vor uns, Bro. Gehen da, warum nicht? Noch nicht schießen? Aufm Dach, aufm Dach, aufm Dach. Hier links, links, links. Hier ist auch noch da. Oh, mein Gott, Bro. Nice. Hier links, hier links, Bro. 24 Mal auf dem. Oh, mein Gott, der ist one, der ist one. Bro, was da bin. Ich push, 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 push. Ja, lass ihn gehen. Bro, was da bändiger Fähigkeit ist ja wirklich OP. Oh, mein Gott, Bro. Junge. Das Ding ist, du schießt über die halbe Map und die können ja gar nichts machen. Ei. Die kommen noch welche, Bro. Die kommen noch. Sind zwei neue, Bro. Einer ist one, einer ist one, einer ist one. Geht's nicht mehr auf den? Der ist hinterm Stein, doch? Jo, Junge. Alter, Wasserfähigkeit ist so overpowered. Was haben die denn mit der Wasserfähigkeit gemacht? Geist es krank. Jo. Hier ist eine Banane fertig, nochmal. Alles gut, ich hab hier mehr Kit. Ah, Junge, das ist ja wirklich krank, Leute. Also. Ich hab mich gewundert, warum die mich die ganze Zeit so lasern. Aber das Ding knallt ja übelst rein. Das ist ja voll die Meta. Das Ding ist hier sogar eine Legendary Sniper, aber ich nehm die gar nicht mit. Sind hier noch Biggies irgendwo? Hier war auch noch ein Genock da. Hier ist noch ein Biggie. Warte mal Luftfähigkeit. Wie viele Dinger sind das? Wie viele Specials? Fünf. Fünf Specials. Boah, warte. Ich nimm mit. Ich benutze auch Wasserfähigkeit und Luft. Ja, ja. Muss ich auch. Also Wasser ist... Also Wasser ist ja wirklich... Junge, das ist... Ey, du laserst die wirklich auf mittlerer Distanz geisteskrank. Aber die haben die hier am Freitag, wo die anderen Items reinkommen sind... Ne, ne. Das haben... Nochmal sicher, ja. Ich glaub, die... Mir kommt es weiter, dass die noch präziser gemacht worden ist. Ja, das wurde die aber schon vor... Eine Woche oder so. Also... Die ist schon ein bisschen länger jetzt präziser. Gute Woche kann auch sein. Aber das ist crazy auf jeden Fall. Das ist crazy. Hier lass mal die rechts lang. Ja, ich komm dir nach. So. Boah, es bockt aber mit dieser Luftfähigkeit und so. Das bockt richtig jetzt hier. Mich hat auch Bock drauf hätte, Bro. Na gut, das ist ja weit weg, ne. Hier die epische Pump kannst du holen, da unten. Aber es ist jetzt auch weit weg. Ich hab die schon. Das ist schon die epische Pump. Ja. Hier sind welche. Hier unter mir waren Steps, Bro. Die campen hier im Haus. Hier, hier unter mir im Haus, Bro. Ja, ich seh den einen. Bruna, drei, ich hab einen. Oh, 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 es sind zwei. Deine ist einer B. Bro, warum... Man, Bro, Dave Knight. Bro, ich check es nicht. Ich sage, die campen da beide drinnen und du gehst rein. Ja, Bro, ich bin nicht ins Haus reingelaufen. Ich hab von außen reingeschossen. Ja, aber Bro, das ist doch dumm. Dann sag doch Bescheid wenigstens. Das macht so keinen Sinn, Bro. Sorry, 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 sorry. Nächstes Mal hau ich einfach ab, Bro. Sag ich ehrlich, dann belebe ich dich wieder. Ja. Es macht gar keinen Sinn, wenn du alleine reingeschossen. Ja, sorry, sorry. Ja, wir sind direkt drin. Ach, nee. Scheiße, Digga. Es war halt so eine geile Round, Bro. Wir verkacken wieder gegen so einen Müll, Bro. Ähm, ja, ich war, ich war außen gewesen, hab von außen reingeschossen, weil einer saß in der Ecke, er kommt mit Lost, aber der eine saß ganz links in der Ecke, der eine saß ganz, äh, bei mir hinter der Tür quasi. Oh, no, Digga. Scheiße, Bro, sorry. Ja, nächstes Mal, äh, nächstes Mal warte ich. Warte ich call. Kommt der Aff hinter der Tür hervor. Wenn du willst, dann kann ich dir auch noch mal erklären, wie man Haus spielt, Bro. Haus spielt man so, du wartest, bis einer piekt, reinkommt, gibst ihm zwei Hits, hast das Adventures, weil der andere schon 50 Leben verloren hat, push mit den anderen vor und killst ihn einfach. Easy. Das ist halt No-Bild, Bro. Das ist halt nicht Bild. Deswegen, es macht gar keinen Sinn, im, äh, Dings zu, irgendwie auf, entweder kriegt man einen guten Shot auf dir und dann pusht man oder so bringt's dich. Einfach reinbringt nix. Jaja. Da muss man clever spielen. Hast du bloß gemacht, aber? Ja, ich hab 6.8. 1%, glaub ich, schon. 86 jetzt. Also wenn wir jetzt ne gute Runde machen, wenn wir jetzt noch eine Runde gewinnen, dann würden wir definitiv, Leute, abranken. Schön abranken uns holen. Aber, man muss wirklich sagen, also man macht schon weniger Plus-Spieler als dieses auf jeden Fall so, ab Champion. Haben die auch, man haben die auch angekündigt, sondern dass die das schwieriger machen wollen. Schöne. So. So, wie ich nicht? Wo es der Fall so ist? Wie ist das? Ja, schon. Ja, mal ne? Boah! Boah, Junge, was ist das für ein Skin, Alla? Afro-Kidder-Grow in Kometen-Style oder so. Kometen-Style, du. Sieht echt geil aus, der Skin. Ja, ja. Das ist echt geil. Äh, ja, klar, Thomas, mich da. So, Leute, wieder Cam groß. Die Kokosnuss. Ja, das war kein Issues, aber, Bro. Wir haben einfach im Haus geschümmelt. Und... Ja, ja, Bro, das Ding ist jetzt das Wort rekrutiert, so. Weißt du, ich höre zwei Steps von links, dann eigentlich hast du diese Chin dabei, der so... Ich pikste hinter der Tür vor, Bro, und auf einmal kommt da so ein Lady... Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde auch diese ganzen Bots, Alter... Also, ich sag euch ehrlich, Leute, ich finde das hat nix mehr, also, das hat in Ranked einfach nix verloren. Ja, das ist zu über Power, Bro, mit den Bots. Die stepen auch, weißt du, man checkt schon mal nicht im ersten Augenblick. Hast du Cam groß? Ja, Cam ist Kuss, Bro. Kürsten, Kuss. Kuss, 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 Kuss. Kürsten, jeden Stream. Jeden Stream. Ja, ja, safe. Also, wenn wir jetzt einen epischen Sieg machen, haben wir safe Champion. Safe. Das könnte jetzt die Rhone zum Champion werden. Leute, wir haben jetzt das Champion-Mindset. Champion-Mindset. Wir sind die Champions. So. Also, Junge, wie viele Leute haben bitte TikTok im Namen, Junge? Das war jetzt anders, das war jetzt nicht die Stream-Set, aber da waren wieder fünf Leute gefühlt mit TikTok im Namen. Die feiern sich. Bro, denken die, dass die dadurch Cloud bekommen, oder? Die denken, wenn die irgendjemanden killen, dass der auf TikTok geht und schreibt, Yo, hey, du bist echt gut, Alter, Bro. Robin, Kuss. Du hast mich eben geholt. Du bist super, ich folge. Du hast mich eben geholt, ja, ich folge. Ich werde jetzt Follower von dir, weil du hattest ja TikTok im Namen. Deswegen habe ich dich gefunden. Boah, Screen-Team, krass. 53 Monate. Ja, du hattest TikTok im Namen, ich werde Fan. Wer kennt's nicht, Leute? Wer kennt's nicht? Ja, Bro, hier, glaube ich, geht auch niemand mit, ne? Ey, Bro, aber hier ist ja Wasser-, äh, der Luftbändiger-Tempel, ne? Rechts oben. Ist hier? Ja, ja. Okay, das ist crazy. Da kommen immer zwei Fähigkeiten raus aus dem Tempel. Ja, ja. Oh, da müssen wir eigentlich hochgehen, aber guck mal, die sind direkt... Ah, Bro, ich hab nichts gesagt, Bro, es kommt jetzt, äh, Bro, schau mal, Streams, aber Bro, Sniper, 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 kommt mit. Einer, Bro, einer am Dach rum. Ja. Da wird eh keine Waffe, Bro. Kommt man auch noch? Da, 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 Bro. 23, 23, jetzt crack. Bro, hier, hier, Klaus, einer, Bro, hier unten, da ist einer B. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ah, ist okay. Der Bot bleibt aber an. Wir haben so viel Leben, diese Bots. Oh, Thermalvisier. Komm mal her, komm mal hier rein. Ey, hä, guck mal, was hier ist? Hä? Das ist Erde, glaube ich. Ja, Erde, Erde, aber ist geil. Boah, ich feier den, du, die echt durch, also durch die Waffen, äh, Kisten ist der, ist der Spot echt gut. Weil du kannst, oh, oh, ich glaube, das mache ich als Rotation im Cup. Boah, ich sagte ehrlich, ich nehme oben die Luftbändiger-Fähigkeiten mit, weißt du? Und dann rotiere ich hier lang. Wenn es erlaubt ist, ne? Äh, äh, fertig. Ja, aber ich glaube, die werden es schweren, sicherlich. War schade eigentlich, das war, überleg mal, ohne Luftbändiger, wie langsam du unterwegs bist. Ja, eben. Ähm, dann bist du auf Impulse, äh, 100% angewiesen. Ja. Und Flügel sind es ja auch raus. Wobei, ich sagte ehrlich, Bro, denn für den Lost Legends Cup, Bro, wäre es eigentlich geil, wenn die Flügel drinnen wären. Wenn die Ultra Losties würden dann mit Safe fliegen, Bro, wären einfach Free Kills. Ja. Also die Ultra Losties, Bro, die würden das nicht checken. Die würden... Ja, mit Safe fliegen. Bro, hier sind welche, hier sind welche? Willst du abhorn, Bro, erstmal? Äh, Bro, ja, lass abhorn, lass abhorn, lass abhorn. Ich sag dir ehrlich, lass abhorn. Beide nur Low-HP. Das ist jammel-Loot. Das ist mal hier runter. Ich glaub, Classic fällt noch an. Hier sind noch ganz viele Kisten, Bro, in Classic hier. Ja, ich... Ehrlich, aber ich glaub, Classic sollte ankommen sein. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Boah, grüne Pumpgun, geil, Mann. Hier ist noch graue, neue Pump. Ich glaub, wir sind ehrlich ankommen, ne? Ja, ich komm mal. Ja, Bro, ich bin alle Kisten noch da, geil, Mann. Ich sag dir, eigentlich mussten wir auch jede Runde auf luftbändiger Fähigkeiten gehen. Weil die sind ja, glaub ich, immer in diesem Tempel dabei. Oder fast immer, fast immer. Ey, diese Runde sind oben richtig gelandet. Die sind aber auch insgesamt mit luftigen Abgaben. Ich hab auch Luft gefunden. Geil. Ey, aber hier ist auch gut. Hier ist echt guter Luft auch, ne? Ja, Classic. Boah, hier noch ein Ding, ne? Wenn du brauchst, mit Visier. Boah, ja, ja, safe. Und ich hab ja auch noch irgendeine... Oh Gott, du, hä? Hä? Wie viele Kisten sind hier? Yo. Das ist verrückt, Leute. Hä? Junge, warum ist hier so viel Loot? Ey, Classic ist voll krasser Lootspot. Junge, ich bin wirklich so stacked gerade, ne? Also mit viel und so alles. Boah. Wir brauchen Luft und Erdfähigkeit, alles. Yo. Junge, ich hab so gottlos. Ich brauch ein bisschen Ding, äh, Moon, äh, Moon hier. Pump Moon. Dann bin ich ready. Kann ich dir, kann ich dir was geben gleich? Junge, Autos sind hier auch. Also Classic ist strong. Classic ist strong. Vielleicht hier noch kurz Bahnhof looten. Stimmt, Bahnhof ist hier auch. Ja, hier wurde es schon gefeiert, glaube ich. Der Loot tut gut. Und wir haben hier die... Was ist das? Feuer, Junge. Feuer braucht keiner. Zug kommt, gleich ist eins. Zug, 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 Zug. Zug, Zug. Wo ist die Küste? Ah, das ist nur die... Das ist die Kasse. Komm, was weiterfahren hier. Ich hatte das eh luftpräne. Ich... Windige hier mal. Oh, danke, Bro. Nice, Boost. Junge, ich hab dich vorhin so durch die halbe Map geboostet. Das war auch lustig. Ja, ich weiß gar nicht, wie genau das ging. Keine Ahnung. Junge, ich bin gedashed. Du hast Wirbelwind gemacht. Das Fädel wieder gehen. Jawohl. Wenn Ruid Reef keine sind, Fädel. Ich glaube, noch die Wasserfähigkeit, Bro. Die letzte Runde, das war... War crazy. Ja, oh, halt. Ich hab keine Ahnung. Also, ich sag ehrlich, Luftbändiger und Wasserfähigkeit sind so ruhig. Ich hab's auch anlootet, ne? Boah, alles anlootet. Und... Ja, gut ist. Und... Wasserbändiger! Oh, okay, aber ich mach nicht schlecht. Ich mach nicht schlecht. Aber wir können hier Lootrop anhören, Bro. Er geht nicht. Auftrag war es aktiviert. Echt? Ich nehm, glaub ich, so mit. Bro. Ich glaub, das ist auch ne krasse Kombination, die wir haben. Luftbändiger. Ich kann mir was für dich. Ne, ne, Feuer, Bro. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ich kenn doch diese Embleme hier gar nicht. Okay, das ist die krasseste Kombination. Wasser und Luft. Komm. Ich hab noch Erde, Bro. Zum Safen. Ich hab' mir gesagt, wann gibt's hier Pili? Irgendwas Ordentliches. Bro! Warte mal, geht das? Nee, geht nicht. Schade. Ich dachte, Bro, ich komm nicht. Ed, Paul. Ähm... Ich frag' ich, ob wir Gegner sind. Junge, hä? Ist überall unlooted. Hier ist doch ein Bunker, Bro. Hier ist ein Bunker noch. Ähm... Alles Schildblase, Schildblase. Alles gut. Alles geschildblase. Willst du, willst du in der Drohnen-Shotter oder so gehen? Ja, also... Junge, hier ist ja gar nichts. Hä? Junge, wir waren jetzt in so vielen Hotspots gewesen. Und es war nix los. Links, links, links von mir, Bro. Links, 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 links. Ja, ich komm. Die sind hier rüber, Bro. Die gehen in den... Der ist alleine. Ah, ich seh den jetzt auch in Luftbändiger. Ist der... Ist der wirklich so rufen? Lassen wir abchecken. Er ist solo, er ist solo, Bro. Ja, klingt ja nice. Oder vielleicht geht er ganz schnell mehr. Ich kann auch sein. Hast du ein bisschen angedamaged? Ja. So, da sind andere Passauf. Der ist nicht. 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 Oh mein Gott, der gute Hits, Bro. Gute Hits. Gute Hits haben die. Wir können pushen, Bro. Wir können pushen. Warte, warte, warte noch. Oh, Bro, ich bin schon Doppelsheim. Warte. Die Stubelsheim. Warte, warte, warte. Die pushen. Nee, pushen. Das ist gut. Das ist gut. Gut, 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 gut. Die steigen mal in Sender. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Hier auf High. Hier auf High. Hier auf High. Die gehen links, Bro. Wir halten wieder. 24. Gut, der hält nochmal. Der eine. Einer ist links. Links, 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 links. Oh Gott, der gute Hits, er ist auch cracked. Okay, ist weg. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Komm weiter zurück. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Du hast kein Leben, Bro. Du hast kein Leben. Lass noch Windwille geben, Bro. Ja, ja, ja. Ich habe zwei BGs für dich. Hier, hier, hier. Hier ist noch ein Mad Kid drin. Geil. Ja, die treffen schon gut, Bro. Ja, alles gut. Komm her, komm her, komm her. Die pushen, die pushen. Wir müssen noch ein bisschen auf die Tüche. Ein BGs durch. Die splitten sich. Weiter, wie gehst du dich? Einer ist alleine da hinterm Baum, Bro. Die kann ich holen. Junge, Bro. Er trifft ja jeden Schuss. Der ist cracked, cracked, cracked. Wir können pushen. Hier, Bro, close. Close on me. Ganz los. Wo spricht 100? Eine, wir dead, hab ihn. Der andere, der andere ist da. Der andere ist da. Lass den pushen, oder? Ist one, ist one, ist one, ist one. So gut gespielt, Bro. Welche Rang hat die? Der eine war andere, der eine war Elite. Die war aber nicht schlecht. Die war okay. War echt gut. Ich sag mir, hier ist meine Handbring, Bro. War auch noch. Die haben echt gut gespielt, Leute. Da kann man nichts sagen. Die waren smart. Die haben auch echt gut mit der Cyber gespielt. Also es waren auf jeden Fall keine Bots. Aber wir waren einfach wieder besser. Wir waren besser, Leute. Ich kann ihn noch so viel anwild sein und super anwild sein, die besser sind. Können wir auch im Bunker rein, ne? Ich kann sagen, waren die da schon drin? Ich glaube nicht. Junge, Insel direkt auch hier bei uns. Geil, Junge, geil. Boah, ist ein Bubba-Loot, Junge. Feuerbändige. Guck mal, das kann ich noch mitnehmen hier. Ziple, Bro. Ziple, 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 ziple close hier bei uns. Einer ist so ein Wasserturm. Ich geh aufs Dach drauf hier, Bro. Komm mit. Ah, die haben die und ab da hinten. Da sind noch welche, rechts, rechts, rechts. Oh, äh, lasst es ganz schnell auf die Insel, Bro. Wir sind erst auf der Insel, okay, okay. Ganz schnell auf die Insel, wir sind erst auf der Insel. Oh Gott, oh Gott, laser von hinten, Bro. Oh Gott. Ich würde sagen, dass die Pusche hier bei mir. Hast du noch hier, hast du noch hier? Hier leider gar nichts. Oh, ich geh weg, 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 ich geh runter, geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg. Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg. Oh Gott, okay, nice. Ich geh bunker? Ja, ich geh, ich geh, ich komm zu dir. Vorhin sind welche? Hast du noch 50ern, ne? Oder gar nichts, ne? Okay, der ist noch schön, Bro, wir sind super in der Zone. ich würde gerne 50 50 ja vielleicht nicht nur das gleiche oder so nimmt da ist noch ich komme zu mir was auch noch mal gezogen wenn ihr mal die spächer unten sind zwei hier sind zwei müssen ganz normal welche sein das war rüften ja lasst es mal fancy gehen wo fancy fancy ok ich glaube ich aus der luft snipe nigger wenn ich jetzt hätte hier sind welche brauchen wir sind welche da sind welche bloß ein punkter kaputt da sind auch noch welche braun weiß ich auf dem gang wieder ich habe nicht gecheckt eine auf den anderen vom unter hier kommt genau ich weiß nicht weiß nicht er hätte rum er hätte rum er hätte rum kannst herkommt da kommt er da kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt erst mal der push der push hinter dir er hat mich wieder erlebt er hat mich wieder das ist noch so lange ich habe sogar minus gemacht sorry dass wir nur drei anwühle gegner gekillt haben oder so ja cyber leider ist so eine geile rounding und dann cyber ist aber lucky von denen dass sie treffen ich stecke doch nicht die boden eigentlich von links gepusht und die hauen ab pushen uns und die machen gar nichts mehr die linken leute da die auf der linken seite chillen einfach die haben die ganze zeit auf die geschossen machen wir einfach nichts mehr chillen ich will lieber gruppenteile wer schreibt sowas rein wer wohl paulbergerin laura braucht man ein gewerbe für die fortnight mit mehr sobald du geld verdienst auf jeden fall sobald man damit geld verdient der will natürlich vaterstaat ein bisschen was abhaben aber gut bis 17.500 kannst du ja kleingewerbe anmelden ich glaube ich 17.500 war das ne dann geht das kleingewerbe erstmal anmelden ja wir sind kurz vor champion wie belast du äh 85% also wie gesagt ein win ist champion ja safe also ich glaube äh äh diese wasserbändiger fähigkeit wirklich nur mittlere distanz freuen da geht die richtig ab finde ich so wenn es zu weit weg ist dann ist das risiko zu groß dass man einfach gesnipet wird dann macht schon ordentlich schaden die wasserfähigkeit ja ja anwür schaffen wir locker anwür wir sind ja schon die ganze hinten anwür glaube ich also es wird ja nicht schwieriger wir performen ja trotzdem eigentlich ganz gut ich mag hier gleich mal wo wir landen ja 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 so Ich hatte doch schon einen Rolls Royce, ich will jetzt noch mal einen Rolls Royce holen. Ja, aber damit du jetzt auch noch mal einen hast. Ich hab Gott Dropped, ich hab Gott Dropped, ich hab Trust, ich hab Gott Dropped. Luft, 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 Komm her, ich hab Luft. Ja, ich hab Bro, alles gut, ich glaube wir sind, Bro, du hast zwei Luft, oder? Ja, ich hab zwei Luft, wo bist du? Ja, ich bin da, Bro, ich bin da. Bro, das ist wirklich so crazy, ne, hol dir die. Frage dir. Ja, wir haben die echt outdropped, ne, der ist in 20 Stunden. Guck mal hier sogar einen Puls noch hier. Im Pull, ich glaube ich lag noch Bunker, ne, ja. Feger, das ist so ein Gott-Rosi. Ja, und jetzt guck mal, jetzt geht die classy Royce, jetzt mit dem Ding an, gehen wir jetzt hier classy rein, wesse. Ja, easy. Ja, aber es ist auch egal, ob die Waffen haben, wir brauchen gar keine Waffen. Jungen, wir sind jetzt so fast underway, wir können eh überall hin, weißt du? Das stimmt. Guck mal hier, ich kann hier looten, da looten. Warte um, hier ist SMG. Komm her, ich hab noch, wenn du Dings brauchst, ich hab, ähm, Dings für dich, zwei Impulsgranaten. Ja, ja, geil, ja, nämlich hier, hier, hier. Hier sind auch noch mal Bunker. Ja, hab bereits vier Stück. Ja, viel. Easy going. Ja, guck mal, was ich für Looter-Freunde, guck mal hier. Ey, ich sag ehrlich, ich glaub, ich werd sogar im Cup auf die Dinger gehen, einfach. Weil, guck mal, ich sag dir, soll ich dir sagen, warum? Wenn die erlaubt sind, du, guck mal selbst, du brauchst dich mal krassen Loot, du kommst damit aber locker ins Endgame. Du kommst damit trotzdem barbarmäßig meiner Meinung nach performen. Das stimmt. Also Luftfähigkeit, wenn die wirklich erlaubt sind, dann ist halbe Miete. Ja, 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 also Luftfähigkeit, damit kommst du hundertprozentig ins Endgame, hundertprozentig. Gibt's zwei Luft-Tempel und so, weißt du, so einen für dich und für mich? Hahaha. Hahaha. Warte mal, ich guck mal. Oh, hier ist einer, hier ist einer. Aber ich hau ab, ich hau. Ist egal, lass die, lass die. Nein, ich bin Classy. Ja, ich komm mit. Ja, morgen am A-Cup. Wo, hier sind aber welche, oder? Oder hast du hier ausgeholt? Ja, ne, ich hau aufgemacht. Das war ich. Ey, wieso gehen den Classy, aber keine Gegner mehr, damit ich check's nicht. Junge, Classy ist so ein Strongspot. Das ist nochmal Bunker, bitte. Bananen, hier ist alles. Erdbändiger Fähigkeit nochmal bei Brosten, ich hab nicht. Ah, ich hab eh viel Bunker dabei. Ja, okay, nochmal Bunker. Junge, ich hab alleine jetzt auch schon neun Bunker. Bunker gefunden oder so. Ja. Das ist morgen im Cup und easy Endgame. Luft und Bunker und... Ja, da brauchst du nicht verwachten, wirklich. Also, das ist... Einfach morgen auch mal ne Runde ohne Waffen gewinnen. Oder weißt du, sonst sind du noch ein Sturm mit zur Not? Luft, Bunker, EMP-Granaten, Impulse, eine Waffe. Junge, kannst du Flowberry mitnehmen? Warte, ich bin die Gegner, Bro. Hä? Komm, komm, komm. Ey, das sind die selben, Bro, die letzte Runde. Aber sind beide gut angedamaged. Haha! Junge, beide Crack, beide Crack. Ja, warte. Der eine ist tot, der eine ist zauern. Einer Impulse, hier nach rechts. Wir gehen, Bro, ist da. Der Impulse ist fully weg. Ja, lass doch mal Dings hinterher. Wo? Mach hier mal. Hier in die Richtung, Bro. Ich seh ihn. Ich seh ihn, Bro. Ich seh ihn, ich seh ihn. Hast du den angehitzt, Bro? Ja, bisschen, bisschen, bisschen. Aber ich weiß nicht. Aufwand war das Schild auch, ne? Unter anderem. Bro, er ist worden, er ist worden. Ah! Bro, wir haben es wieder gleichzeitig gefehlt. Loser! Bop, bop, bop! Bro, warte mal, waren das die? Schau mal, wo wir fohlen, ne? Ja, ich glaube, es waren Stream Swappers. Das waren wieder Loser. Lass direkt Loser Dance machen. Die guckt noch zu. Die guckt noch zu. Loser Dance! Haha! Ja! Wir brauchen auch mal ein bisschen Blumenkohl für dich. Danke. Guck mal, da gehen sie direkt raus. Hehehehe. Ich glaub, Turnier geht morgen 18 Uhr los, ne? Wir werden dann schon auf 17 Uhr live sein. Wir haben 18 Uhr sind erstmal Regeln. Also das Turnier so starten, glaub ich, wird es erst gegen, das Gefühl, 20 Uhr wieder. Ja, gut. Die Teams sind ja schon fest, ne? Zumindest fällt das weg, dass Teams irgendwie ausgelöst werden oder so. Aber trotzdem interessant, wo die auf einmal hergekommen sind. Das check ich auch nicht, ne? Die waren einfach da drinnen. Schauen wir, ich brauch irgendwie shillt. Ich hab hier Minis noch. Hier. Ich hab hier. Alter, danke dir. Du musst doch nicht schon auf welchen Linien, aber ich find eh noch welche. Also von heute ist gut. Ja, ja. Einfach zum Bahnhof, das sind auch das Blech. Ja, ja. Oder zum Bunker noch. Aber dieser Fairbox ist auch wieder drin. Den haben wir auch letzte Runde gefehlt. Ja, der wurde, glaub ich, grad gefehlt. Nice. Big Fort, nice. Let's go. Ich hab jetzt vier Bunker und drei Impulse ist noch mit dabei. Ist das Erde? Ja, glaub ich. Ja, ich hab auch schon mit, ich hab schon mit. Okay. Oh, Gottschest hier. Oh, nice. Aber nur Müll drinne. Oh. Das ist Tohle. Ich brauch immer noch ne geile Pumka, ne? Also wenn du ne geile Pumka siehst. Da brauch auch dringend eine, bro. Ich sag ehrlich. Wann hast du eine hier? Wollen wir mal kurz hier runterfahren. Wirst du mal 2.000 Meter düsen. Ich bin ne epischer neue Pumka. Ist das dann aus Zone? Ja, so ein bisschen, ne? Okay. Also wenn wir epischer neue Pumka jetzt noch haben, bro. Realtag, wir haben Gotlood. Ja, das ist gut. Dann ist es gut. Lass uns einfach mal in die Richtung düsen und schauen, ob wir da noch vielleicht Gegner auf den Weg bringen. Ja, wir sind halt auch Ult. Junge, ich sag jetzt immer zu sprinten, Junge. Ja, da bist du noch mal so viel schneller. Ja, findest du? Ja, schon eigentlich, ne? Das ist schon mal nen guten Boost. Ey, 2.000 Meter sind halt wirklich nichts zum Rotieren, ne? Also ich finde, die beste Fähigkeit ist aktuell einfach diese Luftfähigkeit hier. Und diese Erdfähigkeit... Oh, hier rechts, bro. Wir können... Hier, 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 wir können... Kannst du kommen? Äh, ja, ich... Warte, ich muss... Ja, hier ist der Berg, bro. Ich komm. Der ist grad gelandet, bro. Im Hielboot, oder was? Ja, ja. Irgendwärts bei dir? Ja, die sind schon im Haus drin. Ist egal, ist egal, ist egal. Lass das Dings fahren. Lass das Pumpgrant fahren. Okay, okay. Die campen sich da jetzt wieder in Astabloid, da hab ich keinen Bock drauf. Das... Das... Das macht keinen Sinn. Ich wollte jetzt auch zuerst lavish leerlanden, aber ist halt echt so ein Camper-Spot, ne, brother? Wenn da jemand im Haus drin ist, ist es over. Ja, die campen in deiner Ecke, moven 10 Jahre nicht. Das bringt das. Das bringt nichts. Ja, also Luft ist halt so overpowered. Vorhin sind welche, ne? Mit Medaille. Oh, ja. Oh, hier rechts, bro. Die wird angeschossen. Bro, lass mal hier links... Hauen die ab, oder was? Ja, genau. Ja, okay, lass hinterher, lass hinterher. Aber schließen auf dich jetzt noch. Bei mir. 21. 50 Stimmen auf einen. Oh, ein bisschen angedamaged. Ja, warte, bro. Ich bin... Ich bin... 25 Schild nur noch. Ja, dann... Hey, hier ist noch immer ein Bro. Ja, lass abbauen. Ja, das sind zwei Teams, Bro. Die haben gefeiert grad gegeneinander. Ja, lass weg, lass weg, lass weg. Ein Team hat echt gutes Aim von denen auch gehabt. Ja, lass jetzt immer die Pumpkin holen. Ja, vor uns ist auch Trisor, das erste Trisor gehen. Ja, stimmt. Wie sind wir da noch? Boah, das nehmen wir aber noch viele Leute. 41. Zu viel. Ich denke mal, im Cup morgen wird auch recht stacked, ne? Ja, ja, safe, safe. Ich denke mal, die Leute werden auch viel Defensive spielen. Hier, neben mir sind welche. Was? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ja, okay. Die wollen vielleicht Trisor. Ich versuche die abzufangen, Bro. Ich gehe auf High hier. Ja, die sind da auf dem Haus. Die haben Sniper. Habe ich gerade hinter uns? Auto gehört? Wir können Bunker reingehen, wenn du möchtest. Ja, ich weiß nicht. Sind wir da noch? Hinter uns sind auch welche. Hinter uns sind auch welche, Bro. Komm hier, komm hier, komm hier. Komm hier rechts, komm hier rechts, komm hier rechts. Komm hier. Hinter uns waren auch ein ganzes Team hier. Ich gehe mal auf High hier. Wir sind ja genau in der Mitte. Ist egal. Ich sage ehrlich, scheiß auf den Bunker. Scheiß auf den Bunker. Wir gehen hier lang. Okay, okay. Das bringt nichts weiter. Dann sind wir da wieder in der Mitte. Da haben wir auch nichts gewonnen. Das stimmt. Das Ding, ich will dann überlegen, ob es lohnt. Ja, wir können doch hier im Bunker gehen, wenn der offen ist vielleicht hier. Hier oben bei der Windmühle. Nein, nein. Ne, der ist nicht offen. Wo weißt du das? Da kann der nicht angezeigt werden. Aber weißt du, ich bestimmt nicht. Hier ist noch hier. Hier ist noch hier, ne? Ja, ich bin ein Big Show. Ja, nice. Kommt ihr hier, Vigi rufen, der Big Board. Ich bin da mit einer Pumka umzuspreen. Ich hasse diese Hanna Pumka nicht. Ich werde jetzt schon mit einem Hit treffen und das war's. Ja, true, true, true. Ja, das ist einfach mal hier rotieren und gucken, ob hier irgendwelche sind, weißt du? Ja. Ja. Ja, vielleicht dann gleich mal Richtung Insel oder so gehen, dass wir vielleicht die ersten auf der Insel oben sind. auch immer noch ganz geile Loot. Und da ist dann auch Aufrüstbank. Ich werde jetzt schauen, ob hier im Haus wieder welche campen. Diesmal gehe ich aber nicht rein. Pfff. Ja, gut. Ja, warte. Ich rekrutiere mal den Bot kurz hier. Anna. Warte mal. Wir können ihn entlassen, den Bot, oder? Keine Ahnung. Oder verkauft epische neue Pumka auch. Aber es ist die letzte gewesen. Ist egal, ist egal. Ja. Hier, hier vor mir, Bro. Vor mir. Ich gehe auf High. Ich gehe auf High. Ja, warte. Ich bin ein bisschen hinter dem noch. Ja, das ist gut. Alles gut. Oh, die sind direkt neben mir. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau. Ja, okay. Anderes Team auch noch anders. Zwei Teams da. Zwei Teams da. Alles gut. Das ist schön kurz. Das ist schön kurz. Wenn die fighten, Bro. Die fighten jetzt gerade. Komm mal hier rechts lang. Komm mal hier rechts lang. Ja. Wir können die von hinten holen. Die da oben. Komm mal hier. Hier rein. Und hier hoch. Da oben auf dem Berg, Bro. Warte. Oh nein, nein, nein. Das ist hoch da. Das ist hoch da. Ich sag dir ehrlich. Der ist hier oben. Noch. Der ist wohne. Der ist wohne. Ich hab den. Hier Bunker ist auch. Hier Bunker ist auch genug. Der ist ein Kollege. Andere noch. Andere noch. Hinter uns. Hinter noch. Uns andere noch. Der Außenbusch. Ja, ja. Hau ab, hau ab, hau. Alles gut. Ich bin safe. Vor mir noch. Vor mir noch. Hier im Busch sitzt. Ah, okay. Der ist alleine. Da lass ich den Luft. Der ist weg aus dem Busch. Wir können den Pushen eigentlich, ne? Ähm. Naja, rechts von uns sind auch noch zwei Teams. Ja, lass mal rechts gucken. Lass mal rechts gucken. Die Feinden auch grad. Der ist eh weg. Hier, Bro. Hier. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Okay. Mach halt auch den Bunker. Hinter uns noch. Hinter uns noch. Hau ab, hau ab. Hinter uns. Ja, easy. Ich gehe weg. Ich weiß nicht wo. Wieder hinter uns Schüsse. Komm mal hier rechts lang. Komm mal hier rechts lang. Komm mal hier rechts lang. Zu mir. Zu mir. Unterwegs? Irgendwo wieder hinter mir. Ich weiß nicht. Die ganze Zeit schießt hinter mir einer. Schau mal. Das ist immer noch in der Medaille. Out of Zone. Hier in, äh, Ding. Äh, hier oben irgendwo. Ja, die kommen rein. Die kommen rein. Die kommen rein. Ich gehe hin. Ich gehe in den Busch, Bro. Ich gehe in den Busch hier. Der ist low row. Ist down, ist down, ist down. Da ist noch einer. Er ist gut. 60, 60. Hinter uns auch welche. Einer B ist der. Nice, nice, nice. Der Kollege kommt. Der Kollege kommt. Einer B. Einer B. Haben wir, haben wir. Wir haben drei Med-Kids. Chill, chill, chill. Wir haben drei Med-Kids hier. Der ist dead. Nice. Boah, da ist immer noch einer außerhalb von Zone. Mit der Medaille. Ich habe den Big Chili rüber, Bro. Ich habe mal hier. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Hier, Bro. Hier, hier, hier. Close sind die. Chill, 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 chill. Warte, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Wir sehen aber, er ist hier. Warte, warte. Ich muss hier die Big Pots mitnehmen. Ja. Hier, bei mir ist einer. Vor mir. Hier, close, Bro. Close. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh mein Gott. Der geil. Wie viel, wie viel. Einer, der empfiehlt sich out of Zone auch? Warte, Bro. Mein Bot kann wieder überleben. Du musst aber nur überleben, Bro. Ja, alles gut. Mein Bot rest mich. Ja, go, go, go. Aber überleben, Bro. Ja, hinter mir ist noch einer. Ich hoffe, ich hoffe. Fünf. Vier. Drei. Nein, der, hey, der kommt auch zu den. Noch einer und der finischt mich. Also das ist so. Alles gut, alles gut. Ich hole dich, ich hole dich. Wo ist der? Wo ist der? Ja, wo du warst. Ja, ja. Es cracked. Bro hat wieder tausend Pulsgranaten. Könnt ihr euch jetzt links verboten? Ja, ich hole dich da. Ja, ich hole dich da. Ich, hier Klaus, links. Nee, brauche ich gerecht. Ich gehe. Es ist zu weit in der Zone, Bro. Wenn der jetzt links kommt. Ich hole dich da. Dann hast du zweitiges, Bro. Okay. Ich habe nur ein Matkit. Oh, Bro. Ah, nötig. Egal. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht, Bro. Ich hätte nicht gewesen, Bro. Das ist rechts, Bro. Das ist rechts, Bro. Das ist rechts, ich glaube. Das ist rechts. Das ist rechts. Bro, also sorry. Das kann sogar keiner erzählen. Das ist nur das Streamciper. Bro, es sind 22 Leute. Und die gehen uns auf den Sack. Das war das, dass du den Biggie gleich durch bekommst. Oh, Bro. Nee, nee, nee. Bro, da oben sind auch welche. Ja, aber sonst macht das... Bro, Bro, schau mal. Die Zone geht zurück, Bro. Du könntest den Reckless ganz hinten rebooten. Ja, ja. Der linke Reckless-Reboot. Ja, ich will dich natürlich. Du könntest jetzt eigentlich gleich schon mal los, Bro. Die Zone geht... Ja, aber es sind schon wieder welche. Da rechts oben. Ja, dann gehen wir vielleicht ein bisschen links lang. Sonst hier der rechte Reckless-Reboot wäre auch in der Zone. Ja. Boah, wenn der Reboot durchgeht, wäre ich ein Besen. Das wäre... Also es wäre... Wäre sehr crazy. Ich spiele auch die ganze Runde mit dieser Gammelpump, ne? Ja, Bro. Wirklich... Nullbau leider echt... Echt... Katastrophe. Bei der Hälfte musst du dann den zweiten... Die zweite Schildplatz schmeißen. Ne, ne, ich zieh durch. Zieh durch. Ja, so. Safe. Geil, Mann, geil. Ich fliege hier rechts hin. Genau durch den blauen Marker, das ich sehe, ne? Vielleicht können wir dann auch was im Keller kriegen. Oh, hier oben liegen vier Bunker. Ich nehme die direkt mit. Ich habe hier nochmal Splashies. Ja, ich komme zu dir. Ja, ich habe den Rebooten, Bro. Warte, warte. Lass den abfangen, Bro. Wenn wir den bekommen, haben wir alles für mich. Lass den buschen. Okay, los, 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 los. Hit. Ich will zeig ihn. Im Auto. Naja, fährt weg. Bro, ich habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Nice, nice, nice. Nice, okay. Oh, Luft, ey. Kein, Bro. Eben. Ich habe ihn. Habe ihn. Geil, Junge. Hat er noch einen Mad-Kip, ein Biggie, ein großes Ding? Schild hat er gar nichts. Schild hat er gar nichts. Schild hat er gar nichts. Geh mal ins Haus rein. Ah, Bro, Zone kommt. Ich gehe ganz rechts lang, Bro. Ah, wobei hier oben sind welche. Ich habe vier Bunker jetzt einfach für uns. Schau, ich habe auch nochmal Schild. Bro, 40, 40, 40, Place Bunker. Ich komme, ich komme noch mit. Ich komme noch mit. Vor mir, vor mir. Hinter dir, hinter dir. Ich mache noch ein Bunker, Bro. Schild hast du gar keins, ne? Oder ich habe Schild bei uns geplaced. Nee, äh, also Schild. Nee, nee. Hinter uns, Bro. Hinter uns, hinter uns. Der ist im Bunker drin. Bunker mit mit, äh, mit Luft einfach. Ja, ja, safe. Ja, safe, safe. Das sind die Weiten drüben. Da sieht man sogar einer getacht worden ist. Wann noch nicht hier? Na, das ist Hquick, einer, scraact. Wer ist Wunders. 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 Ich hab ihn! Hä? Es ist schon dran! Kannst du den pulsen? Ich hab den pulsen! Rein, rein, rein! Ja, willst du eigentlich ohne gehen, bro? Eigentlich ohne, bro. Ich hab einen Afterticks. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Risch, ich komm mit Farbrow und ich hab Ding für uns. Ich hab noch Bunker für uns. Ich bin einer B. Ja, dich gesalbt. Bro, ich hab Nettkirchen für dich. Ich hab Nettkirchen für dich. Ich hab Nettkirchen? Nein, 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 nein. Ich bin Bunker, bro. Ganz richtig ohne Bunker. Oh Gott, hinter mir. Nein, 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 von links. Oben, oben sind auch welche, bro. Oben auf dem Berg. Oben, rechts auf dem Berg. Schieße erstmal nicht, schieße erstmal nicht, schieße erstmal nicht. Hinter uns, hinter uns, der ist weg. Oh, Klaus, unter uns hier, schau mal. Ja, ja, ja. Klaus, hier unter uns. Lass die pushen, lass die pushen. S1? Ab ihn, ab ihn. Der hat Minis gehabt für uns. Komm hier hoch, komm hier hoch. Ich lieg hier hoch. Die sind drüben noch. Wir haben Zone, bro. Wir haben Zone, wir haben Zone. Bis allen du, oder? Ja, ja, nicht. Ja, das kannst du vergessen. Die pushen nicht. GG, aber egal. Trotzdem gute Rounds. Ja, das waren eh zu low road. Die hatten, glaub ich, full life. Die hatten alles, die hatten alles. Ja, ja. Guck mal, die hatten alle Medaillen. Full life, die hatten wir eh geschafft. GG's, bro. Aber das müsste theoretisch der Uprank sein. Mal schauen. Wir gucken mal. Oh, 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 oh. Nein, bro. Du hast keinen Uprank? Zwei Prozent. Was? 98 Prozent. Nein, oder? Ja, 98 Prozent. Ach, bro. Wie viel hast du? Wie viel hast du? Ich hab jetzt 60 Prozent insgesamt. 60 Prozent. Krass. Nein. Ja, bro, komm. Komm. Last game jetzt. Last game, Leute. Hey, Dings. Champion, Mann. Geil. Boah, Junge. Es zieht sich aber. Die haben auch geschrieben. So, ey. Es wird schwieriger, jetzt anwes zu erreichen. Dann macht es echt wenig Plus. Aber wir haben trotzdem gute Rounds. Ja, jemand macht Auge, Leute. Wegen zwei Prozent. Da hat jemand ein Auge gemacht. GG's. Aber ich muss trotzdem sagen, Leute, bockt auf jeden Fall. The real dog is bockt einfach. So zocken. Macht Spaß. Ja, Leute, jetzt machen wir's voll. Jetzt easy, Leute. Jetzt easy voll. Es gibt zwei Lufttemple. Einer ist noch bei Battleground. Boah. Amar. Okay, das wäre, das wäre Überlegung wert, Leute. Wir warten ab, Leute, ob Amar morgen sagt, ja, Items sind erlaubt oder nicht erlaubt. Und ich hab mal ganz kurz, es gibt schon Regeln. Ne, Regelerklärung ist noch Lehrer Channel. Aber wenn Amar die Regeln morgen sagt und er wirkt die Items erlaubt, dann wäre es eine Rechte Überlegung wert, dass wir einfach den Land, Leute. Einfach bei dem Lufttempel. Was geht, Lukas? So. Junge, jetzt die Abfahrt. Die letzten zwei Prozent. Hier, was geht ab? Wie viele Runden gibt's immer? Amar zu nehmen. Boah, ich weiß, keine Ahnung, es wurde noch nichts announced wegen Regeln, gar nichts. Also keine Preisgeldaufteilung, nicht viele Runden, gar nichts. Ich denke mal, es wird vielleicht sieben Runden geben. Eventuell auch wieder so eine Special Round, dass irgendwie alle einem Ortland oder irgendwie alle nur, keine Ahnung, was verwenden dürfen. Dass irgendwie eine, eine Special Round geben wird wieder. Ja, safe. Deswegen, ich denke mal, sechs normale Runden und eine Special Round wird's geben, mein guess. Aber wie gesagt, es wurde noch nichts angekündigt, also keine Ahnung. Es gibt noch keine offiziellen Bestätigungen. So, aber jetzt kommen wir die letzten zwei Prozent noch voll machen und dann Abfahrt. Leute, einfach gleich, äh, Dings. Ja, bro, es muss Unreal mal Realtalk vollgemacht werden, Digga. Ja. 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 Boah, die Picker ist das aber auch geil. Ja. Ja. Das war ein Avocado Brot. Ich bin groß. Ah, kein bisschen groß, Bro. Was wollen dieser? Da wo ich markiert hab. Ja ok ok. Oh die anderen haben auch einen Gottlob. Ich hab auch einen guten Drop. Ich hab's unter, der schafft's gar nicht. Schafft das der da hin? Ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster. Ich hab eine, ich hab eins, ich hab eins. Ich hab eins, ich hab eins. Oh mein Gott. Der ist egal, ich ruhig zur Not. Ich ruhig zur Not. Komm mir doch einen Impuls kauf und weg Impulsen. Bro, die sind so lost. Bro, die haben's gar nicht gerafft. Hast du eure Köpfe? Hast du beide Luftfähigkeiten oder nur eins? Nur eine leider. Ah ok Bro, die verfolgen mich. Ja, ich hol dich gleich einfach. Ich hole dich Dave bald. Ja warte mal. Junge, hä, hier außerhalb sind überall welche gelandet. WTF? Bro, kannst du zu mir kommen, Bro? Ich habe Kisten und so, Bro. Ja, ich komm. Wir können die nicht abfangen, Bro. Sie wussten, die sind so greedy for no reason. Sie sind jetzt scheiße. Ich hab halt nix, ne? Bro, hier ist alles von mir. Jetzt kommen wir durch noch. Ah, jetzt haben wir auch Abbrauch. Dega, sei dir schlecht. Pass auf, links auf den großen Dinger sind welche, ne? Auf diese Windräder? Ja. Ah ja stimmt, die kommen jetzt rüber gerade. Hier. Kannst du die abfangen? Weiß nicht, die sind geil, glaube ich. Ich fand einmal ein Zipline gehört, aber... Ah, die sind, die sind nach hinten gegangen. Sind auf dem dritten. Äh, hier. Er kommt sogar sonst auf. Wo? Hier, bei mir. Nee. Da sehe ich schon wieder Thermal-Visier drauf, Leute. Stark. Warte, dann ertrink kurz den Minisprall und bist du... Bist du mir selbst eigentlich nicht ganz cool? Oh, ich hab denselben Falschheit. Wir kommen zusammen unsere AP an, ne? Ja, ja, ja. Wir haben beide den Falschheit bekommen. Okay, mach. Wow, unfassbar. Ja, zwei dumme Ein-Gedanke. Ja, wenigstens hat er nur eine Fähigkeit bekommen. Mhm. Warte mal, was liegt hier? Oh, ja. Ey, die kommen, Bro. Die sind bei mir. Ich gehe nicht auf, wenn's geht. Power, Power, Power. Impuls dich rüber. Gut, 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 gut. Die denken, du bist alleine. Ich warte auf die. Ja, die haben Angst, die haben Angst, die haben Angst. Komm, was weiter. Ich hab die gute Gildes. Oh, ich muss, Bro, ich hab... Mann, ich muss auch so rumlaufen. Das weg, das weg, das weg. Ja, ja. Weiß ich, ob die, ähm... Die von der Bohrinsel pushen mich, Bro. Warte, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich bin auch safe, alles gut. Spiel defensiv, kurz fünf Sekunden auch, bis ich kommen kann. Ja, alles gut. Ich bin Schillinge. Geh aufs Dach, da, geh aufs Dach einfach. Ich seh einen, ich seh einen. Einer kann mit low. Hab den, hab den, hab den einen. Ich seh's, du seh's. Wo ist der andere? Komm zu mir, komm zu mir. Ja, der eine ist auf dem Dach, glaub ich, oben, ne? Können die pushen, Bro. Ich kill das an seinen Kollegen, Bro. 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 Bro, ich bin low, ne? Ich bin low, Bro. Ich bin low. Ich muss den von hinten zu pushen. Rechtsziele. Andere pushen, andere pushen auch noch. Das scheiß Sniper, Digga. Also ich, Headshot Sniper. Ja, ja, Bro. Er dreht sich um. Ja, Tanza, Bro. Er dreht sich um und gibt mir Headshot Sniper. Da waren aber noch andere, Bro. Ja, ja. Ey, dieses Sniper ist so'n Herzliebe. Egal, du kannst es schnell machen mit Luftraht. Ja, ja. Ich kill noch kurz wegen hier und dann hole ich dich recht. Zone ist eh gut. Easy, easy. Easy going. Oh, ich check nicht, dass hier auch wirklich nix drin ist. Die können ja wenigstens Fässer reinpacken oder so. Hier ist ein Haus. Oh, Matt geht um. Wichtig. Aber das Geile ist, du kannst mit dem Luftrad gleich den ganzen Berg hochfahren. Theoretisch ist, wenn irgendein anderer Spieler kein Luftrad hat, er kann gar nicht hinterherkommen. Das ist unmöglich, Alter. Du mal hier. Oh, ho, 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 ho. Ja, ja, das ist so krank. Steht er noch da auf meiner Karte? Nee, nee. Er ist tot. ist es bekommen mal irgendwo hinten was hier kann ich doch holen ja ja schon Ja, ich glaube ein bisschen schlaues, ne? Sind noch Minis? Geil, geil, geil. Easy! Easy, Leute! Easy, Cheesy! Easy, Bro! Du bist der Beste. Ja, Mann. Ich loote hier noch ganz kurz. Ja, Splash, Minis, alles. Oh, ich habe ein Hängegleiter bekommen. Nice, Leute! Woo! Ich liebe diese Fähigkeit. Oh, ich werde angesnipet von Notal, glaube ich, glaube ich. Von da oben werde ich angesnipet. Bro, warum pusht der mich? Hä, ist der dumm? Hä, Bro? Hier, Alter! Juhu, er ist Solo. Ich wollte gar nicht auf ihn gehen. Er pusht mich. Das hat aber kassiert. Hat kassiert, Bro. Ja, nice, Mann. Dieser Loser, Junge. Ich check's. Also, manche Leute sind echt dumm, Alter. Wirklich, also... Das hat ja gar keinen Sinn gemacht, Leute. War da Loot, Bro? Ja, nicht krass, noch nicht krasser. Ich komme jetzt mal zu dir. Besser wie gar nichts. Ja, hier kann man aber angeln. Oh, warte, ich sehe hier oben den Bunker und so. Ich bin auch gleich wieder von irgendwo, von Pausenmetern mit Wasserfähigkeit angeschossen. Komm, ey. Ich brauche nicht genau, von wo er war. Jetzt auch erst mal safe. Komm, gib mal ein Schildfisch. Ein Schildfisch. Ein Schildfisch. Super, danke für nichts. Komm. Ich geh mal kurz noch classy. Nein, ich komm sofort. Obwohl, wir können eigentlich auch Bunker gehen, ne? Ja, können wir auch warten. Ja, ich hab' 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 ich hab'. Ich hab' ihr ein Auto. Komm, wir in deine Richtung gedüst. Ah, wobei das eh das Luftrad, ne? Oh, rechts von mir noch, Leute. Ja, ich hab' Luftrad. Aber ich sehe jemanden fliegen hier. Ja, die sind hier beim Bunker. Ja, die fighten beim Bunker gerade. No, lass dich, das ist zwei Teams. Das weg, das weg, das weg. Drei Teams sogar, drei Teams, glaub' ich sogar. Aber im Bunker drin der auch? Ja, Bro, die fighten da oben im Bunker, da sind so viele grad gewesen. Also, ich hab' ab. Hey, Bro, die sind alle abgehauen. Wirklich? Hä? Ja, Bro, die ja. Vielleicht verfolgen die die. So, okay, warte, schau. Wenn die zwei streiten, von sich der dritte Bro, ich hab' nen leeren Bunker. Also, ich bin voll Nude. Geil, Mann. Ja, die sind vor uns. Oh mein Gott, Junge. Ja, Bro, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, ne? Die kommen. Die sind oben, Bro, die sind oben. Chill, 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 chill. Die fighten, Bro. Könnte sein, dass welche reinkommen. Duck dich. Bro, ich geh mal mit Luftbändiger raus, ja? Ja, ich hab' Impulsiv. Okay, warte. Allgutes Chilling. Vor uns waren wir hier, die waren im Busch hier. Könnte sein, dass die, ja, die fighten wahrscheinlich gerade, ne? Unter mir, Bro. Sie ist ja unter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind noch welche, Bro. Komm her, Bro. Wo, wo, wo? Von hier vorne. Die Pusche. Ja, sonst, äh. Ja, aber... Oh, wieder ein zweites Team. Junge, Bro, wie viele Teams sind hier, bitte? Und hier doch wieder Bot und so, Bro. Das ist immer wir zu immer mit diesem Scheißdreck. Ja, Bro, Bots müssen sie echt rausnehmen, Alter. So, hier ist noch einer neben mir. Junge, guck dir das an. Junge. Die sind ja ultra fokussed gerade. Ich schicke gar nicht, was die von uns wollen. Junge, wir haben gar nichts. Ey, das ist gerade wirklich, also das ist eine ganz komische Runde. Ja, irgendwie Schneegebiet, Land, so, Bro, ist auch echt wie ich, du, Bro, die ganzen Berge und so, ist, keine Ahnung. Ja, mit luftbändiger Fähigkeit geht's aber. Äh, klar, das ist geil, das ist geil. Junge, da waren echt so viele Teams. Entschuldige jetzt aber, ja, warte mal, ich bin da vorne, du bist nicht. Das müssen doch Kisten sein. Ja, das sind noch, glaube ich, irgendwo Splashfester oder nicht? Sind wir nicht jetzt in einem Haus und aus Splashfester? Boah. Wieder nur Müll. Und in einem Flugzeug habe ich auch kein Splashfester gesehen. Gibt doch mal Matkit. Gibt doch mal Matkit. Auch die nächsten 2 Zonen, wo erst ab 106 sind zwei Attacks, das ist. Wie hoch du fliegst. Oh, Matkit noch, nice. Nice. Könntest du hier links rebooten direkt bei der, bei dem Haus ja. Und einseitig ist dann auch dann auch einseitig. Was? Äh, ja, ich hab eh immer Kit. War das keine Luftfähigkeit gewesen? Ja. Ich denke mir, was 2% ist, also hoffen wir das 3% schon voll machen sollten. Oh, hier ist auch nichts mehr. Oh, Double Matkit hier oben nochmal gefunden. Versuch Zone zu kommen, ne? Mit Auto oder so? Ja. Ja. Ich gehe so ein bisschen auf die Berge, dann spiele ich das mal defensiv. Oh, ich hab Flowberry. Komplett für uns. Ja, ich bin grad am Boosten, also ich war grad zu dir. Ich bin on my way. Wir haben hier... Hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner. Und wir haben einmal Full Dings für dich, Full Schild. Hier, komm her. Nice, danke dir. Kannst du dir ein bisschen Muni geben, Bro, wenn du was hast? Yes, 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 yes. Geil, Mann. Deiner Wirbelsturm, du, mit deiner Luftfähigkeit. Oh, hier vorne sind noch Waffen, ne? Haben wir Müllwaffe hier? Müll, Müll, Müll. Besser wie gar nichts ich hab. Nur graue Pumpkern. Vielleicht guck mal hier noch bei dem Götterhaus. Der ist alles schon weg. Der ist alles schon weg. Da werden wir leider keine, äh, Bunker oder so, ne? Ja. Hier ist einer, Bro, vor mir, vor mir, vor mir. Der ist aber Solo, der ist Solo. Siehst du den? Ja, ich seh den. Der fliegt da komplett, ne? Ich guck mal, wo der hinfliegt, Bro. Der will wegfliegen, oder? Ich glaube auch, ja, der hat Angst. Aber der ist Solo, geht da zum Haus, ne? Hier, Bro, hier. Hier, 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 hier. Jetzt sind's noch neu, Bro, sind's noch neue. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ja, ich kann gar nicht davon. Ja, chill, 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 chill. Die pushen dich grad nicht. Ich hab hier High Ground, ich hab hier High Ground, Bro. Da bist du halt nie wieder die Hunde. Der hat, äh, gut Hit. Versuch, ein bisschen abzuhauen. Nicht hinter dem Busch. Du musst überleben, ne? Ja, ja, alles gut. Ich hab gar keine geilen Waffen. Ich hab größten Rotzwaffen. Ja, die auch nicht, die auch nicht. Okay, Bro, ähm, lass mal vielleicht hier kurz drauf gehen, und dann jump in, okay, weil ich hab... Ja, geh, 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 geh. Geh schon mal nach vorne. Guck mal, vielleicht ist da noch irgendwo Loot, weißt du? Ja, ich geh da zum Jumper dazu. Alles weg. Hier oben könnte was sein, hier oben. Das ist ja meistens. Bro, alles auf. Da, biggi, 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 biggi. Ja, nimm ich mit. Nimm mit. Und Pumpgun. Ja, Pumpgun ist auch gut. Hier ist auch irgendwo das Chester, ne? Hier ist noch Loot. Hier, 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 hier. Und? Flowberry und, äh, boah. Hier nochmal Pump. Da liegt auch noch was drin, ne? Oh, ich stepp's, Bro, ich stepp's hier. Ja, ja, ja. Ah, sie sind unten, sie sind unten, sie sind unten. Du hast gut looten, ne? Ja, ich hab's gut looten, ne? Ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt auch zwei Bunker gefunden. Wir schauen, wie ich, äh, wie ich hier runterkomme. Ich geh mal nach vorne aufs Dach, da kann ich dir Decken geben. Ja, easy, danke dir. Da sind keine mehr hinter uns, oder? Ich glaub, sie sind gemoved. Ja, ich hab, ich hab einen Zap gesehen. Bro, wir haben hier gute Pose, wir haben hier eigentlich gute Highgrounds hier. Rechts, Bro, rechts, 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 rechts. Ja, warte ich, oh, ich, ich bin runter, boah. Ich bin runter. Ja, alles gut. Hier, Luftbändiger-Fähigkeit. Crack. Okay, hol dir direkt die Fähigkeit. Ja, geil, Bro. Das war auch der, der mich vorhin gesypt hatte. Oh, der hat alles gehaft, jeder, alles. Hier, 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 hier. Noch mal Bunker und so. Ja, geil. Hinter uns war noch einer, Bro. Hinter uns war noch einer. Komm mal hier, komm mal hier. Irgendwo war hier noch einer. Hä? Lass uns Zonne gehen, Bro. Lass uns Zonne gehen. Ja, lass Zonne, Zonne, Zonne. Links, glaub ich, ja. Da wird viel Bunker mit am Start. Boah, geil, Bro. Die haben nach Gott Pose, die einen. Lass hier hin. Ja. Komm. Die sind da vor uns im Haus. Ich mach Bunker, Bro. Ich mach hier Bunker. Boah, schieß das Haus kaputt, schieß das Haus kaputt. SIEHT, 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 SIEHT. SIEHT, 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 SIEHT. SIEHT, 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 SIEHT. Aufs Auto, aufs Auto, 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 Auto. Oh, ich muss aufs Ahtung er snipe. Ich muss aufs Haus. Jetzt aufs Haus. Die gehen nach hinten weg, die gehen nach hinten weg. ich habe dabei und drei bunker noch oben auf berg hinter uns die müssen aber nicht kommen lasst die laser lasern wo die move die move die move ein ziel wie sie raus kracht ich mach ihn mal so noch mal dicke hilfe 27 ist korrekt? Die sind beide unter uns, Bro! Die sind free, die sind free, die sind free! Oh, hier, hier, schau, weg, Schilly! Bro, der Stein muss weg, der Stein muss da oben! Schieß auf den Stein, schieß auf den Stein, 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 Stein! Nice! Warte mal, ich habe Cypher-Gard ready, wenn die Schildklasse weggeht... Boah, das haben die gut gemacht! Aber das Ding ist, es ist nur einer oben eigentlich, glaube ich, oder? Ich glaube, ja! Wollen wir hier gehen, Bro? Ich glaube, das ist echt nur einer oben! Ja, ja, komm, komm, komm! Push! Wir müssen auch umpushen! Wir pushen um, wir pushen um! Wir pushen um! Ich gehe über Seilbahn, oder was? Ja, mach nur Seilbahn, ich booste hier so rüber! Er hat mich gesnipe! Hint, hit, hit! Blase hier, Blase, hast du das Schild? Ich wache, ich wache Bunker, Bro, Bunker! Einer ist hier unter uns, Bro! Ja, ich muss kurz hier, ich muss kurz hier, Bro! Cracker fein unter uns! Oh, ich fahre unter uns! Wer nicht gierig! Wer nicht gierig! Ich bin runtergefallen, ich bin runtergefallen! Ja, komm hoch! Ich komme mit Wasser wieder! Geh zurück und geh da mit SIP-Line rüber! Hier ist auch noch einer, Bro! Hier! Komm rüber! Ja, wir haben Godfuse, aber hier! Der muss kommen, da oben! Der muss kommen, der muss kommen! Hit! Hit! Oh Gott! Oh Gott! Da im Bunker, da hinten sind noch welche! Ich nehme Puls! Oh, im Wasser, im Wasser, im Wasser, im Wasser, im Wasser! Crack down, down, down! Ich bin hier in diesem Wintergarten drin, ne? Vor mir sind noch welche? Aber ich schille, ich schille! Oh, ganz oben auf dem Dach steht bei uns jemand oben! Ganz oben, über uns auf dem Dach! Bro! Schillkurt, hast du noch einen Bunker? Ich sehe einen! Hab ihn! Nein, stark, Mann! Ich hab einen, ich hab zwei Bunker noch! Zwei Bunker noch! Bro! Wir rotieren gleich in die Zone und wirfst den Bunker! Mit, äh, mit, äh, mit, äh, Dingsbumpen! Mit Luftfähigkeit! Ja! Rotier spät! Wir können spät rotieren! Wir können spät rotieren! Ich hab hier God Posi, Bro! Ich könnte... Ich, ich, ich geh nach vorne! Einer ist down! Ich komme! Ist der letzte hier bei mir! Ist der letzte hier bei mir! Schack, schack, schack! Warte, Bro! Komm her zu mir, ich kann uns rauf impulsen! Drei, zwei, eins, go! BOOOOOO! Let's go! Bro, World Cup! Ich sag ehrlich, wir haben aus dem World Cup gespielt! Junge! Wir haben das ja so clean runter gespielt! Wir haben am Anfang kritisch sind, am Ende gewinnen wir sie! Ja! Das ist halt echt immer so! Immer wenn wir, äh, Trouble in der Runde haben! Vorbei! Vorbei! Und das gibt jetzt nochmal dick Points, glaube ich, Leute! Das wird nochmal dick Points gehen! Ohhhh! Woah! Woah, 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 woah! Woah! Bro! 29 Prozent! Was?! Woah! Du holst mich sogar noch gleich ein! Junge, was? 29% Wie viel hast du gemacht? Ich bin jetzt bei 71 71, oh, 30% Geil, Alter, das ist ja wirklich Also das ist ja Komplett crazy Champion Beide Champs Champion Das ist schon geil Jetzt nochmal dieses Wie heißt das nochmal dieses Backbring? Wie hieß das nochmal? Ich hab das mit Krieger, glaube ich Ich hab auch wieder vergessen, wie das Ranked Backbring heißt Aber immer die Rounds, ne, Bro Die am Anfang strugglen sind, weil wir da irgendwie abgefangen Wir hatten ja in der Zone gehalten Am Ende, Bro, weißt du, wir rasieren, Bro Wir wissen, was wir machen müssen, Leute Und dann Leute, wie heißt auch nochmal der Ranked Skin? Oder ich glaube, wie der heißt Odyssee heißt der Ranked Skin Boah Ja, aber man sieht's gar nicht so krass Dass das jetzt Champion ist, finde ich Ja, doch, man sieht's schon Weil, ich sag ehrlich, Bro Die anderen sind alle so blau, weißt du Dann so So, wenn man in Elite ist Platin oder so, Bro Diamond Alles so bläulich Boah Bro, ist mit Backbring, Leute Schon wild Aber ich freu mich halt auf Unreal, ne Crazy, Digga Ich hab jetzt den Skin grad ausgewählt Und das Backbring, das sieht so geil aus Ja, das sieht aber auch echt geil aus, das Skin, ne Und gleich haben wir das einfach in Unreal, Leute Checkt ihr das? Beides Unreal Aber ich würd sagen, ey Für heute reicht's, oder? Boah, ich bin so gehypt gerade, ne Ja, ich bin auch gehypt, aber wir haben echt gute Rounds gemacht Nächste Woche, würd ich sagen, machen wir echt Unreal Nächste Woche in der Unreal? Ja, ja, auf jeden Fall Und da gehen wir erst auf, wenn Unreal Obwohl wir so viele Swoost da hatten Ja, ja Locker, locker, okay Ja, wir sind 71 Ja, also nächstes, nächstes war dann safe Unreal Johnny, kuss Johnny, kuss Ja, nächstes war locker, locker, locker Dann bist du erst mal raus, oder? Ja, ich bin erst mal, du bist noch weiter live, ne? Ja, ich bin noch ein bisschen, ein bisschen so los Ja, ich muss ja was essen gehen, Leute Ich hab so'n Hunger gerade auch Ich hab so'n Hunger, Junge Ich muss ja was schnappen Glaube ich dir Aber war doch ein geiler Stream gewesen, Leute Auf spontan So, warte mal Ich schicke euch noch zu Dave Night drüber Leute, wie gesagt Wenn wir Unreal sind, werden wir auch wieder mehr Community Games machen Aber das war gerade so Ist ja jetzt gerade auch so ein Projekt, wisst ihr euch meine Ich wollte ja dieses Season unbedingt Unreal werden Bist du eigentlich schon im Build, Unreal? Nee, Bro, Build spiel ich gar nicht mehr Ah, krass, okay Build, äh, gar nicht mehr, Bro Lady, Nullbaum Grind Jeden Tag, 5-6 Stunden Geil, küsst nochmal, vielen Dank hier Für die Subs Checkt gerne Dave Night ab, Leute Ich hab euch den Link reingesendet Der ist jetzt noch ein bisschen live Spielt jetzt noch ein bisschen Und, äh, ja, ich mach morgen mit beim Cup, Leute Wir sind morgen 16, 17 Uhr live ungefähr Für den Cup Ich hätte jetzt erstmal was essen, Leute Ich hab so einen Knast Und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag Äh, äh, danke fürs Zusehen Und macht dich so doll, Leute Tschö mit Doppel-Ö Tschüss, Dave Night Gönnen Ab Rus Ab Rus Ab 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 Ab